So, auch schon wieder da. Ne, also dann müssen wir mal gucken. Der wird sich, wenn der da ist, ja wohl melden. Nicht, dass ich hier schon wieder von den Cops angehalten werde. Naja, aber die sind anscheinend einfach weitergecruised. Der Goldstein hat mir geschrieben. Ich weiß gar nicht, gegen wann das mit Redux dunkel wird. Gegen neun? Ne, gegen zehn, ne? Den, glaube ich. Oh shit, da will man den ausweichen und dann sowas, alter. Was ist denn hier los? Ah, das erklärt vielleicht einiges. Nicht, dass man wieder mal einfach Brain auf K über einen rüberfährt. Und dann war das der Kales Kaya, der vom Einsatzwagen runtergefallen ist, alter. Muss ich direkt zur Werkstatt hier, alter. Gehen wir bei all des Customs, glaube ich. Liegt auf dem Weg. Gehen wir bei all des Customs, glaube ich. Gehen wir mal, ob da heute mal jemand arbeitet. Irgendwie bin ich da immer, wenn die nicht am Arbeiten sind. Wow. oh wo kam der denn weg alter abgefahrene scheiße ja kommt schon brudis kundschaft hier hat zu bennys ich sag's euch check das bei denen hier halt auch nie ob die hier draußen arbeiten oder jetzt da drin der halter frage ich gleich erst mal ja ja genau zeigt auf mich und kommen hier nachher am schön komm brudy komm 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 schon komm fern Musik Wird man, wird man hier bedienen? Ah, Bruder, schwierig Läuft er jetzt rein? Oh, yo Was? Alles gut bei ihnen? Alles gut Fuck my life, hier ist heute was los Was machen die denn mit dem Auto? Moin Oh, oh Das dauert, ne? Das dauert? Ja, bis wir da die Ersatzteile dann für haben So Okay, mach nicht dauernd Scherze Ja, wie lange dauert das denn? Ne, also ne, wir haben schon Ja, warte Also drüber gucken wir's Ja, genau Wie sieht das mit Lackschäden aus? Hm, konnte ich soweit jetzt nichts feststellen auf den ersten Blick Ja gut, aber wir haben ja da Ja, also Reparatur war da Aber, aber mit dem Motor soweit war alles okay Es ist ja noch ein bisschen gekommen oder ist da auch irgendwie Leuchte Ne, also Leuchte war noch nicht an Hört sich nur ein bisschen ähm Ja Nichts Nicht so an wie er sich normal anhört Klappert ein bisschen Klappert ein bisschen, ja Trage ich da mal hier ein Mamba, ne? Genau Ihr Name ist? Äh, Banks Banks Gut, okay, sie sind schon mal Kunde hier gewesen Ja, genau Ja, dann glaube ich Ja, wurde alles hier bis jetzt, glaube ich, gemacht Na gut, was zu tun heute Boah Mich graut's vor nächste Woche Mich graut es Was ist denn nächste Woche? Ach so Die Autohäuser haben da hier ein Kontingent wohl Irgendwann aufstehen können für viele Fahrzeuge Das wird halt nächste Woche Montag, glaube ich, richtig Rambats haben wir hier Ja gut, ähm, sollen wir den ausliefern, oder möchten sie warten? Wenn du mir sagst, wie lange das dauert, äh Kann ich dir nicht sagen, ich weiß ja noch nicht genau, was da jetzt sich gelockert hat Ja Da vorne der Kühlergrill oder was, aber wir können das auch ausliefern Wenn es jetzt nur 10 Minuten dauert, kann ich es ausliefern Wenn es jetzt eine halbe Stunde dauert, kann ich es ausliefern Ähm Ich muss halt genau drunter gucken, nicht, dass da irgendwie, ja Ja, ich sag mal, bist, fährst du dann jetzt so rein und gehst dabei? Ich fahr da dann jetzt rein und geh dabei, ja Ja Ja, dann warte ich hier kurz, alles gut Telefoniere ich noch so lange oder so Okidoki, ja dann guck Hast du einen Schlüssel für mich dann? Gebe ich dir Dankeschön Gut, dann fahr ich mal rein und guck mir das Spielchen mal an Jo, check Jo Lass die Reifen doch noch mehr durchdrehen Was? Ich hab dich Ich hab dich Ich hab dich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, du müsstest einmal die Taschenlampe schnell. Ja. Wem haben wir denn hier, als Gast? Den Herrn Hubert. Ach. Den hatte ich auch schon ein nettes Gespräch. Ist das so? Herr Hubert, kennt ihr den Kollegen Albrecht? Ja. Haben Sie mir nicht gesagt, Sie waren seit Wochen nicht auf dem Marianafeld? Ich war ja auch nicht auf dem Marianafeld. Ich war auf dem normalen Feld. Und warum stand denn Ihr Fahrzeug am Marianafeld? Weil sie mir geklaut worden ist. Das Fahrzeug wurde Ihnen geklaut? Das Arbeitsfahrzeug, ja? Ich habe bei Ihrer Notrufzentrale angerufen. Überlegen Sie nochmal. Das Arbeitsfahrzeug wurde Ihnen geklaut, ja? Ja. Mit den Chip-Schlüsseln, ja? Meinen Sie, ich schieße mir zwei Platte ins Auto oder sonstige? Ist doch scheißegal, Alter, wenn das Auto bei Ihnen brennt, ey. Es ist schön, von einer Pumpgun bedroht zu werden. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen das schon mal vor die Nase gehalten wurde. Jetzt waren Sie doch da? Am Marianafeld? Natürlich. Na ja, am normalen Feld wurde mir die davor gehalten. Ach so. Ja, ich weiß ja nicht, wie es das ist. Und dann... Ja. Also ich wollte das eigentlich schnell abfrühstücken jetzt, aber... Also das ist ja interessant, das Thema. Also es war dort und dann da und... Es ist auch interessant, dass ein Kollege schon angeschossen worden ist, ne? Aber... Von wem? Ja, anscheinend auch von einem Rocker, mit so einem Stahlhelm. Ah, angeschossen? Ja. Aha. Was ich jetzt vorhin noch gehört hab... Plus... Interessanterweise hat der Kollege aber nicht gesagt, dass er angeschossen wurde. Ja, das hab ich halt zugehört vorhin. Ich bin halt auch erst später gekommen. Es wurde mir halt erzählt, als ich... Also immer nach, ja, genau. ...abgeholt worden bin. Ja, der ist... Ja, ich weiß ja nicht wohin. Da muss man eben... Ja, mach nur. Was zum Trinken ziehen. Äh... Können wir unten machen, ja. Ja, ja. Ja, ja. 61 für die Leitstelle, komm. Hat sie, komm. Kurze Frage zur Vergewisserung. Sie sind auf dem Wagen mit der 8? Das ist so richtig, komm. Gut, so verstanden, Leitstelle Ente. So. Mach dir mal die Handschellen ab. Äh... Dann werde ich dich ja mal durchs Suchen. Ähm... Einmal die Hände nach oben, dann bitte. Junge, ja. Ja. Äh... Pistole, dein Messer, die Shotgun, die kleine Shotgun und die andere Shotgun nehm ich dir mal ab. Und Taschenlampe brauchst du hier drin auch nicht. Ähm... Ja. Nachdem man schon öfters, dem oder einmal bedroht worden ist. Gut, dann kannst du die Hände soweit wieder runter machen. Ähm... So. Du wurdest schon mehrmals bedroht, ja? Ich wurde einmal bedroht. Am Mariana Feld. Am normalen Feld. Haben wir eine Anzeige erstattet, schon. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich mich jetzt schützen werde. Weil... Mhm. Wissen Sie... Ich habe so Zweifel. An was? An ihrem gesunden Menschenverstand. Okay. Ob sie wirklich jeden Polizisten für dumm verkaufen wollen oder für dumm halten? 13. Äh... 13. Wieso soll ich sie für dumm verkaufen oder für dumm halten? Warum versuchen sie es dann immer? Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, was sie wollen, Johan. Sie meinen ja wohl, dass ich sie für dumm verkauf oder so, aber keine Ahnung. Hm. Ich... Lügen und Lügen und Lügen. Wo lüge ich denn? Welche Lügen? Warum geben sie es nicht zu, dass sie Mariana pflücken wollten? Wo ist sie denn dabei? Dann gehen sie kurz... Dann bezahlen sie die Strafe. Ja, ich will ihn auseinandernehmen. Dann müssen sie wahrscheinlich sowieso bezahlen. Den Arm Simply. Dann werden wir weniger Strafe geben, wenn sie geständig sind. Machen sich das Leben nicht so schwer. Sie machen uns das Leben nicht so schwer. Das wäre doch alles viel einfacher. Aber nein. Ach, und das, was der Cowboy-Mensch sagt, das wird sofort geglaubt. Aha, verstehe. Was der Cowboy-Mensch sagt, wird geglaubt. Ja, anscheinend. Mit mir wurde ja nicht vorher geredet oder so. Mit dem Cowboy-Mensch. Ich rede ja gerade mit denen. Ja. Ich werde festgenommen, er darf frei rumlaufen anscheinend. Aber dass er eine Pumpe zieht, auf mich hält und sonstiges. Schon öfteres. Das ist egal, ne? Es ist egal, dass er Leute bedroht. Die ganze Zeit, egal wo. Und sagt, der Norden ist seiner und sonstiges. Das ist wieder egal. Bedroht er sie? Er hat mir jetzt gedroht. Was hat er Ihnen gesagt? Er hat zu mir gesagt, ich soll mich jetzt... Darf er pissen, ich darf meine Karre nicht holen, sonst schießt er. Und hat die Pumpe hergehalten, weil ich meine Karre holen wollte. In dem Augenblick bin ich weg, hab dann den Notruf gerufen bei ihnen. Hab meinen Kollegen angerufen und gefragt, ob er mich abholen kann. Und wir sind nach Rendi gefahren. Und dann hab ich nach Sanders Customs angerufen. Aber es ist ja in Ordnung. Es ist ja nicht so, dass ich der Einzige bin, ne? Der am Marihuana-Feld ist, ne? Meinst du, ich fahr alleine Marihuana? Da wär ich doch selbst dumm. Wurde Ihr Wagen nicht jetzt am Marihuana-Feld abgeschleppt? Ja, aber ich hab ihn da nicht hingefrachtet. Sie haben doch gerade gesagt, Sie sind weggegangen, haben den Abschleppdienst gerufen. Sie haben das Fahrzeug nicht bewegt. Was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Sind Sie dumm? Das Fahrzeug, er hat mich überfallen am Ding. Er ist ausgestiegen auf seinem Buggy mit der Shotgun. Sie haben das Fahrzeug nicht bewegt. Sie sind von dem Fahrzeug weggegangen. Ich kam nicht mal zu meinem Fahrzeug dort hin. Moment. Wollen Sie mich hier echt für dumm verkaufen? Ich flipp hier gleich aus, Herr Hubert. Ohne Scheiß. Sind Sie dumm? Nö. Anscheinend schon. Sie sind von dem Fahrzeug weggegangen. Ja, ab geht, Alter. Haben dann einen Abschleppdienst gerufen, um das Fahrzeug abzuschleppen. Und sind mit dem Abschleppdienstwagen aufs Marihuana-Feld gefahren. Wenn Sie nicht wussten, wo das Fahrzeug steht, wie kommen Sie dann mit dem Abschleppdienst zum Marihuana-Feld und nicht auf das normale Feld? Sind Sie echt bescheuert und hervorkaufen Sie mich hier für dumm? Sie. Was ist mit Ihnen los? Denken Sie mal nach. Und jetzt gestehen Sie. Was soll ich gestehen? Dass ich da hingefahren bin, angeblich. Aber das... Wissen Sie was, Herr André? Dann habe ich meine Ruhe von Ihnen, Sie von mir, dann geben Sie mir die Strafe, dann gestehe ich es halt auch, weil ich nicht war. Sie waren es nicht? Naja, aber ich gestehe jetzt... Also Sie sind weggegangen, haben einen Abschleppdienst gerufen und fahren dann zufälligerweise dorthin, wo Ihr Fahrzeug steht. Haben Sie einen GPS-Sender in dem Fahrzeug, oder was? Ganz einfach, ich wurde... Es war so klar, wo er hinfährt mit der Karte. Ach ja, na genau. Es ist ja nicht so, dass er immer hier rumhüpft bei uns, dass öfters was passiert. Sie haben uns das letzte Mal befragt und ein Kollege hat gesagt... dass es um diese Aktion geht, wo da jemand angeschossen worden ist. Ja. Am Marihuana-Feld. Ja, das waren wahrscheinlich auch Sie, oder? Nein, da war ich nämlich nicht da, das habe ich Ihnen gesagt. Da waren Sie nicht da, aber die anderen waren da, ne? Ich weiß nicht wer. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ihr Kollege hat gesagt, dass es da um die Schießerei ging. Welcher Kollege das war, weiß ich nicht. Aha. Also, Sie waren nicht da, ja? Aber die anderen waren da, die ich gefragt habe. Ist das richtig? Ihr Kollege hat das dann zu mir gesagt. Ihr Kollege? Mein Kollege? Ja, aber ich weiß nicht welcher es war. Und? Ja, und? Was hat er gesagt? Ja, dass diese Befragung um die Schießerei ging. Ja, richtig. Ja, vorher wusste ich aber davon gar nichts. Ja, eh nichts. Als ich Sie gefragt habe, um was es geht, haben Sie mir nicht mal gesagt, warum ich befragt worden bin. Das ist richtig. Haben einfach gefragt. Ja. Also, wissen Sie jetzt, dass es um die Schießerei geht? Ja. Und Sie wissen, wer das war? Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich es wüsste. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Also, der Chroman, ne? Wenn ich es wüsste. Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Also, der Chroman, ne? Ja, Sie haben gesagt, es gibt einen Chroman-Van. Ich kenne aber den von Mike leider auch erst seit dem Tag, wo Sie ihn bzw. uns befragt haben. Mhm. Ja. Richtig. Das können Sie mir glauben. Und davor. Und davor nicht. Davor hatte er einen schwarz-grünen und einmal einen mit Perleffekt-Rosa da. Oder diesen... Mhm. Hot-Pink-Apple-Effekt. So! Das ist alles fertig. Den Hot-Pink? Boah, das war ziemlich lange her. Mhm. Den Kicker-Feeder-Sinter, ne? Das Hot-Pink? Mhm. Das müsste ja vorgewesen sein. Danach hat er ihn wieder grün machen lassen. Mhm. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kenne doch... Ich weiß nicht immer das genaue Datum. Oder sonstiges, wann wer sein Auto wohin bringt. Gestehen Sie! Ich bin ja nicht der Arbeiter bei Bennys oder Los Santos Customs. Mhm. Äh, Informationen an alle. Soeben haben eine Handvoll Roten, das Gebiet von Los Santos hier beträgt. Wenn Sie irgendwie mal ein Fahrzeug sehen. Das hat sich geändert. Ihr Fahrzeug hat sich geändert. Nee. Auch Sie, das notieren von jedem. Check. Mein Fahrzeug ist... Wir sind gleich durch. Ja. Albrecht, äh, preis den grad noch ein bisschen aus. Aber ich hab die Fahrlakte so fertig gemacht. Da sind 5.000 Dollar. Ja, ja, eben. Wann haben Sie... Und dann gehen wir schön tanzen, ne? Ja, dann gehen wir tanzen. Also so rund um Anfang Juli? Ich tanze ja eigentlich gar nicht, ne? Ach, voll. Wählen uns da. Jo. Ja, ne, ne? Man kennt ja ein paar Leute mit den Quatschen. Ja. Hat er da nicht erwähnt, dass er sein Fahrzeug... Ja, dann mach ich auch nochmal eben 1, 2 Anrufe und... Ja, auf jeden Fall. Sag Albrecht gleich Bescheid und dann... Ja. Wird er wohl gleich durch sein. Ach so. Dann kam ich wieder und da war er schwarz-grün. Das kann ich nicht sagen. Gut. Okay. Wir bringen das jetzt hinter uns, ja? Weil, äh... Sie sind ja jetzt kooperativ, ja? Und haben Sie wohl eingesehen. Jo. Äh... Kollege, dann kurz Zeit? Ja, klar. Ja. So, gut, dass du den jetzt noch ein bisschen da in die Mangel genommen hast. Aber ich mein, im Auto drin waren zwei Blüten. Das wären jetzt, ähm... Ja. Ich geb den da 5.000 Dollar. Ähm... Gucken. Wird er ja wahrscheinlich... Die haben ja alle genug Geld. Wird er wohl so zahlen, dann soll er gleich rauslaufen und, äh... Glücklich sein. Ja. Aber wie gesagt, da brauchen wir uns nicht für dumm verkaufen. Naja. Also, der wird sich da wohl sein Bulli vollgestopft haben, ähm, dann, ja, war der Hernandes da. Und dann wissen wir ja, wie das wahrscheinlich, wie das abgelaufen ist. Hernandes meinte halt auch, er hat den Kofferraum leer gemacht und das vernichtet, weil... Er wollte nicht, dass die damit dann gleich wegfahren können. Ist... Ist mit klar. Ja. Gut, dann sag ich den Herrn das eben. Klär ihn soweit auf und dann hätten wir das. Was? Habt ihr mit Hernandes schon gesprochen? Wenn nicht, dann rede ich mit ihm. Ne, ich hab, äh, ihn nochmal kurz angerufen, weil der war wieder ein bisschen sauer, weil ich erst sagte, wir können den nicht mitnehmen. Aber dann hab ich ihn nochmal angerufen und halt gesagt, hier, äh, wird jetzt eingesackt. Wie das Ganze da abgelaufen ist, muss ich nicht mit ihnen drüber reden. Ähm, du bist da schon mehr mit ihnen irgendwie in der ganzen Sache drin. Er soll dich da ansprechen, aber er meinte, er ruft mich auch mal an. Ja. Gut, dann mach ich den Herrn Hubert eben soweit. Ähm, äh, Bett fertig. So, Herr Hubert. Ja. Ihnen wird also folgendes vorgeworfen. Das wäre einmal, ähm, um das hier Ganze eben kurz und knapp jetzt über die Bühne zu ziehen. Ähm, folgendes wird Ihnen halt vorgeworfen. Paragraph 28, verbotene Gegenstände, Absatz 2. Äh, wer sich im Besitz von verbotenen Gegenständen befindet. Aufgrund dessen, dass in Ihrem Arbeitsfahrzeug beim Feld vor Ort zwei Blüten drinne waren. Mhm. Ähm, wie gesagt, das war jetzt nicht viel. Deswegen würde die Strafe sich da auf 5.000, ähm, Dollar bedaufen. Ähm, beziehungsweise alternativ, ähm, Tagessätze. Aber das glaube ich mal nicht, ähm, dass sie den Weg nehmen wollen. Ja, habe ich aber mal eine Frage. Wieso kriegt der andere keine Strafe, wenn er auf ein Fahrzeug schießt oder so? Oder? Weil wir Aussage gegen Aussage haben. Mhm. Wir haben einmal sie, die komplett sagen, sie waren nicht vor Ort. Aber ihr Fahrzeug stand da, dass ihr Fahrzeug von dem Herrn geklaut wurde. Äh, ist halt nun mal einfach unglaubwürdig. Ähm, ich glaube auch bei dem momentanen Betrieb am Teefeld, ähm, dass uns da definitiv irgendjemand angerufen hätte und hätte gesagt, ähm, dass... Ja, da bin ich alleine, der am Arbeiten ist. Ja, wenn man da aber die ganzen Autos immer guckt, ähm... Ja, da hätten sie mal geschaut. Es sind vielleicht zwei Autos da, ein Auto und ein Motorrad, wenn überhaupt. Es ist auf jeden Fall nun mal, ähm, sie sieht für ihr Fahrzeug verantwortlich. Ich meine, sie haben angerufen, aber ihr Fahrzeug stand nun mal unabgeschlossen, ähm, ja, am besagten Feld. Ähm, sie kommen dafür auf, wir haben zwei Blüten drin gefunden und, ähm, ja. Ja. Wie schaut's aus? Wollen sie die Strafe bezahlen? Das wären dann 5.000 Dollar einmal. Hören sie mich noch? Ja, hab doch gesagt, ich zahl. Alles klar. Gut, ähm, dann machen wir das soweit hier einmal fertig. Ihre Sachen kriegen sie dann gleich zurück. Und dann können sie hier gleich auch rausgehen, ja? Mhm. Ja. Gut, dann dürfen sie einmal folgen, ich hol die Sachen und dann können sie gehen. Einmal hier. Jawohl, danke. Dann können sie meinen Kollegen eben folgen. Jawohl. Ja, bitte. Seid ihr schon vor Ort? Äh, sind jetzt auf dem Weg. Hier war noch, weiß ja, Stress. Aber wir ziehen uns jetzt. Ähm, der Hill und ich kommen vorbei. Alles klar, weiß ich Bescheid. Geht's weiter. Kann sein, dass noch zwei Kollegen kommen, aber je nachdem wie die Bude hier halt brennt, ne? Ja, ja, kein Ding. Hauptsache wir haben ein oder zwei Leute da, weil einfach was angekündigt wurde. Ne, wir sind jetzt, ich würd mal sagen, spätestens 10 Minuten da. Alles klar, weiß ich Bescheid. Alles klar. Bis gleich, ciao. Hat die Strafe gezahlt. Äh, wir stehen vor dem ganz großen Hangar, direkt neben unserem Helikopter. Puh. Ah, check. Armer Simpli, yo. Was geht denn jetzt ab? Hilfe! Gestehen Sie. Geben Sie es doch endlich zu. Herr Hubert. Von Check. Check. Die kleine Ratte. Machen Sie mich nicht aggressiv. Ach komm, ich bin denen voll entgegengekommen. Wobei es eigentlich auch zwei. Eigentlich hab ich denen zu viel gegeben. 5.000 Dollar für zwei Gramm, Alter. Oh. Zivil. Boah. Das ist, äh, der Herr Banks. Ja. Alter. Alter, du schaust immer anders aus. Was ist mit dir? Ich schau jeden Tag anders aus. Natürlich. Ich war gestern den ganzen Tag zivil unterwegs und hab Scheiße angestellt zivil. Also, nicht Scheiße, aber halt gearbeitet. Aha. Da kann ich doch nicht wieder mit dem selben Outfit rumlaufen. Okay. Und was machst du jetzt? Jetzt geht's in den Club mit Hill. Komm auch mit, Albrecht. Was für ein Club? Wir haben vier Tickets. Ja, Bahamas hat auf. Und eventuell haben die Blauen sich angemeldet, bisschen Scheiße zu bauen. Was? Ja. In Bahamas? In Bahamas. Deswegen, äh, geht's da jetzt gleich hin. Okay. Also, wenn du sonst nichts zu tun hast, umziehen und abfahren. Hallo? Was ist? abgehandelt da, die ganze Scheiße da, ne? Hat er nochmal gemeckert oder? Wollten uns ein bisschen abstimmen, klamottentechnisch. Ne, der Typ hat auf jeden Fall seine Strafe bekommen, für das Gras. Albrecht klärt das da mit unserem Texano-Freund. Und, ähm, ja. Hat er die Scheiße nochmal gemeckert oder was? Ne, ne, der war zufrieden jetzt. Ich hab den ja auch nochmal angerufen, meinte, wir haben den da jetzt mitgenommen. Aber, ganz ehrlich, hab ich denen da vor Ort auch nur die 8 angelegt, um die ganze Scheiße da so vielleicht ein bisschen zu beruhigen, ne? Ey, ganz ehrlich, Mann, Alter, wenn die da oben weiter so eine Kacke machen, dann müssen sie sich nicht wundern, ey. Wird die Leute da langsam freidrehen. Ähm. Machen wir sie davon, ey, dass das für uns immer noch eine Sperrzone ist. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, wir gehen in den Bahamas, ne? Ne, machen wir nicht in einer halben Stunde Besprechung oben auf dem Dach. Okay, also da muss ich den Herr Klein jetzt aber anrufen, weil ich eben noch gesagt hab, wir gehen hin. Ähm, ich dachte, dass wir hin gehen, ne? Aber ihr seid alle ein bisschen zu spät dran. Ja, weil die Scheiße halt, ne? Ja, ich weiß, passt schon. Ja, dann gehen wir nach der Besprechung hin. Entweder gehen wir nach der Besprechung hin oder wir lassen's ganz sein, weil wir haben recht viele Rekruten, ne? Ja. Da sollte immer einer mitfahren, der ein bisschen höher ist. Ja, aber du weißt, dass der Klein angesagt hat, ich weiß nicht, hast du's mitbekommen? Bestimmt, ne? Ich weiß. Da kann irgendwie Scheiße passieren. Sie gucken halt, dass du das mit Streifen abdeckholst, wie du das hier gehört? Jo, alles klar. Okay, also das werden wir oben auch nochmal in der Besprechung sagen. Check. So. Check. Stopp. Wir wurden zurückgerudert. Wir haben wohl gleich Besprechung. Ach, come on. Was für eine Sprechung? Come on, wo? Keine Ahnung. Anscheinend, also ich hab mit McCain gesprochen, wir haben jetzt gleich oben auf dem Dach, Besprechung. Ich denk mal, weil wir so viele neue sind. Ja. Ähm. Und entweder geht's danach dann noch dahin, oder halt nicht. Dann haben die auch irgendwann zu, ne? Ja. Ich ruf den Klein mal an, dass das wohl nix wird. Nichts halt mit Tanzen, Hill. Da hab ich mich schon gefreut, auf den Albrecht, dass der immer ein paar scharfe Moves zeigt. Ja, scheiße. Jo, ich bin's nochmal. Ja. Ähm. Wir versuchen das Ganze erstmal mit Streifen abzudecken. Wir haben hier, brennt alles. Ja, okay. Also wir können nicht vor Ort kommen. Weißt du Bescheid, ne? Wenn irgendwas ist, ruf an. Alles klar, mach ich. Ciao, ciao. Alles klar, mach ich. Ciao, ciao. Ey, aber danke, dass Albrecht das endlich mal gesagt hat, ne? Ich rock jeden Tag ein neues Outfit, Alter. Richtig Junge. Richtig vorbildlich, Mann. Nur die Cap ist fast immer dieselbe. Boah, 28 Cops, ey. Kriegt die Hände. Und der Herr wartet leider immer noch. Stimmt, 29 mit dem Texaner. Boah, mir ist warm, ey, aber ich muss das Fenster jetzt aufmachen, dann kommen so viele scheiß Mücken und so, aber ich sterbe hier sonst. Und der Herr wartet, Ja, ich muss wieder ein Fliegengitarren machen. Oh, Mann. Hast du was gesagt, Albrecht, eben? Ne, ne? Ne, gerade habe ich nicht gesagt. 3,49, komm. Boah, ich sehe jetzt gerade erst 28 Leute im Dienst. Ja. Alter, wie soll ich mir denn die ganzen Namen merken? Merkt man die sowieso nicht. Mir egal. Das wird in Zukunft schwierig, ja. Hört sie. Hört sie, Albrecht. Leitstelle für Streifel 3, komm. Leitstelle, hört. Wir machen 10.02, wir machen beide Pause, bis zur Besprechung kommen. Check so, verstanden. Wurde das schon durchgefunkt, dass Besprechung ist und ich habe das nicht gehört? Ne, ne, ne. Das wurde nicht durchgefunkt. Diesen komischen Robert Knab da versuchen zu erreichen. Was willst du mit Knab? Ach, der verkauft dann im Apartment, am Strand. Check. Ja, das ist der wohl der Ansprechpartner. Wie konnte er das eigentlich zum, zum, zum OP im Akkler schaffen? Auch mal so ein komischer Kandidat. Ich weiß auch nicht. Das ist ja, 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 ja. Mal wüns. Ich habe den irgendwann mal beim Angeln kennengelernt und er war mir suspekt. Ach, ich habe den unten in der Zelle kennengelernt. Ich habe den unten in der Zelle kennengelernt. Auf jeden Fall, da war doch gestern so eine Party da unten. Bei den Vespucci-Kanälen in der Nähe. Ja, richtig. Ja, genau. Susthene war da. Da war ich auch ganz kurz. Ach so. Da habe ich halt gesehen, da sind noch Apartments frei. Und da haben sie direkt so ein Ding da gekauft. War eigentlich ganz schick da oben. Ja. Ach, und ich dachte, wir gehen heute echt schön abzappeln. Naja. Ja, ich ziehe mich auch nochmal eben um. Guten Abend. Guten Abend. Äh, ist einer von Ihnen die Leitstelle? Negativ. Negativ, okay. Ist eh gleich Besprechung. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal rausfahren. Also doch vor. Ich sag trotzdem noch Bescheid. Aber Leitstelle für die, die noch reinkommen. Leitstelle hört. Ja, ich bin jetzt im Dienst. Braucht da noch eine Einteilung. Check, so verstanden. Wir sind auf dem Weg zurück. Und sonst, alles ruhig bei Ihnen. Selbst auch, ja. Ja, entspannt. Gerade meinen Motorrad abgeholt von der Werkstatt. Heute Nachmittag schon im Dienst gewesen? Nee. Wer hat eigentlich diese FIB-Uniform ausgesucht? Ich weiß nicht. Also. Dieser Tatsache. Ganz wertig. Kneift auch ziemlich. Naja, demnächst gibt es die Erlaubnis, dass wir einfach an unsere Zivilkleidung die Marke dran machen. Und dann ist da alles gut. Das wäre gut. Das wäre richtig gut. Ich kann nicht mal aussuchen, was ich gar nicht habe. Das ist ja schlimm. Also die Rose kneift hinten. Die Jacke sieht aus wie Arsch. Die Jacke ist schlimm. Ich werde schon so oft auf die Jacke angesprochen. Ja, ja. Die Jacke wäre cool, wenn hinten ein FIB draufstehen würde. Ja, die Jacke wäre cool, wenn sie zumindest mal eine Nummer kleiner wäre. Und, ähm, ja. Vielleicht noch mit Aufschrift, ja. Haben Sie recht. Aber das muss gar nicht sein. Aber zumindest, dass sie passen würde und nicht an einem hängt wie ein Sack oder was. Wie ein Quarkkupfel. Oder was? Wie hieß das Ding? Quarkkupfel? Wir hatten doch so einen Begriff für so einen Quarkteil irgendwie auf... Auf Hebräisch, oder was? Irgendwann. Du hast doch mal irgendwie über so ein Quarkteilchen gestrickt oder so. Das war so ein ganz komisches Wort. Boah, was passiert jetzt denn hier gerade? Ja. Ein Topfenstrudel, habe ich gesagt. Genau sowas. Genau sowas. Ja. Lake of Doom, Alter. Kennt man doch. Klar. Entscheiner nicht. Wieso habe ich eigentlich nur Alkohol in der Tasche? Wie heißt das? Topfenstrudel? Topfenstrudel, ja. Also wie der Topf. Was? Wie der Topf. Wo man das essen, oder was? Wo man drin kocht. Ja, klar. Muss mir das eigentlich auch mal eben schmuggeln. Topfenstrudel. Quarkstrudel. 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 Ja. Den nicht einem Apfelstrudel. Ja. Ich mag Steaks. Wow. Und Bombe. Nee, lieber so Ofen und Kartoffeln. Ich hätte jetzt gedacht, du bist mehr so der Süßkartoffelpommes-Tipp. Nee. Obwohl ich jetzt eigentlich alles ist mir scheißegal. Okay. Also, so lange wie die brauchen, hätten wir nochmal das Tanzbein schwingen können. Eigentlich schon, ne? Ich geh mal kurz in die Ungerne. Was ist eigentlich da neben einem anderen Funkkreis los? Übung. Ah, ne, wo? Wärst du da gewesen, hätten die dich wahrscheinlich mitgenommen. Aber, ja. Oh, ja. Ob noch. Ja. Haben ein paar neue Rekruten heute reingekriegt. Ja, paar ist gut, glaube ich, ne? Eine große Übung gemacht. Ja, ja. Es wird die nächsten Tage witzig. Habe ich ja Glück gehabt. Ja, du? Ja, ne, weil ich finde das besser, wenn man so face-to-face einfach so eine Ausbildung auf dem Wagen dann hat, weil man dann bei zehn Leuten oder so unterwegs ist, dann ist halt immer... Dreiviertel-Leitstelle? Chaotisch. Ja, die sind halt auf der Militärbasis und lernen da Autofahren, was weiß ich nicht alles und Grundlagen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich finde das ziemlich gut sogar. Ich sehe die Trampel auf meinem Rasenraum. Was, dein Rasen? Ja. Deine Wohnung und davor habe ich so ein kleines Beet. Achso. Mit Blöbchen. Dann solltest du mal hochfahren. Heftig, was da unten los ist. Bennet ist neu. Kimbo. Idris. Ronny. Logan. Was haben wir da noch? Miles. Sander. Junge, Junge. Sieben, ja. Und acht, glaube ich. Der eine hat sich noch nicht richtig benannt. Ach ja. Ich meine, wenn es ruhig ist wie die letzten Tage, ist das super. Wem hast du gehört, dass Besprechung ist? McCain. Ja, aber wenn die da noch nicht mal losgefahren sind. Und da sind sie nicht. Beziehungsweise, wann wurden die angesetzt? Bestimmt auf 23 Uhr oder so einen Scheiß, oder? Dann hätte man echt halt nur mal losfahren können. Na, jetzt ist es schwierig. Na, jetzt fährst du hin, gehst da rein und wieder raus. Nicht mehr. Ja, ja. Da hätten wir uns echt noch mal sehen lassen können. Zwei, drei Leute irgendwie. Und, naja. Nächste Woche dann halt. Da soll sogar ein Special DJ da sein, Hill. Dann geht's ab. Ich will nur den Albrecht tanzen sehen. Special DJ? Irgendwas habe ich da im Stadtbad gehört. Da stand irgendwie einer. Deiner Polizeiübung? Nein. Das ist von Bahama Mamas. Ach so. Aber so habe ich bei Pipa gesehen, dass die heute aufwachen. Special DJ haben die da oben bestimmt auch bei der Übung. Ich habe immer noch den USB-Stick von dem Russen. Den werde ich auch behalten. Die ganzen Lieder mal erkunden, die da drauf sind. Wurde doch gestern im Partybus angemacht, oder nicht? Als wir vom Observatorium zurückgefahren sind. Genau, genau. Die waren ja böse, die Gelben, dass ich die da hinten gefunden habe, ne? Junge, Junge waren die am Schimpfen. Nein, nein. Also ich habe auf der Weg zum JVA, den Bus geholt, habe noch einen Inceptor aufs Dach gelegt. Und sich noch ein Stück laufen. Braucht ihr das Auto noch? Sonst parkt das bitte mal weg. Das piept. Danke. Alter, du hast empfindliche Ohren. Drei für die Leitstelle, komm. Ich glaube, die Kollegin da kenne ich. Das ist Bittermann, oder? Bittermann. Einmal bitte zu uns unten an die Treppe kommen. Karte. Geheime Gespräche. Nun gibst du Ärger. Frage für wen? Frage für wen? Für beide. Der Bärsen ist ja auch so ein Stadtteil. Aber letztens war man im Stadtpark und der Fox hat richtig über die Polizei gelästert. Und dann hat er dem einmal richtig die Meinung gesagt. Das war richtig gut. Hat mich sehr gefreut. Also ohne ausfallen zu werden, oder so. Naja. Aber gut. Der Bärsen. Das war ja gestern, als ich da hoch bin, zu der Fete. Ja. Sieben Mädels oder so im Pool und mittendrin, mit dem Cowboy-Hut auf, der Bärsen. Bitte? Ja. Grace und ich haben auch nicht schlecht gelacht, ey. Er meinte, Ausgleich, ne? Zwischen der Arbeit. Muss ja auch sein. Ja, ja. Da muss ich ihn mal drauf ansprechen. Der soll mich mal mitnehmen. Ne, sonst gibt es wieder nur Beschwerden. Ich bleib lieber zu Hause. Was machen die denn? Freedom, seid ihr noch vor Ort? Alles gut, Gio. Freedom vollgetankt und aufflugbereit. Wir warten, wenn wir dürfen. Check. Der feine Herr Williams will ins PD geflogen werden. So, wir müssen hier irgendwo einsammeln oder hier stehen bleiben? Dann bleiben Sie ruhig stehen, ich komme zu Ihnen. Das ist ja ganz schön was los auf dem Mädel, die er genannt hat. Dann heißt es nachher hier, nach der Besprechung, jeder schnappt sich jetzt einen Rekruten oder was? Viele, wie das sind, ey. Unmöglich, ja. Wobei, die meisten haben wahrscheinlich gleich eh den Kopf voll und sagen nach der Besprechung und den ganzen Training für heute ist Schluss. Ja, das ist ja auch schon spät, ist nicht richtig, aber. Haben wir heute eigentlich bei United und Russen da jemand weggeknastet? Tut mir leid. Ich habe es nur so mitbekommen. Wir haben die Russen weggeknastet. Okay. Ich mache mich ein bisschen traurig, dass der Herr Volkov. Aber nur einen. Okay, nur einen? Sind die noch auf dem Pfad oder haben die den wieder abgelegt? Nee, nee, nee. Schlecht aus. Der Pfad Gottes wird nicht mehr verfolgt. Boah, der Kerl da drin tut mir ein bisschen leid, ne? Er sitzt da bestimmt schon zwei Stunden und wartet auf den Chief, ey. Na, was will der denn? Bewerbungstisch, sprich, glaube ich. Also, laut unserer Mindmap hier, Albrecht, ist Cerberus Eisen. Weil du fragtest, ob die da schon mal sind. Ja, das stimmt doch. Da bin ich ja vorher. Dann sind sie wohl da öfter. Aber United ist doch auch Kräuter, oder nicht? Die fehlt gar keinen Fall. Kann ich da reinmalen oder funktioniert das nicht? Ja, die United streitet natürlich mit den Russen um die. Naja, aber. Da hat auch noch einen Strich irgendwie hängen, aber ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Lass mal zu. Oh ja, die sieht jetzt deutlich besser aus. Aber irgendwie finden die Yabaner. Mhm. Hab ich gehört, dass wir da jetzt eine Jacuzza oder sowas haben, ne? Ja, ja. Da sprechen wir bestimmt heute auch nochmal drüber mit dem McCain. Ähm. Haben sich auf jeden Fall... Vorgestern waren die alle bei den Russen am Kräuterhändler. Der ganze Weile. Mhm. Okay. Also die sollen wohl von den Itos geleitet werden. Ja, okay. Dann war ich richtig, weil da stand eine Frau und da habe ich nur von Entfernung gesehen. Das wird die Yui gewesen sein. Ja, genau. Und, äh, naja. Die sollen wohl einen Sportmotorradclub aufbauen wollen. Streifel Firstandball. Und haben halt diese Versicherung da irgendwie. Mal gucken. Und, äh, die sollen wohl im Handel von Informationen, das soll wohl so der Hauptaufgabenbereich sein. Also, da ganz vorsichtig sein, was sie denen erzählt. Ah, ja. Also, ne? Noch vorsichtiger als sonst. Moin. Moin. Besprechung fängt um elf an, ne? Hat noch niemand wirklich offiziell was gesagt? Es hieß irgendwas ja so in einer Stunde vorhin, oder? Hm. Kann ich nicht bestätigen. Ich weiß nicht. Okay. Ich packe nochmal mein Fahrzeug aus dieser Garage in die andere. Da hatte ich eben... Aber, was das Gute ist, wenn das in Zukunft wirklich so bleibt und wir diese Manpower beibehalten können. Und, sag ich mal, denn der Schwung auch erstmal durch ist, sag ich mal, auf zwei oder drei, ja? Dann kannst du halt wirklich, ähm, wenn du da 13 Streifen oder so hast, viel in Zivilarbeiten, ne? Ja, das ist richtig. Das stimmt allerdings. Gestern waren wir auch da zwölf Streifen. Äh, da hab ich mir den Graves gepackt, so, ne? Und sind wir zivillos. Hab dich da ja noch angerufen. Bei der Russensache mit United und so standen wir direkt vor Ort daneben, äh, dieser Pool, der da ausgetrocknet ist, ne? Hm. Ja, kriegst halt alles mit. Hm. Schon klar. Keine Lust auf lauter Musik, dein ganzes Geld hast du schon verzockt. Dass die Gelala hat für euch geöffnet. Was? Echt? Aha. Ja, Hubert hat doch vorhin da ausgesagt, da wurde einer angeschossen oder so von einem mit dem Stahlhelm, ne? Ja, aber es ist... Also... Mich hört sich das für Blödsinn an, weil der hat selbst ausgesagt, dass er nicht angeschossen, dass ihn nur bedroht wurde. Aber nicht, dass er angeschossen wurde. Aber nicht von unseren Texanerfreund, sondern von jemand anderem? Ja. Boah, ich saß dir da oben, wird's noch richtig abgehen, ne? Mhm. Davon geh ich aus. Deswegen bin ich ja dran, an denen. Weißt du, was ich tatsächlich auch befürchte? Hm. Was denn? Hm, dadurch, dass die Ballers nicht mehr, ja, oder Urlaub gemacht haben. Mhm. Ich glaub, die haben immer so einen ziemlichen Auge auf das Weiße gelegt, ne? Ja. Inwiefern sich das entwickelt wird. Das ist ja ne gute Frage. Ob da jetzt der Kokainaufschwung hier kommt, wer weiß. Hm. Sehen wir demnächst beim Salzzig-Fahrzeuge und beim Kräutern. Am letzten Tag von Reif Krüger-Goodman haben wir auch so ein Coca-Pasten-Fahrzeug. Ja. Hab ich gehört. Gekriegt. Na, ich sagte grad zu Albrecht, jetzt wo die Lilannen weg sind und die da immer so, wie mir bekannt war, die Hand drüber gehalten haben, ähm, muss man mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt da, ne? Ja, stimmt. Ob jemand wirklich stark jetzt das übernimmt oder ob das so ein ewiges Rumgebumse wird. Ja, und ob vielleicht jetzt halt auch ein paar, sag ich mal, ehrliche Zivilisten nicht mal die illegale Tour da wagen. Ach so. Wer weiß es ja, ne? Äh, hab ich beim Kräuter ja auch schon gehört, dass da nicht nur so hier unsere Gang-Mitglieder und so den Scheiß fahren, sondern einfach auch normale, weil's anscheinend ja so gut bezahlt wird im Vergleich zum, was fahren die da? China-Tee, Asia-Tee, was auch immer. Ja, ja. Hm. Ja, das wäre natürlich scheiße, wenn jetzt die ganzen Zivilisten irgendwie Kokain, äh, für sich entdecken. Weil das muss ja nochmal ne, ne Spur mehr Geld bringen, als so ein bisschen Gras. Das würde ich auch behaupten, ja. Ja. Ich war damals noch, äh, boah, locker ne Monat her. Ähm, da oben ist doch die Farm. Also da, bei dem Tee-Feld in der Nähe, diese verlassene Farm. Äh, da unten in dem, ja, verlassenen Gebäude ist ja da so ein scheiß Keller, wo so ein versifter Typ drin steht, im Labor. Hm, hm. Drogenlabor, du. Ja, ja. Ich hab da auch Fotos gemacht, da muss ich dann auch mal gucken, dass man das irgendwie in unserem FIB-Kram mit, äh, einfach Wein macht, ne? Ja, dass man da, ich hab da also komplette Fotos von allen bekannten Orten damals gemacht, ähm, von der Umgebung halt, so das ganze Gelände und, ähm. Vorsicht. Was? Achso, erst da. Moin. Herr Karl. Grüß euch. Ähm, ja, und auch da, wo die Herrschaften das anscheinend dann mit den Herren da zubereiten. Hm. Achso, ja, das ist gut. Muss nochmal kurz rein. Komm, mach ich hin. Alles frisch? Und selber? Jo, ich hab gar noch die, äh, hier, äh, alles da getroffen. Ich sagte noch, halt, ihr da im Laden seid, hier in dem Bahama. Ja, dachten wir auch, weil es, also wir wurden zurückgedudert, weil es hieß Besprechung, aber das dauert schon wieder so lange, da hätten wir locker eine Stunde da im Club rumgammeln können. Arbeiten können. Achso, ja, hier, äh, hier, äh, hier, Mäki, der meinte, äh, 23, äh, oben auf dem Dach, oder was? 23? Ja, hat er vorhin irgendwann gesagt, oder vermutlich 23 wahrscheinlich irgendwie auf dem, auf dem Dach sein würde. Deswegen, ich, ich dachte, ihr müsst da jetzt vielleicht ein bisschen mehr als ich, ne? Ne, da, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 28 Leute gerade im Dienst und oben an der Militärbasis, äh, irgendwie ein Training. Ja, da hat er gesagt, er ist da hingefahren, ne? Oder Ausbildungstraining, ne? Ich glaube, für die Rekruten, das wird jetzt so gemacht, dass sie auch einen Schwung da, eine Einführung in alles bekommen. Ja, genau, irgendwie so, wort. Äh, ist das der Harper? Oh, ne. Äh, ja, wunderschön. Na, Brent. Alles fehlt? Hallo. Ja, und selbst? Schönen. Irgendwas Interessantes passiert? Ja, gefühlt 20 neue Leute im Dienst, äh, und Gleichbesprechung. Okay. Äh, wieso steht da vorne ein Bus? Ähm, Übung am, hier, Militärbasis oben. Okay. Ja. Wie lange steht denn ihr jetzt hier schon? Lange. Echt jetzt, Banks? Du auch? Ja, Albrecht, wie lange stehen wir hier? Über eine halbe Stunde? 40 Minuten. Wieso? Ganz ehrlich, die Collester ist da oben noch im Streifenwagen mit dem Graves oder so, ne? Und die glauben allen Ernstes, dass ihr noch im Laden seid. Dass wenn da was passiert, dass ihr da an Ort und Stelle seid. Ja, aber ich hab mit dem Kleinen schon telefoniert. Wir wollten, wir haben uns gerade umgezogen, wollten los. Ich sag, McKellen hier... Sag ich der nochmal kurz Bescheid oder so. Unglaublich. Und weswegen steht ihr jetzt hier die ganze Zeit rum? Weil es hieß Besprechung. Es hieß Besprechung. Okay. Eigentlich wollten wir in Bahamas rein, weißt du? Okay. Ich geh mich mal umziehen und auch Kohle kassieren. Wow. Ja. Wow. Das ist ne Einstellung, ne? Lass ihn knüppeln gehen. Ja. Heysern in der Umkleide einfach. Ja. Wenn er sich umzieht. Gute Idee. Alter. Okay, Albrecht, der war in der Mini-Playback-Show oder so. Wieso? Weil der schon wieder draußen ist. Der steht doch da. Ne, das ist Hill. Das ist Hill. What the fuck? Will der mich verarschen, Alter? Wie? Was? Wer hat denn das gemacht? Ich sag ja, Mini-Playback-Show hat er teilgenommen. Da haben die sich auch immer so schnell umgezogen. Dann von da gekommen und hier abgebogen. Naja, ich bin von da hinten runter gekommen. Alter. Was denn? Wie schnell hast du dich umgezogen, bitte? Hä, wieso? Der hat die Klamotten wahrscheinlich schon drunter gehabt. Als Kind in so Mini-Playback-Show oder so? Ja. Man merkt. Da haben die mir den Zaubertrick beigebracht. Ja, pass auf. Hast du da gesungen? Wir wollten dich eigentlich für deine Aussage hier rumstehen und Geld verdienen in der Umkleide tasern, aber du warst so flink, Alter. Wir haben dich nicht gesehen. Ich war da wohl zu langsam eingerostet vom blöd rumstehen hier und dann die Löcher halt in die Luft gucken. Wow. Ja. Ja, es wurde ja nicht mal eine Zeit gesagt, wann die komische Besprechung da sein soll. Es hieß nur Besprechung. Und nein, ihr dürft nicht abzappeln im Club. Ich habe nur ein Gerücht gehört, dass er um 23 Uhr sein soll. Also laget mich nicht drauf fest. Ey, cool. Du hast eben gesagt, es war 23 Uhr. Der hat mir gesagt, wahrscheinlich 23 Uhr, aber ihr kennt den. Wer, McCain hat das gesagt? Ja, sicher. Ja, wow, dann halb eins. Ja, ich habe irgendwas gehört von, ich weiß nicht, gegen 10 rum, dass es eine Stunde dauert. Oder so in der Stunde. Doch, jeder hat eine andere Info. Super. Wenn er um 10 gehört hat, hat er circa eine Stunde dauert. Dann ist er 23. Genau. Das stimmt mit dem über ein, was ich erzähle. So ist korrekt. Ja, aber jeder hat es anders gehört, ne? Ja, und ich habe es auch nur von jemandem anders gehört. Dann hätten wir den Hubert ja doch noch ein bisschen in der Zelle da unten befragen können. Ja, eben, sage ich ja. Ich wollte ja eigentlich auch schon längst Feierabend machen, aber dann dachte ich mir, okay, bleibe ich noch ein bisschen. Wie, Feierabend? Ja, ich bin ja auch schon seit, weiß ich nicht, eins heute Mittag unterwegs. Okay, dann... 10 Stunden. 2, 3 Stunden Pause zwischendurch, aber naja. Ja, so Pause auch noch, ja, dann gehen ja noch 4 Stunden. Ja, ich muss ja auch noch... Dann, äh... Ich muss ja auch noch einen schönen Mittag essen, ne? Oder beziehungsweise Abendessen. Schön einen Hotdog reinschieben und dann läuft das. Ja, Hotdog. Ja, einfach mal einen Hotdog rein. Ja, ne, ich koche noch selber. Selber Hotdog kochen. Und, äh, ja, wenn du keinen Hotdog findest, nimmst du halt einen Topfenstrudel. Ein was? Was für ein Ding? Ein Topfenstrudel. Ein Topfenstrudel. Was ist ein Topfenstrudel? Jetzt wieder holt dieses merkwürdige Wort nicht, erklärt, was das ist. Es ist halt ein Topfenstrudel. Machst du einem vorbei? Er hat's halt... Er hat's gemacht, ich fass es nicht. Bei 170 Grad im Ofen. Und wo kommt denn der? Ja, das gibt's überall. Aus den Philippinen oder so. Okay, damit hab ich nichts zu tun. Der klassische philippinische Topfenstrudel. Genau. Ja, wer weiß. Es gibt auch Topf und Knödel. Kann man ganz schön viel, kann man mit Topfen machen, ne? Ja, mit Topfen kann man eine ganze Menge machen. Okay, ich steig jetzt aus. Ja, schön. Ja, wirklich. Super. Einfach mal solche Kollegen haben, ne? Hm. Keine Ahnung. Die wissen alle selber nicht, was das ist. Allein hier sind 160... Äh, 118 verschiedene Topfenstrudel-Rezepte. Ach du Scheiße. Ja, viel Spaß beim Nachkochen. Wie viel? 118. Ja, ausprobieren jetzt. Ja. Kannst du ein halbes Jahr Urlaub nehmen und dann kannst du Gas geben. Aber viel besser ist ein Topf und Kolache. So, jetzt haust du aber raus hier. Jetzt kommen wir nicht so, Albrecht. Also wirklich, eben war ich noch auf deiner Seite, aber jetzt... Jetzt ist Schluss. Irgendwann ist genug, ja. Irgendwann ist genug, okay. Gibt's nur eine Grenze, die darf man nicht überschreiten. Mit Topfen war ich noch bei dir, aber... Ja. Beim Kolatschen hört's auch. Warum denn? Ganz normal. So, jetzt sagt Chef, was stehen hier ja alle rum? Boah, sag ich, dass ich auf meine Gehaltserhöhung warte. Sieht aber gut aus hier, der Topf und Kolatschen. Mhm, tatsächlich, ja. Bin ich doch bei dir. Mhm. Keine Ahnung. Da ess ich, glaube ich, lieber ein Cheese Steak sein würde, scher. Tja, kann man auch. Kann man machen. Das sagt man dann halt, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Was? Ja, einfach, die Steak-Nummer zieht halt immer. Ja, richtig. Ja, Entschuldigung, ich komme heute aus Feli, da isst man die Dinge halt. Entschuldigung. Wenn man Topfen und Kolatschen keine Ahnung hat, dann macht man das so. Da sagt man halt einfach, nehm ich lieber ein Steak und dann sagt eh, ja, ja, hast du das echt. Kennst du das? Ja, ja, Steak, hab ich mal gehört. Dann nimmst du ein Steak, schneidest in kleine Scheiben, kleine Stücke. Ja, na klar. Ja, siehst du, und mit Käse überbacken. Wat? Wat? Ja. Lecker. Ja, du kriegst keinen Topf im Stuhl. Hm, richtig. Du bist raus. Ich hab auch gehört, hier gibt es Mettbrötchen irgendwie, rohes Fleisch. Ja, Mettbrötchen? Ja, genauso schlimm wie Sushi, ey. Bestimmt. Was? Was ist denn an Mettbrötchen schlimm? Keine Ahnung, ich hab's noch nie gegessen, aber das ist so ein Fleisch. Das muss, glaube ich, mal mit dem schiefreden. Einen Knüppelkreis machen oder so? Ich hab's noch nie gegessen. Müssen wir Einstellungspolitik überdenken. Mhm, das denk ich aber auch. Kein Mett und so. Ich kann sagen, werden die ja nicht mehr vorher durchleuchtet, oder was? Herr Williams. Ja. Einen wunderschönen. Ja, na, wunderschön. Hallöle. Der muss raus, der mag kein Mett. Der hat noch nie Mettbrötchen gegessen. Was mag der nicht? Mettbrötchen. Entschuldigung, in Philly und Russell gab's halt nicht wirklich viel Mett an jeder Ecke. Also die Kollegen haben sich schon über die Einstellungspolitik beschwert, ne? Ja, ja, ja. Auf zum Mettwoch nächste Woche. Mehr so der Prinz von Bel-Air, ne? Wollen wir mal gucken. Drei Mettbrötchen. Mindestens. Aber Williams. Fünf Minuten hätt ich gern. Ne Terrine oder Zeit mit mir? Beides. So ein kleiner Snack. Zwischendurch kann ich auch nicht schaden, ne? Ja, Automat ist er davor. Aber reicht eine? Du, auf den Scheiß. Vielleicht sind's dann zehn Minuten, wenn eine nicht reicht. Funktioniert das nicht? Na gut, ich hab da die fünf Minuten bestimmt. Die Versprechung eigentlich nicht schon seit vier Minuten im Gange, Chef? Ja, sagen Sie das dem Busfahrer. Der Busfahrer wieder, ne? Der Busfahrer, der Busfahrer. Ja, der ist, Sie kennen das ja, ne? Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es manchmal echt schlimm. Wer ist der Busfahrer? Kann ich nicht sagen, aber irgendwann fährt er gerade bestimmt den Bus. Tja, der Bus. Oh, sehen Sie da, Streife 8. Da ist der Busfahrer. Einer von denen fährt auf jeden Fall den Bus. Muss ja nur noch die Streife aus dem Norden runterkommen, ne? Streife 8, ach du Scheiße. Ja, der Bus ist voll. Ja. Gelbes, weißt du, ne? Dudelauf D-Gering. Ja, kommen Sie schnell, bevor wir die Zeit mehr haben. Ja, holt sonst mal die Dudelauf ran. Bevor die Heustrecken eintreffen hier. Alles wegfressen. Ganz in Topfen strudeln. War da heute unten bei dem United-Einsatz jemand mit dem Boot von uns unterwegs? Habe ich das richtig gesehen auf dem PDA? Ernsthaft? Ich könnte schwören. Ich habe da Streife 8 mit dem Boot rumballern sehen. Ja. Ich habe das Boot noch nicht gesehen, ne? Also, Harper, den nächsten Pistenwache, ne? Bin ich dabei. Angeln mitnehmen und... Bist du mal? Okay, alles klar. Ich werde sowieso in Zukunft die Angel mitnehmen. Schwöre ich dir. Oh? Ja, aber... Sag mal, Harper. Ja. Das sieht mir denn nix, ne? Du bist ja gerade erst im Dienst, ne? Äh, nee. Bin schon den ganzen Tag da. Achso, du bekommst doch gerade erst hier an oder was? Das ist mir alles ungezogen. Ich war zivil unterwegs. Alleine, ne? Ja. Du brauchst noch einen Partner gleich? Muss nur kurz zu meinem Auto, da habe ich noch eine Angel. Ja, passt. Ich brauche einen Partner. Ja, beim Angeln ein paar Kontakte knüpfen. Der sagt, habe ich doch von Anfang an gesagt. Wenn du dann, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Leute zu stehen hast, einfach dazustellen und die Angel ins Wasser halten, dann gehen die Gespräche direkt los. Ja, perfekt. Nach der Besprechung noch gleich, ne? Habe ich ja eh zum Albrecht auch schon gesagt. Wenn wir die Manpower wirklich halten sollen könnten, ja, dann kann man eh viel öfter so in Zivil unterwegs gehen, wenn die halt alle so Rang 3 oder 2 sind, ne? Achso, check. Wenn wir dann so 14 Streifen haben, Alter, dann... Wenn ich mir das angucke, ich meine, fast 30 Leute im Dienst, ne? Korrekt. Ja, ja. Oh, da sind sogar 30 Mediziner vor mir stehen. Ich bin gerade im Krankenhaus. Ich bin doch nicht im Dienst, ne? Also, wenn ich dann gleich im Dienst gehe und nehmen wir uns da, und dann bist du die Nummer 31. Ja, das ist so richtig, das ist der Herr Meiz gewesen. In der United Hunt gab es heute eine andere Person mit diversen Dispatches und ein Beteiligter ist dann noch nicht auffindbar gewesen. Ja, alles klar, Libby. Check, das heißt, ich fahre da jetzt hin und gucke, wie ein Mediziner umkommt. Warte, du warst... Das sollte nicht... Das liegt nicht alleine. Das ist nicht gut. Gut, das würde mir soeben von mir jetzt hier erzählen. Wunderschönen guten Abend. Uff. Okay, jetzt ist das ein bisschen eng. Ja, wir brauchen, glaube ich, eine Streifeneinteilung. Wo soll die alle hinpassen? Nicht alle duchen an. Streife 4 macht das. Ey, wenn von denen einer meinen Spind hat, ne? Check, ich stehe gleich vom Hauptengang. Also, ich glaube, da drüben auf der anderen Seite vom Kanal ist noch ein PD, ne? Die Person, falls ihr die da findet, auf alle Fälle durchsuchen. Also, ich will das nicht mehr aufmachen. Der Spind mit der Bikini-Frau ist mir, okay? Nur, dass die immer noch nicht. Das ist mein Name im Kreis. Was hast du gesagt, Co? Das ist gut, wenn wir da aufmachen, dann. Und ich wechs mal nicht. Und ich, hier hinten beim Holzhänder auch, ne? Einmal den Funkkreis weg sind so leid, schnell alle. Eigentlich zu früh zur Arbeit. Ey, jetzt nicht alle Funk-Check hier. Warum nicht? Bishop? Vielleicht geh mich auch mal immer umziehen, ne? Oder höher da. 31, Aufwässer im Dienst. Gut, dann kann ich ja gleich nicht schlecht. So, die 31er. B, einer hat aus meinem Becher getrunken. Hat gut geschmeckt. Ich werde mich auch mal umziehen. Wer ist denn gerade Leitstelle? Hm, was sollst du? Wer ist gerade Leitstelle? Der Bär ist und ist Leitstelle. Das ist der mit dem schönen Haar. Herr Bersen? Ja. 21 meldet sich zum Dienst, bräuchte Streifen einhalten. Ja, ich muss gleich mal erst mal gucken, wer von den Leuten geht in den Dienst gegen Feierabend. Wir haben jetzt Besprechungen. Ja, wollte gerade sagen. Achso, voll übermotiviert. Okay, ja, dann. Hab ich nicht mitbekommen, tut mir leid. Naja, oben auf dem Dach. Verstrafen, zwei Runden ums Degi laufen. Ja, sie könnten schon mal alle hochgehen, also zumindest Laban. Okay. Ja, lass mal alle wohnen. Soll die Streifen zurückrufen? Ja, wäre gut. Auch die Streifen, die aktuell des Bahama Mamas kontrolliert, wegen der Drohung. Ja, ich glaube, die sollten wir hier stehen lassen, ne? Naja, bei einer Besprechung sollten wir aber alle anwesend sein, ne? Aber die sind mitten irgendwo drin, glaube ich. Okay. Weil Streife 4 fährt da nämlich, glaube ich, noch an, ne? Streife 4 fährt gerade diesen Dispatch an, äh, bei United da in der Nähe, den wir nicht gefunden haben, scheinbar. Okay. Ja, noch ist Chef eh im Büro, oder? Ja, alle zurückrufen denn gleich oder nicht? Ähm, sollen die Rekruten irgendwo Besonderes finden, oder? Ja, könnte ich mich dran gewöhnen, dass das so voll ist. Allerdings muss ich die nicht alle um mich herum stehen haben. Das ist irgendwie etwas, das ist irgendwie etwas, das ist irgendwie etwas Erdrücken gerade gewesen. Mhm. Ja. 32 Personen im Dienst. Ei, 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 ei. Ja, dass man jeden beim Namen kennt, ist, glaube ich, vorbei erstmal. Auf Dachkommeln. Schon mal von der Herde Rekruten überrannt worden? Ich schon, gerade eben da in der Tür. Check. Wir lassen einfach immer, immer fünf Stück in einer Reihe und dann nach hinten immer ganz viele, ne? Und dann können wir die einfach irgendwo reinrennen lassen. Wie so ein Rambock. Aha. Okay. Nein, machen wir natürlich nicht. Das ist ja mein Plan. Hallo, Bischof. Tag hoch. Jummo. Was ist denn hier oben? Was tust du da, Bischof? Ey, Harper. Die verflicken, nimm mir jetzt die verfluchten Hände. Ja, da hast du mich daran, dass ich mein Fahrrad noch da vorne um dir gestehen habe. Ja, siehste. Geht doch. Erinner dich, bevor wir eine Angel kaufen gehen. Alles. Du hast noch keine? Ich hatte eine, habe aber mein ganzes Zeug im Emperor gehabt und habe den dann verkauft. Ich habe zwei Angeln und zwei Messer, ich kann dir das geben. Ja, ich treffe vier, Abschwimposition, die Mediziner schützen. Habe ich auch noch zwei, drei, ja. Ja, läuft. Ich sage Bescheid. Ich habe auch hier noch eine Box bei mir im Auto. Also ihr habt ja wirklich jemanden vor Ort gefunden. Weil ich habe mir alles gekauft. Dann habe ich mir die Nightshade gekauft und da war auch noch mal alles. Weißt du, ich habe mir das alles gekauft und war auf dem Weg, war verabredet mit vier Frauen zum Angeln, ne. Oh, ey, die Geschichte kann ich nicht mehr hören, Alter. Und der Banks ist dann gefahren und war der Meinung, uns im Fluss zu versenken, ne. Und ich war angeschnallt und habe zu viel Wasser geschluckt. Mhm. Ja, und dann hat sich der Abend damit erledigt. Es war nichts mehr mit Angeln gehen. Ach, der labert Bullshit. Oh, ich glaube denen keinem. Ich glaube denen nichts. Voll der Cockblocker. Du bist ein richtiger Strunzer, weißt du nicht? Hast du gerade Cockblocker gesagt? Ja, hat er. Weiß er nicht. Ja. Was gibt es da bei dir zu blocken, Lava? Oh, snap. Wie soll ich jetzt ausgehen, wo du da oben, äh? Wann geht er los? So, alle aus darf jetzt, oder was? Demnächst, oder? Ja, wenn alle da sind, geht's los. Schief ist zwar noch im Büro, aber... Ich glaube tatsächlich, die Schablone ist jetzt nicht mehr, ne? Also wir müssen das Haar auch noch nachbauen. Ne, das passt schon. Das geht sich raus. Wenn nicht, wir haben noch einen zweiten Landeplatz, ne? Ja, aber ein bisschen weiter weg. Ja. Da können sich auch noch ein paar Leute im Kreis stehen. Ja, wir müssen uns nur einen Gangmitglied hierher holen. Der kann uns dann anordnen und das beibringen und dann... ...die sind da ja geübt drin. Panzerknacker, haut rein, Bludi. Ja, wir müssen uns dann anordnen. Ich geh auch mal hoch. Die sind echt gerade alle hochgestampft, ne? Ja, klar. Ist irgendwas oben? Ja, gleich, gleich. Ah, okay, dann geh ich auch schon mal hoch. Let's go. Ja, ich rauch noch auf. Was wollen die hier? Wer? Ja. Wollen wir das auch gleich mal machen mit 30 Mann? Ja. Das sind die blauen, oder? Ja, blauen. Mit 30 Mann bei denen durch die Hut. Klar, kleine Service-Dienstleistung. Wir fahren einmal mit einem bei denen vorbei. Jeder Officer nimmt einen Streifenwagen. Soll ich den Brest mal anrufen und sagen, machen wir auch gleich mal? Ne, nicht anrufen. Einfach unangekündigt. Jeder Officer, also wirklich jeder Officer, einen eigenen Streifenwagen und dann go. Aber ich wette noch, bei uns sieht das schöner aus. Ja, aber gucken, wie doof die dann schauen, ne? Oder alle mit dem Motorrad, kommt auch gut. Ich würde das so feiern, wenn wir da wirklich durchheizen. Also, ich möchte das nicht mit 30 Motorrädern machen. Ne, aber zwei Motorräder vorne weg, zwei Motorräder nach hinten und dazwischen nicht auf dem Streifenwagen. Ich bin dafür, bei der Menge an Streifenwagen belassen wir es wirklich bei Streifenwagen. Ja, das ist doch nur so eine Parade, weißt du? Mhm. Der Chief ganz vorne und alle mit dem Streifenwagen hinterher. Wollen wir jetzt auch schon mal nach oben gehen, oder was? Ja, los geht's. So, Alper, soll ich alle Streifen zurückrufen, ja oder nein? Ja. Ja, gut. Achso, du bist gleich Stelle, ne? Chen? Hä? Hä? Was denn? Ich hab Chen gehört. An alle Streifen, äh, 10-0-1, äh, Grundbesprechung auf dem Dach. Ja, Leitstelle für Sie zur Info, Streife 4 ist hier noch auf dem Einsatz. Wir begehen uns dann schnellstmöglich zurück ins Beding. Check. Ja, Mensch, siehst du, es ist doch noch genug Platz hier. Ja. Ja, schieb doch noch mehr. Wie, was schieben? Ich steh doch hier. Wie? Schieb mal. Geh mal wieder da rum auf deinen Platz. Nee, Papa ist ja am Schieben. Papa, jetzt hör doch mal auf. So, sind jetzt alle glücklich? Ja, ja. Kann ich jetzt die Arme verschränken, ja? Mach's doch sowieso. Boah, ich glaub, ich seh Herr Bourbon da zweimal, aber das ist, glaub ich, beidesmal nicht Herr Bourbon. Doppelter Bourbon? Ja. Machen wir jetzt hier eine Bar auf, oder was? Sag mal, hast du noch mit den Grimes eigentlich weitergegeben? Nee, wollten wir doch machen noch, ne? Chef ist ja heute da, lass es gleich machen. Wenn der gleich Zeit hat. Hast du gehört? Ja. Ja, ja, ja. Alles gut. Kommt der nächste dringend. Ey, unglaublich. Jetzt schieb. Wer schiebt hier was denn? Äh, du siehst aber den Dings, ne? McCain. Ja, der steht doch hier ganz normal. Naja. An sich Sache. Beruhig dich doch mal. Ja, renn weg. Ja, genau. Wenn der mich jetzt schubst, ne? Na, geht doch. Alles gut. Ja. Können wir machen. Ohne Probleme können wir machen. Für alle Leute aus meinem Team dann, äh, nochmal kurz hier oben bleiben. Och, nee. Oh, immer diese Extrastrafen, ne? Ja. Wir brauchen einen größeren Kreis. No, ja, nee, ne? Streife 4 für 7, komm. Ja, was? Sind da, ist der United zugange? Sind die da? Äh, United aktuell nicht sichtbar. Wir können uns hier gerade nicht vom Krankenwagen wegbewegen. Wir haben ja einen Russen aufgenommen. Okay, check, Ende. Das ist wie du, du probierst noch am Apparat. Der ist im Dienst allerdings gerade nicht hier. Was? Der hier von der Seite. Ja, versuch mal noch zu telefonieren hier. Da fehlen noch neun Leute. Lonely, lonely, lonely. Weil es sind die jetzt nicht falsch. Gott, der hat irgendwie gerade ein Ohrwohnung. Das ist ohnehin. Hapern, nachher Bude angucken, ne? Jo. Ja, apropos Bude. Hat dich der Kuppe rausgeworfen, oder was? Der dreckige Wichse. Hat dich wirklich rausgeworfen? Das war eine dreckige Wichse. Ich war letztens so runter, wenn ich so eine Karrenklaue habe, weißt du. Fertig. Eine Frau, Vero Nova, hat gerade angerufen und erbittet ihren Rückruf. Okay, mach, sobald ich Zeit hab. Check, so verstanden. Ja, und jetzt? Jetzt bist du obdachlos, oder was? Nö, nö. Vero Nova. Der hat sich doch auch noch beim Cole eingenistet. Ich wollte gerade sagen, hast du dir jetzt irgendeinen Rekruten geschnappt und dich da hingenistet? Wer sich freiwillig meldet und ein geiles Auto hat? Ich sag mal so, wenn du mich befördern kannst. Unglaublich. Wow. Ich kann mich sogar befördern. Kommt drauf an, was für eine Karasse. Der Chef da gerade neun. Ja, McCain. Also, ne? Ich hab einen Tempester, einen Schwarzer und einen Kuruma. Also, wenn du eine Beförderung klar machen kannst. Ja, da hast du's haben. Da hast du deine Antwort. Wer ist denn der Brenner und auf Streife 4, wer noch? Streife 2 ist auch noch draußen, oder? Ja, Staffel 2. Das ist Degering und Tudelhof auf 4. Check. 61. Gucken wir so ein bisschen rund ums Gelände, ob das wirklich Schüsse waren, komm. Check. Ich check mal den Strand ein wenig ab. Colissa und Gray sind auch noch im Bahanos. Ja, die bleiben noch erstmal. Okay. Also, können wir so anfangen? Ja. Ähm, Moment. Aber jetzt ist der Brenner nicht da, ne? Ja, entweder warten wir jetzt noch kurz. Äh, Brenner, wisst ihr schon, wisst ihr, wie lange ihr noch braucht? Äh, der hängt gerade am Tropf. Äh, ich hoffe mal, so in den nächsten 3-4 Minuten ist das hier durch. Komm. Äh, Check. Äh, jetzt haben wir die 3-4 Minuten noch warten. Ist das wichtig, weil Brenner heute bei der Ausbildung auch dabei war mit Stevenson und Bishop. Ja, warten wir noch ein bisschen. Da kann ich euch mal was ansprechen. Und zwar geht's darum. Ähm, sollten Sie mal mit einem Kollegen auf Streife sein. Und, ähm, Sie sind mit der Arbeit von dem Kollegen nicht zufrieden. Dann bitte ich Sie, gehen Sie nicht zum nächsten Kollegen oder zum anderen Kollegen und jammern über den Kollegen rum, sondern sagen Sie dem Kollegen im Ruhigen, hey, ich finde das, was du da gemacht hast, nicht so gut. Äh, das kann man so und so anders machen. Aber dabei bitte auch immer sachlich bleiben, ja, und nicht mitten im Einsatz. Weil, ja, auch selbst wenn der Rang 4 sein sollte und Sie sind gerade mal Rang 2, ja, reden Sie mit dem. Sachlich und ruhig. Und wie damals schon die Regeln nicht hinter den Rücken lästern und schlecht reden über die Kollegen und so. Weil das geht wirklich. Auch wenn es okay ist, Kritik ist auch gut, aber nicht hinterm Rücken. Das ist ein komplettes No-Go. Sollte eigentlich jeder wissen, oder? Das wurde uns ja damals schon beigebracht. Cool. Oder will die unbedingt einer lästern, der könnte jetzt die Hand nehmen. Nee, ich habe aber noch eine andere Kleinigkeit. Ja, dann hauen Sie raus. Ich hoffe, mich hört jeder. Wenn jemand die Leitstelle hat, um 24 Uhr nochmal die Türen kontrollieren. Das ist jetzt öfter schon nicht passiert. Ist aber enorm wichtig, dass die Zellen wieder abgeschlossen werden und auch hinten. Und Türen, die abgeschlossen werden müssen, ist der Weg hier hoch. Dann unten im Gefängnis, bei den Zellen die drei Türen, hinten raus die Tür und die Waffenkammer. Die Tür, die nach unten führt aus unserem Warteraum, die muss nicht abgeschlossen werden. Wir begeben uns jetzt hier 0-2 mit Verdächtigem Schleppdaukern. Ja, dann schlägt es auch wahrscheinlich. Aber gewöhnt euch das einfach an, bei einem Leitstellenwechsel das nochmal selbstständig zu fragen oder selber nochmal nachzuschauen. Haben das alle mitbekommen? Jo. Was McCann gerade auch gesagt hat? Okay. Gut, dann habe ich noch was. Und zwar hatten wir schon einen Satz und einen Bayonider-Tort. Ja, es waren nicht viele Officer da, ganz klar. Es waren auch nicht viele hochrangige Officer da. Aber es waren genug Leute da mit Erfahrung und mit einem gewissen Rang. Wenn ich sehe, dass dort im Funk, dass ich auch höre und sehe, wie sie da rumfahren und jeder sagt, was soll man machen, was soll man machen? Jeder, der hier die Erfahrung hat und der MPO ist, ich bitte Sie, ergreifen Sie dort einfach mal die Tat. Ja, sagen Sie, ich mache dort Einsatzleiter. Es kann nicht immer sein, dass Sie darauf warten, dass der Herr Albrecht da ist oder dass der Börben da ist oder sonst wer, der höheren Rang hat, als Sie haben. Wenn Sie vor Ort sind, als erstes oder zweites, sagen Sie hier, die Nummer so und so übernimmt Einsatzleitung. Dann koordinieren Sie das, so gut Sie es können. Kollegen unterschützen Sie auch dabei. Keine Angst vor Fehlern haben. Ihr könnt, niemand kann was falsch machen. Wenn Sie was falsch machen, passiert das und dann wissen wir das nächste Mal Bescheid, dann müssen Sie sich ändern. Ganz einfach. Aber hier wird niemand den Kopf abgerissen für irgendwelche Fehler. Also, wir würden Sie beim nächsten Mal ändern. Wir haben übrigens bei dem Vorfall zwischen United und den Russen drei Russen mitgenommen zu JVA. Insgesamt vier, einer davon hat zugegeben, dass er geschossen hat, so dumm wie er ist. Der wurde eingesperrt, den anderen drei Russen konnten wir nicht nachweisen, dass die geschossen haben. Die hatten auch keine illegalen Waffen dabei, genau wie United. Deshalb ist da nichts großartig passiert vorhin. Damit alle Bescheid wissen. Sollten Sie mal selbst in dem Fall sein, dass Sie so eine Situation haben und dass Sie auch in der Fallakte das einsehen und die Kollegen fragen nach. Bitte denken Sie daran, Sie können Notizen einfügen. Dann fügen Sie auch dort ein. Wurde nicht verhaftet, weil so und so. Das ist wichtig für andere Kollegen, die die Fallakte dann begutachten. Soll nicht auf dem Schlauch stehen. Gut. Ja, ich glaube, Brenner ist unten, ne? Ja, der kommt gleich. Hopp ich mal. Wie sieht es beim Bahamas aus? Ist es ruhig da? Bis jetzt, ja. Da hätte ich heute abzammeln können. Und dann noch etwas, und zwar werden wir Tage auf jeden Fall bei United vorbeischauen. Wann und, ja, ich sag mal, die Uhrzeit kann ich nicht sagen. Das hängt davon ab, viele von denen da sind. Ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, ähm, heute spät Nachmittag, ca. nach 18 Uhr, glaube ich, oder Albrecht? Albrecht? Nach 18 Uhr, ja. Ja. War wohl einer der Herren hier auf dem Motorrad und meinte, er müsste in eine Gruppe reinschießen mit automatischen Waffen. Das geht nun mal ganz, das geht ganz klar überhaupt nicht, ja. Dementsprechend werden wir dort reinfahren, denen eine Ansage machen, wenn sie es immer noch nicht verstehen, dann wird mal der Hammer ausgepackt und so ordentlich. Geil! Also der Kreis ist ja fast voll. Ja. Ne, ne, alles gut. Äh, ich würde gerne Bishop in den Kreis bitten, weil es gibt bestimmt einige von euch, die heute nicht beim Training dabei waren und die Fragen haben. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. Äh, Brenner kann natürlich auch kommen und, ähm, Stevenson auch. Hier in die Mitte. Bishop, wenn du möchtest, kannst du auch was für dein Training erzählen? Klar. Noch mal, oder wann sich das wiederholen wird? Und das sind die Oldschool-Jungs, die bereit sind für Veränderungen, Alter. Und hier soll er greifen und was übernehmen, Alter. Schaut er an die Jungs. Wir haben hier heute Ausbildung durchgeführt mit, äh, zehn unserer neun Rekruten, die wurden heute, äh, teilweise eingestellt, einige von denen waren jetzt schon ein paar Tage da. Äh, ich werde euch ganz kurz, ganz knapp berichten, nicht ausführlich, was wir dort getan haben und, äh, was wir dort, äh, gesehen haben. Äh, wir haben die Rekruten dort erstmal hingekarrt und haben denen gezeigt, was wir für Fahrzeuge und was wir für Ausrüstung haben. Äh, haben denen ein bisschen was erzählt, was unser Job ist, was wir, was wir für Spezialisierungen haben und was die für Aufträge haben. Vielleicht noch eine Stufe leiser. Da unten hat jemand gerade geschrien. Ich glaube nicht, dass der durch Wände hören kann. So, kann mich, kann mich immer noch jeder hören? Hier, da drüben einmal kurz die Hand heben. Ja, ausgezeichnet, super. Äh, das kriegen wir hin. Äh, ähm, danach haben wir eine Funkeinweisung durchgeführt, das heißt, äh, wie funktionieren Funkdisziplin, wie ist Funkweise, Funksprüche, Meldungen, Funk- und Statusabfragen, haben dann im Anschluss direkten Orientierungs- und Funkübungen durchgeführt, wo auch gleich, Einsatzführung von Gruppen mit durchgeführt worden ist. Ähm, im Anschluss eine Gesprächsführungsausbildung, was die Positionierung und die Aufgabenverteilung und natürlich auch die Sicherungsposition angeht. Ähm, eine Schießausbildung war noch dabei, da haben wir mal alle Dienstwaffen vorgeführt und die Rekruten durften mal selber ausprobieren. Ähm, ja, sie haben, haben noch den 1026 vernünftig ausgebildet, das heißt, wie positionieren die sich, äh, mit ihrem Fahrzeug, wie positionieren die sich, äh, sobald sie aussteigen, wie steige ich aus? Das heißt nicht, dass ich ständig mit meiner Schießung an den Türen fest, äh, hänge und, äh, uns die Mechaniker ständig die Ohren, äh, langziehen. Wir haben dann noch die Personendurchsuchung und, äh, Festnahme durchgeführt und geübt, dort die Durchsuchung und die Beschlagnahmung, äh, gegenübergestellt und, äh, deren Handhabung, ähm, ähm, ebenfalls trainiert. Es gab dann im weiteren Verlauf noch weitere praktische Übungen, was den 1026 angeht, mit kooperativen und renitenten, äh, Personen, dort haben, äh, der Brenner und ich uns diverse, äh, Stromstöße abholen dürfen von den, ähm, recht motivierten Rekruten. Und natürlich haben wir auch das Police-Chasing durchgeführt, das heißt, wie stoppe ich ein Fahrzeug mit unserem Streifenwagen und auch, äh, mit gebrauchter Schusswaffe. Spannung, Spiel und Spaß hat natürlich auch nicht gefehlt, äh, hinterher haben wir ein bisschen, äh, Team-Taser-Tag gespielt und noch ein bisschen Free-for-All. Und haben dann noch offene Fragen mit den Rekruten geklärt. Gibt's da irgendwelche Fragen? Sehr schön. Äh, da war eine Frage da drüben. Hier rechts? Ja. Äh, wird so ein Training nochmal wiederholt und wenn ja, wird es dann angekündigt, weil ich wusste nichts davon und wäre dann heute vielleicht eher in den Leads gekommen, um sie nehmen zu können. Verstehe ich. Äh, diesmal erstmal, da wir hier eine große Anzahl von, äh, Rekruten eingestellt haben, den Rekruten vorbehalten, äh, soweit, dass die eine vernünftige Grundausbildung bekommen. Ich, äh, werde mich mit meinen Ausbildern, äh, Inspektor Stevenson und, äh, Corporal, äh, Brenner noch, äh, kurz schließen. Wir werden diesen, äh, Übungstag hier heute nochmal kritisch reflektieren, was wir noch ändern wollen, was wir noch besser machen wollen. Und, äh, wenn wir damit durch sind, das wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich denke, innerhalb der nächsten Tage werden wir das durchführen, dann werden wir natürlich weitere solche Termine anberaumen und, äh, für Bedarf, äh, den Bedarf natürlich auch decken und das dann dementsprechend auch ankündigen über die, äh, Police Department, äh, Leitung. Alles klar. Ja? Weiter. Ja, bitte? Ich will den Kind von dir, Bishop. Okay, komm her, dann packe ich meinen Kotknüppel aus. Kriegen wir hin. Äh, äh, was das Thema Taser-Tag betrifft, das werden wir trotzdem zwischendurch, zwischen der Ausbildung mal unter der Woche einwerfen, was wir gestern auch gemacht haben mit Cooper Hill, Van Damme und wer war noch dabei? Ludwig war noch dabei. Ludwig. Der Ludwig, genau. Das werden wir trotzdem zwischendurch mal reinwerfen. Als ganz, ganz kleine Ausbildung, als kleines Event zwischendurch. Wenn wir echt nichts zu tun haben. Gut, ich möchte euch noch ganz kurz von den neuen Rekruten berichten. Wir haben tatsächlich, ähm, dort einen Haufen von Rekruten, die sich, äh, im Rahmen dieser ganzen Übungen, äh, immer mehr zu einem Team entwickelt haben. Die haben, äh, teilweise, und das muss ich auch zugeben, in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Situation besser agiert, als wir so in der Vergangenheit. Auch, ähm, noch weiter zurück in der Vergangenheit. Das war teilweise ausgezeichnete Leistung. Ähm, jetzt ist es an euch allen, diese Ausbildung, diese Grundausbildung, die wir dort durchgeführt haben, auf der Straße zu festigen. Wir wurden alle auf der Straße ausgebildet, wir wurden auf den Streifenwagen geschmissen und, ähm, haben gelernt. Das war gut. Wir haben gut gelernt und wir sind alles gute Officer geworden. Aber diese Officer, die jetzt diese Grundausbildung haben, die werden jetzt vorbereitet, das erste Mal auf dem Streifenwagen sitzen. Und ihr habt jetzt, äh, jetzt die Möglichkeit, diesen Officern das, was ihr an Erfahrungen da draußen, äh, mitbekommen habt, weiterzugeben, sodass die davon profitieren können. Das muss unser aller Ziel sein. Noch irgendwelche Fragen? Brenner, willst du noch was sagen? Ach, da sind noch Fragen. Ähm, ja, hier erst, erst von euch aus links, dann rechts. Sprech lauter. Okay, äh, sie wollten die einzelnen Ausrichtungen nochmal ansprechen, was wir für Möglichkeiten haben, wie wir uns entwickeln können. Brenner? Hattest du das noch gemacht? Äh, nee, da kamen wir am Ende nicht mehr zu. Alles gut, das holen wir nach, gar kein Problem. Ähm, die Rekruten, die wir an der Übung, beziehungsweise an der Grundausbildung teilgenommen haben, die können sich dann gleich noch mit dem Brenner hier, ähm, treffen. Ähm, das ist dann im Prinzip auch nochmal eine kleine Pflichtveranstaltung, das dauert nicht lange, dass das auch nochmal vollständig durchgeführt wird. So, da war noch eine zweite Frage. Äh, ich wollte nur fragen, ob es nochmal beim Taser-Tick gewünscht und reicht, um befördert zu werden. Wer hat denn hier den Bourbon vorhin lang gemacht? Wer war das denn? Der erste war der McCain. McCain? Tja, dann ist der erste, der befördert wird auch McCain, würde ich sagen, ne? Läuft. Den Bourbon hab ich auch Spaß mit dem System Chief. Oh, Mr. Bourbon, der Jen, der sagt, der hat in die Hose ausgezogen. Ich glaub, das müssen sie nochmal rückspielen. Ja, nächstes Mal komm ich nicht im Anzug. Bin allzeit bereit. Oh, oh, große Worte. Das hat sicher Spaß. Ja. Alles klar. Äh, Stevenson, hast du noch was? Dann möchte ich mir tatsächlich als allerletztes auch sagen, ganz, ganz herzlichen Dank an Brenner und Stevenson. Ohne die beiden wäre das heute nicht möglich gewesen. Nein, das machen wir lang. Ohne die beiden hätten wir heute keine qualitative Ausbildung durchführen können. Also hier, mein ganz herzliches Danke an die beiden, ne? Und einmal Dank an Herrn Bischof, dass er die ganze Aufgabe geleitet hat. Ja, alles gut. Ja, ebenfalls danke, Herr Bischof, für das ganze... Ja, Herr Bischof, einmal... Ja, entspannt bleiben, Leute. Entspannt bleiben. Was immer der Dienst erfordert, ist Befehl. Einfach kann jeder. Also in der Zwischenpartie für die ganze Aktion, die wir heute hier gebracht haben, auf jeden Fall den Grundbaustein geliefert und... Muss ich ganz ehrlich sagen, Brenner und ich haben da bloß noch ein bisschen zugearbeitet und da noch ein paar, ähm... Extrasachen mit dazugebracht, aber... Wir haben da sich gegenseitig rohnen. Leute, jetzt reicht Sebastian Stevenson. Ihr könnt das Lob ruhig annehmen, das war... Ja. Das war super. Es war einfach nur sprachlos. Extrem gute Arbeit. Einfach nur extrem gut. Ich hoffe auch, dass jeder andere, auch die Leute, die schon ausgebildet sind... Äh, trotzdem beim nächsten Mal auch nochmal daran teilnehmen. Genau wie bei den Taser-Gänzen-Aktionen, da kann vielleicht mal ein Hill oder ein Cooper was sagen. Äh, die Leute haben gestern mehr getasert an einem Tag, in ein, zwei Stunden, als in ihrer kompletten Laufbahn. Was willst du hören? Na, wie dir gefallen hat. Ja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, man lernt auch mit dem Taser deutlich besser umzugehen, Reichweiten einzuschätzen, wie weit der kommt. Ähm, dann sieht's manchmal so aus, als hätte man getroffen, hat aber nicht und so weiter und so fort. Also, einfach machen bringt einem meist, äh, also bringt einem am meisten, als einfach nur immer die stumpfe Theorie zu hören, wie es ist zu Taser. Ja. War sehr gut. Ähm, ihr werdet auch nicht nur am Taser dann trainiert, sondern auch mit den richtigen Waffen, bei der Ausbildung von Bishop und Stevenson und... Äh, Brenner? Check. Wir haben auch schon mit dem Ammonation gequatscht. Läuft bisher alles, ist alles bisher ruhig. Ja. Und die Tanzfläche ist noch voll. Alles klar, perfekt. Weißt du Bescheid, ne? Alles klar. Ciao. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die könnt ihr so in euren Streifendienst einbetten. Ähm, dachte ich mir so, ne? Was denn? Ähm, wenn Leute wirklich Lust haben, Schießübungen zu machen, dann glaube der Herr Hoffmann, so heißt er, ne? Richtig. Wenn wir das Pauschale ausgemacht haben, dann können dort, äh, alle auch im Streifendienst mal den 20 Minuten sich dorthin stellen, ne? Ich denke nicht, dass wir dazu dreist, äh, mit der großen Masse hier da aufwarten werden. Ne, 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 in kleineren Teams dann. Wichtig ist, den Umgang mit der Waffe zu lernen. Wie sie sich anfühlt, wie man schießt, das Geräusch dabei. Sonst, die Leute, die Fragen haben zu den, ähm, einzelnen Einheiten jetzt, äh, FIB, SRT und Combat Medics, dann pff, ich denke schon, wenn ihr jetzt Fragen habt, äh, könnt ihr die, also... Ne, das wollt ihr, ne, das wollt ihr auch Bischof gleich noch machen. Wollt Bischof machen? Ja. Diejenigen, die da auch noch nicht richtig über, äh, informiert drüber sind, die können gerne auch hierbleiben. Nicht nur die Rekruten, sondern alle anderen auch. Wie sie sich das nochmal anhören möchten. Ansonsten waren das für heute. Extrem gute Arbeit. Einer der besten Tage schon seit vorgestern. Ich würde gerne als Letztes noch kurz was sagen. Ja, natürlich. Machen Sie. Äh, so, liebe Kollegen, ich bin, äh, Raik Bershon, PD Nummer 28 und aktuell die Leitstelle. Wir sind jetzt ein ganzer Haufen Leute und das wird gleich beim Einstellen vielleicht ein bisschen, äh, anstrengend. Das heißt, äh, ich werde vorne vor dem PD auf euch warten und würde euch bitten, wir gleich einen Feierabend, und geht, geht in den Feierabend und tritt ein bisschen beiseite, sodass es mir leichter fällt, die Leute einzuteilen. Ich werde gucken, dass ich die Streifen fair aufteile und entsprechend, ähm, die Rekruten, die noch da sind, mit einem Ausbilder auf Streife schicke. Ähm, also wenn ihr hier oben gleich noch seid, ich stehe noch eine ganze Weile unten und schicke euch dann mit den Jungs raus, die noch da sind. Jawohl, so verstanden. Check. Ja, wunderbar. Check. Mal schön klatschen hier. Gut. Ja. Ja, das war's dann. Nee, das ist jetzt immer ein Gehaltserhöhung. Sie wünschen nochmal für die Information, in welche Richtung ihr gehen könnt. Wie gesagt, gerade kann jeder bleiben, der sich dann nochmal anhören möchte, die Rekruten des E-Pflichtprogramm. Ja, aber du bist da so ein Zeichen. Und dann wünsche ich nur einen schönen Abend. Oder hat noch jemand eine Frage? Nein, Kalt, danke. Okay. Alles klar. Ähm. Ja. Haben wir jetzt noch FIB-Sitzungen oder nicht? Der McCain wollte noch quatschen, ja, ja. Der wollte noch quatschen, ne? Ja, ich würde sagen, wir warten noch kurz im Moment. Ja, ja. Mach dir den da gerade lang, oder wann? Sag mal, wie viel kostet eigentlich die Buchte, die du dir da ausgeguckt hast? Okay. Was bitte? 100.000. Warte, 100.000. Ein Apartment in den Westpucci-Kanälen da, beziehungsweise das geht bis hin zum Strand. Ah, so ein Apartment? Ja, im so ein Apartment. Oder ja, das Haus. Ah, das ist in der Hotelanlage, würde ich sagen. Da haben die oben so ein paar Apartment reingemacht. Doch, schick. Was? Wir gucken uns das gleich an, Huffer. Den da schon wieder so komisch. Wollen die doch noch mal kurz erzählen? Ja, die teilen die Dings ein. Ja, wir werden gleich noch mal kurz über die Spezialisierung sprechen. Okay. Wir warten noch kurz auf Brenner. So, Jungs, Mädels, dann kommt mal ein bisschen dichter ran hier. Lass uns mal einen kleineren Kreis machen. Da brauche ich nicht mehr zuhören, ne? Zwei Spezialisierungen in Reichen. Welche zwei? SHT und FIB. Ach, bei denen bist du auch mit drin. Ja, ja, klar. Na, SHT ist ja nur, wenn... Wenn irgendwie ein Einsatz ist, ne? Ja, gut. Flieger gehört mit zum SHT. Ne, der will mir kurz das Apartment verzeigen, was er sich ausgeguckt hat, damit wir uns das dann zusammen kaufen. Ja, zeigen wir ihm, wie man angelt. Was? Du weißt schon, dass wir beim FIB sind und einen Granger ausparken können? Sind die schon wieder am Lestern da? Du musst das Fenster auf Kipp machen. Die Fische... Sollte eigentlich gehen, ne? Ja, können wir ja gleich ausprobieren. Ja, eben, weil das ganze Futter-Zeug ist und was nicht gesehen, muss ja alles messen. Wir wollen gleich angeln gehen. Und die Frage ist halt, ob wir unser Zeugs da alles dann in die FIB-Karre reinkriegen zu werden. Oder den Granger. Generell kann hier die Hausverwaltung und so ein Scheiß, die Fahrzeugverwaltung kann da ja nicht ausstehen, wenn wir da irgendwelche Sachen drin reinfallen. Wir haben hier über elf Rang-Einser. Und ihr wollt gleich angeln gehen. Ja, wir nehmen ja einen Rang-Einser mit, keine Torre. Nee, ich denke mal, ihr werdet beide einzeln auf einer Streife sein. Mit einem Rang-Einser. Kannst du vergessen. Wenn ihr es gerade vorhin seid. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich mache es, wir gehen sowieso noch ein bisschen angeln und dann muss ich nachher wieder weg. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Erstmal gucken, wie viele Rang-Einser noch dableiben. Das ist nicht richtig. Und wie wir jetzt in den Feierabend gehen. Ich war gestern den ganzen Abend ja zivil, weil wir ja auch so viel waren mit den Graves unterwegs. Ja, nicht mit mir, ich weiß. War schon gut. Also, du kriegst halt viel mit. Ist halt einfach so. Bei dem Vorfall am Kräuterhändler, wo die Russen und United da waren, Harper, waren wir komplett vor Ort da, wo wir letztes Mal standen zum Kippen brauchen. Dann waren wir noch bei den Rockern, dann waren wir am Stadppark und dann waren wir bei der Fete an den Vespucci-Kanälen. Wie, da waren Fete? Na ja. Da habe ich mir dann ja das Apartment ausgesucht, Cole. Denk mir so, was ist das denn hier? Kommst du da zum Pool? Erstmal acht Frauen drin am Tanzen. Dacht man so. Ich habe geschlafen, ich fasse. Und so wie ich mitbekommen habe, wohnen da wohl auch ziemlich viele von denen. Die haben da so eine, ja, Fede halt geschmissen. Da sind oben ganz schön viele Wohnungen. Also ich würde mal so schätzen bestimmt, no, 10. Das geht halt da bis zum Strand hin. Ist halt so zwei Gebäude mit einer Brücke verbunden und da oben ist halt Boah, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, ne? Ein riesiger Pool und kannst abhängen da oben und kannst halt bis vorne zum Strand laufen und dann zum Pier gucken oder halt an die Küste, ne? Hm. Ja, nur zu. Ich mache dann halt direkt in der Nachbarschaft, ne? Aber wobei ich da sagen muss hier die ganze Sache ein bisschen zurückschauen. Ich habe die letzten Tage ein bisschen zu viel anhanden. Soll ich auch direkt in der Nähe hier, da wohl, wie hießen die? Crowns oder so? Ja. Die waren doch auch da, oder wel? Die Roten? Ja, genau. Ja, ja. Wenn die nicht mehr sind, dann können wir doch da hin, ne? Ich habe gehört, unten in Davis sollen Wohnungen freigeworhen sein. Ja, aber wenn wir schon mal, dann können wir sowieso da oben wohnen und können wir doch einfach da hin und unsere Platz da hochziehen, oder nicht? Ja, ja. Also. Wenn wirklich jemand zu mir will, dann müsst ihr euch damit befassen, dass ihr, wir leider die Buh-Männer sind. Und der Mistbauer kriegt doch die Fähigkeit. Wir sind die Buh-Männer, wow. Das hat er mir aber nicht gesagt, als ich die Spezialisierung gewählt habe. Warten hat er gesagt? Dass wir die Buh-Männer sind. Ja, ist doch so. Aber das hat er mir nicht gesagt. Hat er nicht? Nee. Joa, falsche Werbung halt, ne? Ja, das war für mein Teil, ne? Hat er schon unterschlagen. Genau. Blitzohr. Hm? Der hat euch richtig schuld verarscht. Wartet jetzt eigentlich drauf, dass er die Rekruten fragt, ob jemand ein Plätzchen heute Nacht frei hat. Ist keiner mit seiner Information alleine. Macht er gleich im Einzelgespräch. Alles so. Fuck, wo die wohnen. Was für ein Buh-Männer. Deswegen ist halt... Die will ja erstmal, was die für ein Auto fahren. Was ich mir halt echt kritisch vorstelle, wenn wir jetzt immer so 30 Leute oder so sind, ne? Und da auch irgendwie 10 von zum FIB noch kommen. Ey, wie willst du denn dann die Mindmap führen mit 15 Leuten, Alter? Ganz ehrlich? Hat dann nur eine gewisse Handzugriff. Ja, McCain und ich haben das sowieso nicht geplant, dass einfach Huns und Kunst da mit reinkommen. Also, dass das so groß wird. Weißt du, was ich meine? Einmal hier? Steht hier. Dass die jetzt hier halt groß und breit erklären, das sind die Spitalisierung und hier das FIB. Dass die da quasi den Hoffnung machen, ja, im Prinzip könnten jetzt alle 10 Rekruten da mit reinrutschen. Das ist nicht. Hoffe ich zumindest. Ansonsten kriegt er nochmal einen Einlauf. Ja, du musst es halt sehen, ne? Wenn du aber irgendwann, sag ich mal, 50 Kollegen hier hast, dann ist das halt so, ne? Aber dann muss man, wie Harper halt sagt, nur gewissen Leuten Zugriff auf die Mindmap. Man muss halt anpassen, wie viele Agenten man hat und wie viele Agenten man so braucht. Ja, ja. Macht halt keinen Sinn. Lauter? Ne. Ah ja, mal gucken. Wenn das ja alles läuft und größer wird, dann wird sich noch einiges entwickeln, dann geh ich schon aus. Ja. Also hier und da kann vielleicht nochmal einer dazukommen, aber das ist ja eine wichtige Sache, so im Großen und Ganzen. Und dann kannst du nicht einfach jeden dahergelaufenen, ne? Weil man reinsetzen. Na klar, aber vielleicht hast du da 10 gute Redner gerade dabei. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Haut raus, Kritik. Ist alle checkt? Wenn ihr sonst irgendwann später noch Fragen habt, einfach die Leute anquatschen, ne? Keine Angst haben. Die Leute stehen auf dem schwarzen Brett. Ansonsten könnt ihr auch immer Bishop oder... Wir wollten jetzt gleich... Warum? Wir gehen doch schnell zu Williams da, oder? Harper? Wir haben da auch noch was mit mir. Ja, los. Nur manchmal. Du hast da mehr gehört. Ich habe teilweise nur was mit mir gehört. Ja, ich habe da auch nicht viel mitgekriegt. Ja, aber du kannst ja mal, ne? Sagen, wer da alles war und dass die da wohl wieder, ne? Moin, moin. Moin, moin. Ich glaube, wir haben einen neuen Bewerber. Der heißt Grimes. Kann das sein? Grimes? Ja. Ne, das war ehemaliger Kollege, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ich glaube, kann das sein, dass der wieder anfangen will hier? Der wollte anfangen, aber ist nicht. Okay, ja, dann hat sich das eigentlich erledigt. Er hat nämlich mit den ganzen Ex-Cops bei den Rockern gesessen und sich ausgeheult. Oder die haben sich ausgeheult, keine Ahnung. Ja, klar, heulen die sich auch so. Da habe ich mit den Banks rumgestanden, haben ein Bierchen getrunken und den Leuten zugehört, ein bisschen Karten gespielt und so und ja, da habe ich dann halt gehört, wie der Grimes meinte, von wegen, ja, hier stehen ja auch die Cops rum, trinken und verschleudern die Steuergelder. Wow. Ja, ja. Ludwig? Also, der hat sich so ein bisschen ausgekonzt dann. Ja, Ludwig mit Bierwoller gequatscht. Kurzen Moment Zeit. Ludwig! Ja, perfekt. Was denn? Ja, perfekt. Fragen gestellt habe ich zum allerersten Mal erlebt, in Piti, da Fragen gestellt werden. Nicht nur von den, auch von den anderen, nicht nur von den Rekruten. Zum allerersten Mal. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass es in eine richtige Richtung geht. Also, es fühlt sich deutlich besser an, als noch letzte Woche. Ich habe mal eine Frage an dich, Ja. Wie, wie? Achso. Nö, nö. Wie sehr hängst du noch an den alten Leuten? An Greif und Co.? Ich sage mal so, ich habe zu denen persönlich keinen Kontakt, außer zu Herrn Lentes. Mit dem war ich heute auch angeln. Aber ich halte das, wie auch mit allen meinen Informanten, Informationen aus dem Piti sind strikt tabu. Und Greif kenne ich persönlich jetzt nicht. Krüger kenne ich persönlich nicht. Gottmann kenne ich persönlich nicht. Ich habe den halt mal angerufen, mir seine Seite angehört. Darüber habe ich ja mit dem Williams auch geredet. Und das war's. Ich frage explizit dich, weil du ja bei dieser Aktion dabei warst mit den Masken. Ja. Nur da wurde der intern ermittelt und da hieße der, die dich einfach mitgeschleppt haben. Also das war das zweite Mal, dass ich mit denen auf Streife war. Das Mal davor war ich mit dem Krüger. Und dann das erste Mal mit dem Greif. Und, äh, ja. Ja, und die Sache ist, dass Williams und ich diesen Fluch raus und für die raus holen wollen. Ich meine, schau dich um, ne? Guck dir die Rekruten an, so bei der Ausbildung, die sind absolut top. Da werden auch sicherlich noch mehr kommen. Der Bishop, Brenner, Stevenson, die werden die komplett auseinander nehmen. Ja. Wir holen die Leute ins SRT, das wird jetzt alles, wir wollen einfach den Fluch raus haben. Die Sache war halt, wenn es da irgendwelche Probleme noch gibt, dann müssen die raus. Nee, auf meiner Seite nicht. Also der Greif meinte halt zu mir und der Krüger auch, dass die das RT quasi aufbauen wollen und dass alles mit Williams so abgesprochen ist, was wir da machen. Und, äh, ja. Dem bin ich halt, ich hab denen halt geglaubt. Das war ein 8-3-Kommando. Also da sagst du natürlich, als gerade Frischrangereiter nicht, hat der Williams das wirklich so gesagt. Ich bin auch ganz offen und ehrlich, wir haben vor ein paar Tagen nur mit dem Greif und Krüger gequetscht. Wir wollten die eigentlich zurückholen. Ja. Aber wir haben uns dann nochmal kurz geschlossen, mit dem zu nicht, und haben im Endeffekt entschlossen, dazu hier zu überweisen, mit dem es auch schaffen. Aus eigener Kraft und dass wir nicht auf die Ja. Auf die Einsachmation greifen müssen. Der Greif hat mich eingestellt, den Krüger hatte ich einmal auf Streife, den Greif einmal auf Streife und den Goodman noch nie. Also, da ist keine sehr enge Verbindung entstanden. Aber ich hab die halt ansonsten als sehr kompetent erlebt. Aber, ja, das alles. Naja, gute Arbeit haben sie gemacht. Ja. Aber jetzt, dass da irgendwie private Bande entstanden sind, dem ist es nicht mehr. Ja, weil das hat nämlich passiert, als Dietrich hier noch war. Und Gorsolke. Also, die haben dann versucht, die Kollegen in den Camp zu ziehen. Nee, 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 nee. Da bin ich strikt gegen. Also, ich hab dem Gorsolke ja auch gesagt, der kam zu mir, hat sich ausgekotzt. Ich hab gesagt, geh zum Chief, erklär ihm das. Und, ja. Mit dem Lentes haben sie noch Kontakt. Was sagt der so? Richtig. Ist der immer noch sauer? Ich hab den Eindruck schon, dass der noch sauer ist, ja. Also, der ist immer noch der Meinung, dass er ein Prozession hier in der Führung ist. Ich empfand ihn halt sehr, sehr, sehr gut und sehr gerade. Der Dorei in der Hose. Der Problem hat beim Herr Lentes war, der kam zu einer Zeit ins PD, wo er grad echt am Einbrechen war. und wollte zu viel und, ne? Richtig, der ist mit dem Vorschlag einmal hier vorgegangen. Ja, IMRCG. Ich hab ihm auch gesagt, warte ab. Schade. Schau dir an, was die Leute machen. Aber er ist halt immer noch der Meinung, dass du, der McCain und der Williams irgendwie korrupt seid und in irgendwelchen Gangs drin steckt und so ein Kram. Aber, wie gesagt, auf dem Ohr bin ich bei ihm auch taub und das hab ich ihm auch so gesagt. Na, ich kann das verstehen, ne? Wenn du das siehst, hat jemand mit einem Gangmitglied telefoniert oder da Kontakt in irgendwelche Lagern hat und so. Aber wir haben das ja zu unserem Vorteil. Wir haben das ja nicht benutzt, um da irgendwie bei den Machenschaften, da kann ich da verstehen, dass das von außen so aussieht. Oder ob der Pisser hat. Aber der Herr Lentis war eine Woche oder zwei Wochen im Dienst. Der hat gar keine Ahnung davon. So, wie kann er sich ein Urteil darüber bilden, was da am Telefon besprochen wird? Wie gesagt, ich geb's offen zu. Ich mag ihn, das ist ein guter Kumpel von mir. Der pennt bei mir sogar auf dem Sofa. Aber polizeiinterne Informationen haben die mich zu interessieren. Da kommt von mir gar nichts. Alles klar. Also, weiß ich nicht. Jo, haben wir das geklärt, Bruder, wa? Das wird geklärt, Bruder. Sehr gut. So, äh, wo sind McKellen jetzt? Hm, der hat da irgendwie noch Besprechung. Den schlagen er da, siehst du ja. Ja, wir wollten auch noch ein FIB besprechen. Ja, deswegen. Ja, die stehen wirklich schnell. Wie alt ist der Chen? Dass er ja schon keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Er ist noch recht jung. Ich glaub, das ist mehr so ein modisches Ding. Meinst du? Er hatte wohl einen Iroh gehabt und hat sich den abrasiert, bevor er ins PD kam. Okay. Hm, Iroh. Ach so, äh, Börm, äh. Ich krieg noch 2000 Dollar von euch. Echt? Ja, ich war ja heute im Casino undercover und so. Wow. Das kannst du schön mit McKellen klären. Da muss ich mir auch noch 15.000 holen. Ja, dann hol ich mir auch noch die 10.000 bei McKellen. Ja. Der rennt da weg. Geht da regelmäßig jetzt spielen. Ja, ja. Gewinnst du ja nie bei der Scheiße. Ja, doch, wenn du wollen. Also, wenn ich wollen würde, schon. Aber ich zock ja die Kohle. Ich muss noch eine Ansage machen, dass die Leute, dass wenn sie respektlos angegangen werden oder beschimpft werden oder die Kollegen beschimpft werden im Park, wo auch immer, dass die sich den nötigen Respekt holen sollen bei den Idioten da draußen. Ich glaub, wir kriegen die hin. Nee, nee, nee. Ich hab gerade mitbekommen. Der hat gerade auch gesagt, hier, er war mit Leuten unterwegs, wo sie dann meinten, ja, ich muss aufpassen, nicht, dass sie sich beschweren über mich. Dann krieg ich noch Ärger oder so. Nö, die sollen das machen, ne? Die sich vor allem vor allem mal so für richtig halten. Ja, lass da doch mal eine Beschwerde kommen. Dann können wir da mal intern auch weiter mitgehen. Wie gesagt, ja, aber... Es gab doch schon genug über mich. Davon abgesehen, wenn sich jemand beschwert über euch, dass ihr den da... dass ihr den angegangen seid, weil der euch beleidigt hat oder weil der euch irgendwie angesprochen hat. No. Das ist doch eigentlich egal. Gott, die... Ja, die Pippen, Bruder. Da ballern sie alle aus dem Kanal raus. Voller Pause. Das ist doch eigentlich alles. Also... Das ist doch eigentlich... Das ist doch gleich bei mir. Ich finde, das ist doch egal. Ach ähm Hab ich irgendwas eigentlich mit dem Patch gesehen Dass man Häuser bald kein Also man braucht keine Garagenplätze mehr Für Häuser oder so ein Kack Is it real? Ich werde dich morgen anrufen um 20 Uhr mal 21 Uhr Weißt du ich hab unheimlich viele Badeaccessoires dann sollte ich einpacken 60 für die 19 kommen Frage Status Standby Auuuhh Ey selbst die Besprechung war heute schneller als meine Autoreparatur Wo nichts an meinem Auto war Bei LS Customs Zang 1 sind aber Vorerfahrung haben Zwecks Militär oder Polizei Dürft Mit 2 Ring 1er auf der Scheife sein oder? Was? Der Greif hatte das ja so gehandelt Das heißt damals die Leute die die Militärausbildung hatten Oder allgemein schon im Polizeidienst waren Dürften mit dran Zwei Rekruten auf ein Die machen sollen Die stehen hier Piloten Ne hier steht gerade SAT Und Piloten Und Piloten War noch schlimmer Wir sind die richtig ekelhaftigsten Ich will auch im FIB und SAT sein wie der Harper Unfair Ah da ist er ja Ich dachte du bist? Weiß ich nicht Ne Glaub nicht Achso Dann äh Wir müssen uns mal vor dem Also wir müssen uns mal auf den Kampf gegen das FIB vorbereiten Kannst du gerade mal einen Meter weg gehen? Jaja Hapa ist ja dabei Von daher alles gut Ne Digga dann komm ich zu dir Wie bitte Was war das du? Ich wollte mit keiner reden Und selbst? Joa eigentlich so hieß es FIB Besprechung nach Besprechung aber irgendwie wird das nichts Ja Na ich kann auch noch weg gehen wenn es so ist Nein Quatsch Geh da hin jetzt Jetzt hat der mal Zeit schnapp ihn dir sonst ist er ja am Telefon Das ist doch nur eine kurze Frage Ach du Ach du Warum? So Rauchzeichen vielleicht für die Gangs und so Neuer Wind Wer weiß Irgendwas kogelt hier Ist die Besprechung nach der Besprechung noch angesetzt? Ja freut mich Ihr wollt doch was von mir Ähm ich hab euch schon eine Mail geschickt ne? Habt ihr geguckt? Ja Haben wir reingeguckt Gesehen Dann ist sie aktiv Na klar Wenn ihr neue Sachen dort reinschreibt immer schön PD-Nummer und so wie ich sie schreiben Und Datum am besten ne? Oh Datum Alles klar Eigentlich Ja Datum Um aktuell zu halten halt ne? Könnt ihr mal aufhören um mich rumzulaufen Alles klar Ja Ja Das ist nur minimal verwirrend Braucht ich nochmal ganz kurz alleine weg Alle brauchen mich alleine weg Alle nochmal alleine weg Dann haben wir jetzt die anderen Mit dem Deggering Mit dem Deggering Mit dem Deggering Mit dem Deggering Der wartet auch glaube ich Oder will der Chen auch noch Der Chen auch noch Der Chen will auf jeden Fall auch noch Jetzt hier Besprechung Der will halt auch noch Ja Mach du mal erstmal kurz die Besprechung hier Was hier für alle da ist Und dann können diejenigen Die halt Oder kann Ähm Wo ist denn Albrecht hin? Ich weiß nicht wo der Albrecht ist Ist der Albrecht hier? Wo ist denn Banks? Der Banks ist doch Direkt da vorne Aufs Maul Leck mich doch am Arsch Meine Güte Das läuft ja schon wieder super hier Eigentlich hab ich nix Ihr wolltet mit mir quatschen Ich weiß nicht wer das angeleiert hat Ich hab nur gerade gehört Ob du mit deinen Leuten reden willst Was mich heute ein bisschen Genervt hat ist Dass ihr nicht allein Auf die Events gegangen seid Weil ich nicht da war Alter Jetzt stopp Also ernsthaft Halt stopp Halt stopp Stopp ey so nicht Wir waren da Also ich war im Casino Dann war Action Dann bin ich zurückgekommen Dann wollten Banks und ich los Zum Bahama Mamas Dann kriegen wir Von dir die Anweisung Um 22 Uhr Ne macht mal nicht Wir haben gleich Besprechung Und wann fängt die Besprechung an? Um Viertel nach Elf Da hätten wir halt locker noch eine Stunde abzappeln können Oder anderthalb Was? Ja? Ja Da war niemand drinnen Eine Ey Willst du mich verarschen? Ich hab zu dir gesagt Ich hab zu dir gesagt Wir haben uns umgezogen Und gehen jetzt los zum Bahamas Ne ne Ist gleich Besprechung Um 23 Uhr? Ja 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 Das war 10 Vor 10 glaube ich sogar Ich hab sogar vier Karten klar gemacht für euch Und was ist los? Ey Das hat um 9 angefangen Will der will uns verarschen ne? Ja er will uns verarschen Das hat um 9 angefangen Aber davor war die Schießerei bei United Und da wurden alle Kräfte gebraucht So So und dann war Und um 10 waren wir startklar Ja Das ist noch die Sache am hier Cannabis Feld Wo alle von uns entweder bei United waren Oder Hill und ich halt da beim Feld Und ich sag ja danach sind wir direkt los Oder wollten los Ich hab dich angerufen Dass wir uns startklar machen Und du sagtest Ne 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 Äh Wende Streife Aber ist gleich Besprechung Da haben wir uns wieder umgezogen Dann standen wir ne Stunde da unten Ja mir haben sie auch schon die Ohren voll gejammert Ja ich wollte Aldrich mal tanzen sehen Weißt du das an? Ja ich war da War der Hill ja Okay Ich dachte schon ich kann euch zusammenscheißen Deswegen ich krieg noch 2000 Dollar von dir Du kannst mich mal Was? Warum nur 2? Hast du nix gewonnen? Ne Ich hab 2 da gelassen Dann hast du echt Pech gehabt ey Ich gewinne da immer Ja ich war schon mal 5 oder so aber dann Ja und wenn du gewinnst musst du das beim McCain haben Ja wenn er mir mein Verlorens gibt Dann gehen wir gewinnen Ne ne Habt ihr jetzt noch was wichtig? Ja der Asiatenkram spricht sich immer weiter rum Ah ja Das müssen wir jetzt mal hier in der Gruppe offiziell machen Ich kriege jetzt Windows Windows Infos Komplett Was für ein Asiatenkram Du müsst aber noch ein bisschen Geduld haben Und dann äh Verleicht die Infos in die Mindmap rein Da warst du doch dabei Hapa Als wir da standen beim Kläuterhändler Und die ganzen Leute im weißen Anzug Mit einer Frau dabei Ja Wo ich schon zu dir gesagt hab Ist halt diese vom Casino Diese Ito Ja Ja und das ist anscheinend so ne Joa Yakuza oder sowas Ja die standen gestern oder vorgestern Beim Fox Am Dings Am Dreams Der ist da potenzieller Geldgeber Ähm ich sag mal so Yakuza Aber vorher der Witzverein Ist auch Geldgeber für alles oder? Ja ich weiß nicht ob das ein Witzverein ist Also Informationshandel ist Ne Naja Exakt nicht Wer will Leiter des FABs werden? Wer kennen will kündigen hat er gesagt Äh Kündigen Wer will kündigen ja EKB sagt dass meine Stelle nicht fest ist Und wer das mal Bock hat zu machen Der kann das gerne machen Aber gucken wir das mal Wie so ein Wanderpokal oder was Ähm Williamson muss äh Die Sachen haben Ich Finde bei sowas sollten wir erstmal Vielleicht nen zweiten Ansprechpartner machen Wenn du nicht da bist Also Weißt du? Das kann man einrichten Das finde ich ganz gut Was für Sachen willst du von mir haben? Findet aber zum Beispiel Albrecht schon mehr äh Äh Naja Soll ich gucken wo der ist? Ey Chef Ja Sivilklamotten mit Marke drauf Wie schauts aus? Ja Ähm Ja wichtig Richtig Sonst keine Kommunikation mehr mit irgendwelchen Kriminellen Ja Einfach hier so ne Umhängemarke ne? Jo wird ja schon lang Einfach äh Das Ding hier Naja oder die Marke die wir hier Oh Die wir hier noch haben ne? Soll der Albrecht jetzt noch zurückkommen oder? Ja oder so Nee Aber das Umhänge-Ding wird ja schon lang Wir machen äh Wir machen äh Ich mein hier an dem Anzug Die hier Ich hab tausend andere die noch quatschen wollen mit mir jetzt hier Ja die da unten muss nicht unbedingt aber Wird zum Umhängen Ne einfach dass man die Marke über T-Shirt knallen kann Ja und den Stöpsel natürlich im Ohr ne? Ja kann man auch ne? Joa Arc ist halt das Wichtigste Sollt ihr dazu was schicken aus dem Bauch oder? So hört man den Funk halt dann besser ne? Frauenkleidung Wie Frauenkleidung Was soll ich denn damit? Man muss halt schon auch für die ganzen neuen weiblichen Officers wenn da einer mal irgendwie so in die Agentenschiene da reinrutschen möchte Aber die passen doch auch in Männerhosen rein Jetzt hab dich nicht so Ah Ja Wie sieht das eigentlich aus? Ähm Geilste Höhung ist nicht Nein Das kommt dann von mir Das ist meine Aufgabe Strafstrahl Ne aber wenn wir uns Im Dienst zivil in unsere Privatfahrzeuge setzen Ist das möglich nicht vielleicht dass man das auf der Leitstelle verfolgen könnte Dass wir dann da in dem Auto sind Ja können wir da nicht irgendwie nen Sender reinklemmen oder so Weil wenn dann irgendwas los ist und wir zivil unterwegs sind Dann ist das immer ganz schlecht da mitzumischen Weil die Kollegen dann immer denken Dass wir da irgendeinen Unfug treiben Oder das sind die Bösewichte ne? Ja richtig Oder sie sagen einfach im Funk hier schwarzer Ja das klappt mir nicht Das klappt mir nicht Ich hab 10 Sekunden bevor zwei Streifen neben mir standen Habe ich gesagt dass ich im schwarzen Tempester vor Ort bin Und dann hatte ich auf einmal zwei Streifen neben mir zu stehen Hat der Grace gestern auch durchgesagt als ich mit meiner Mamba unterwegs war Und das Auto ist wirklich auffällig Äh Hat auch nicht geklappt Vor uns blemst dann ne Streife und Ja Geht da vorne nicht hinterher Dann stellen sie sich mal vor wie da mit dem Beispiel mit dem schwarzen Schafter ist Ja ich hab jetzt auch einen Ja ich hab jetzt auch einen Ja ich hab jetzt auch einen Ja ich hab seit heute auch einen Ja ich hab jetzt auch einen Ja ich hab jetzt auch einen Wir sind der schwarze Schafter und dann fahren da 5 Stück von den Dingern rum Ja ich hab noch einen Marken für um den Hals wären auch geil Also wenn wir Zivilkleidung haben dass wir da uns irgendwie ne Marke umstören Hinten vorne alle Streifen Ihr habt von mir nen Wegpunkt bekommen am Eisenhändler sind eben gerade 8 Dispatches aufgetaucht Uh Wow Let's go Let's go Abmarsch Stimme 2 noch sind Oh Schließ auf Schließ auf Welcher Idiot Hab ich hab ich hab ich Mach du die nächste Tür Jo Los 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 Leitstelle für Streifen 7 kommt Gehört Befinden sich die Mediziner bereits in Anfahrt Kommt Ja so korrekt Aktuell ist noch ein Mediziner im Dienst der äh Der Stifter und der ist unterwegs Streifen 7 so verstanden Ende Leitstelle für die 80 kommen Leitstelle gehört Die 80 und die 12 Will hier noch einer mit? 83 auf eine Streife dahinter bitte Okay Kommt los Welche Nummer hast du? 6 Die 6 und die 12 bitte auch auf eine Streife Streife 7, Streife 4 jetzt vor Ort wir gucken die ganze Situation mal an Genau zwei Streifen kommen da gerade an Naja Aber wir sind auch ziemlich schnell da Hinter uns ist was Ich hatte sie den vor Ort Oh Vorsicht auf dem östlichen Highway Da stehen zwei Krankenwagen und blockieren den Weg Ah da ist so ein Dune Buggy weggefahren hast gesehen? Ne den habe ich nicht gesehen Leider In die Gegenrichtung oder was? Ja da kommt jetzt gleich statt einwärts so ein Dune Buggy Vielleicht eine Streife die gerade unterwegs ist Dichter mal dran hängen Die Personen die hier vor Ort sind einmal an die Wand von dem Eisenhändler weg Und den Rest gerade mal an Weil wenn wir da oben jetzt locker haben Wenn wir die 60 der Streife 8 zuteil 12 und 6 bitte zusammen auf eine Streife packen 2 für 5 Hat jemand den Dune Buggy in Sicht? Was ist mit dem Chef da da? Ja hinter hier hinter hier Wir haben keinen weißen Chef da draußen Check Genau einmal bitte Motor aussitzen bleiben Na und die Herren Na und Der Vater einmal den Ausweis und den Führerschein für mich? Aber selbstverständlich Einmal der Ausweis Marc Und der Führerschein Hier Alles klar Sie arbeiten hier oder? Wir arbeiten hier Wir wollten gerade arbeiten Haben gesehen dass da vorne wieder was los ist Und Direkt keine Lust mehr Den Beifahrer hätte ich auch gerne einmal den Ausweis gesehen Jo Kommen die Kollegen Wollen wahrscheinlich auch gerade anfangen Drei Drei Vorname Ja alles klar Dann wie gesagt bleiben sie sonst erstmal hier weg Ja erstmal einen Bogen um das Gebiet hier machen Ist grad ein bisschen brenzlig hier Genau ich denke das wird sich dann in einer halben Stunde oder so können sie dann arbeiten Vielen Dank Guten Abend Guten Abend Guten Abend Sie wollten gerade zur Arbeit oder was ist der Plan? Richtig Aber sieht nicht so aus als ob wir da gerade hin können oder? Ne ist schwierig der Vater trotzdem wir einmal hier Führerschein und ähm ausreichst du mich? Ist das vorgefunden angeblich von Rockern Irgendwas mit automatischen Waffen hat sie gesagt Und ein Jimmy von den Rockern Gibt sich jetzt Eisenlord aus Alles klar und vielen Dank Ne check ähm Ja momentan grad schlecht Am besten eben einen Bogen hier drum machen Ähm Ist grad ein bisschen brenzlig hier die Lage Ähm Jo kommen sie so in einer halben Stunde wieder Ja würde ich auch sagen Arbeiten ist grad ein bisschen schwierig da Wahrscheinlich Rocker und Rote ne? Ähm Kann ich noch nichts zu sagen Schauen wir gleich mal Ah ok Ja die standen eben schon da Ah ok Ok Wissen sie wie lange ungefähr? Och ich kann ihnen nicht sagen Also die Roten standen ein bisschen länger da das weiß ich Weil die Rocker dann erst ankamen aber Sonst irgendwas passiert? Ne Wie gesagt wir waren hinten an der Der macht Feierabend und hier ist ne dicke Schießerei ne Das ist mir der richtige Schönen Abend noch Es ist den Chief hier Der hat noch was am Leben Shake Lab Leute grüß euch Ja alle völlig unbeschriebene Blätter Ja bei mir auch Nichts da drin Der eine wurde mal ausgeraubt Da steht ein Motorrad Wir sollten nicht vergessen die Fahrzeuge zu kontrollieren Ja ja Check dir mal das Motorrad ab Enrico Kohl Ich guck mal eben Oh Guck mal was der da unter seinem Sitz hat oder so gleich auch noch Mh 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 Holy shit Leyla vielen lieben Dank Acht am Monat Risse gehen raus danke dir Ja der ist erstmal völlig sauber Ok Sag mir aber irgendwas sagt mir denn einmal Ne ist sauber Komplett Sorge Komplett Sorge Man weiß ja nie hier Höll ne Alles schon erlebt Mh 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 Das wird wieder rot trocke wahrscheinlich Ja Denk ich jetzt Da Da Ah Uff Boah Ekelhaft Was ist hier los? Was weiß ich? Hast du schon was gehört? Ne Also wir waren jetzt hinten da waren zwei Fahrzeuge Äh wohl Arbeiter Die haben gesagt hier rot und docker standen hier wohl dann schon eine Weile Äh Ja die roten kamen irgendwann plötzlich und haben angefangen zu ballern angeblich äh die Dame Habe ich gerade besprochen die hat mit einer abgesägten zurück geschossen Ähm Ja müssen wir mal gucken dass wir die hier gleich möglichst schnell Ich bin gerade an der ersten dran soll ich das weitermachen? Komm Ja ich helfe dir dann Wenn nicht dann trage das einfach zusammen mit mir einfach machen Check äh Banks und ich übernehmen das Die 19 Hm Cool haben die roten dann Frieden war bei Beverly City dort ist keine Bewegung Cool dann wollen wir uns den hier mal richtig mal angucken Jup Moin Na Moin Abend Moin sind für die 21 kommen Gut Ja Schau mal wenn du bei den Rockern die Befragung machst ob da ein Chemie dabei ist Weil der soll hier anscheinend irgendwie die Ansage gedrückt haben Von wegen die roten sollen sie verpissen Weil er sie als Eisenlord ausgeben würde Ende Der Rest der jetzt hier noch rum steht Einmal die Autos kontrollieren komplett Von allen Oliver Wolf Ist wohl gerade beschissen, oder? Ja kann man so sagen, wa? Was passiert? Äh Und sonst äh Dass auch so volle Lade und Schrott im Oberschenkel ist Wir sind nicht aber auf jeden Fall einige Wie geht's Ihnen soweit? Wurden Sie ja schon versorgt? Ja ich hab nen Druckfarband am Bein aber es tut halt scheiße weh Okay das äh glaube ich Ihnen Ähm Können Sie mir trotzdem schon sagen was genau hier passiert ist? Ich hab gehört sie wurden irgendwie beschossen Soweit jetzt mein erster Henrik ist Wir waren halt Wir waren halt hier gewesen Und Sind dann Vorher zum Jello Jack Um unsere Bikes zu holen Ja Sind dann wieder her gefahren Und die waren halt vorhin schon super unfreundlich Und provokativ Und Ja hochnäsig halt Und haben Wir kamen dann hier an Und die haben gesagt Ja verpisst euch Und dann Ja sind die Kugeln geflogen Dieser blöde Wichser dahin Er hat mir voll ins Bein geschossen Dieser Pisser Okay also sie waren ähm Wie lange waren sie davor schon vor Ort Bevor sie meinten haben sie die Motorräder geholt? Boah ne Halbe Dreiviertelstunde Stunde Lost ebenfalls klar Keine Wurde Dann wie sie sagten äh Ja das ist hier vorne bei der Garage Dann nehm ich an beim Jello Jack ne? Genau Motorräder geholt Wieder gekommen Und dann Ja haben wir ne Ansage gekriegt Und ja Haben sie noch einmal den Namen für mich? Rabe Dusi Ja 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 Hallo Alles klar Ich hab das soweit von ihnen aufgenommen Ähm ist das ihr Motorrad hier? Ist meins ja Ähm haben sie was dagegen wenn ich da eben einmal unter dem Sattel guck? Ja klar machen sie nur Alles klar Aber wie sie klauen mir meinen Whisky Ne den lass ich da drin keiner sagen Oder meine Fische Ne auch nicht Streife 3 setzen sie mal bitte ihre Streife fort Check Check Die werden alle durchsucht ja Waren sie heute angeln oder was ist das denn da drin? Ja na klar Okay Oh Mensch Ähm ich weiß nicht geht das ähm vom Schmerz her wenn ich sie gleich einmal ähm durchsuchen könnte Oder Na klar wenn sie mir aufhelfen Klar Ja mal machen Ich kann nur auf einem Bein stehen Ähm Da mal hier Ähm Müssten sie einmal ganz kurz die Arme hoch machen Danke ihnen Gut dann können sie die auch schon wieder runter nehmen und sich dann wieder hinsetzen wenn sie möchten Ich danke ihnen Alles klar Ach fuck Gut ähm Gut ähm Wenn noch was sein sollte rufen sie ne Wenn ich denen dir helfen kann äh Ja mach ich Danke wahrscheinlich 2 3 Herzmittel wären gut Die habe ich leider nicht parat Guck mal Ich glaube der Mediziner ist hier gerade auch ein bisschen äh Unterwürger sitzt leider Überfordert Ich merk's Gut ähm Ich geh mal rüber zu ihrem Kollegen da Mh Ähm Wurde der schon Da eben aufgenommen Hier Geradeaus Äh Der da an der Laterne sitzt Ja Äh Ich bin mir nicht sicher Ich hab die ganze Zeit die Augen aufhelfen Herr Wachtmeister Herr Wachtmeister Ja Äh Steht jetzt da noch einer von ihnen bei meinem Kollegen? Ja ich seh da grad keinen Meinen sie da an der Laterne gerade? Ja Bei dem Herrn da Ist da jemand oder nicht? Ne Von uns seh ich da grad keinen Ich muss nur eben abklären ob ich den Wurden sie schon soweit befragt und alles? Ähm Bei ihm hier gerade Die erste Aussage Aber mir wurde gesagt Entschuldigen sie wenn ich ihm hier sage Ich kenne ihren Namen gerade nicht Ähm Mir wurde gesagt dass ich nochmal ne Aussage machen soll Gut ähm Kriegen wir hin Machen wir gleich Äh Äh Herr Officer können sie mal hier den Verband am linken Arm Können sie den nochmal festziehen Ich komm da mit einer Hand Ist sie immer ein bisschen schlecht Super ich danke ihnen Lucy Rabe Wir sind halt hier gewesen sind kurz im Yellowjack Unsere Bikes Dann Wieder Willkommen Allgemeine Infos sind ein So ne Scheiße immer eskalieren muss weil irgendwie Pisser Gerade dabei Rotos positiv Leute noch negativ Gilt für Cerberus und für die Roten Also wir haben jetzt hier jemanden noch von Cerberus der definitiv durchsucht werden muss Alles klar Alles klar Okay dann komm mal ne Schritte hinter dir Wird Zu mir Also Die Dame Brenna So die Dame mit den blauen Haaren äh Wenn es möglich ist müsste ich sie einmal durchsuchen Habe ich schon habe ich schon alles gut Ach sie sind schon durchsucht worden Ja man Habe ich gemacht Wunderbar Wer muss denn hier Wen haben wir noch Ja wir haben hier direkt einen vor dem Haupteingang Dann haben wir alle Sind wir mit dem Aussagen voran Oh die steht Hier vorne ist der Ansonsten äh Haben sie gesagt äh Sind raufgefahren Wer weiß ich nicht Irgendwann Also die Dame hat mir ausgesagt Also pass auf Öhm Die standen hier schon Da sind die aber kurz weg zum Yellowjack Haben ihre Motorräder da aus der Garage geholt sind wiederbekommen, haben eine Ansage von den Roten bekommen, dass sie sich verpissen sollen. Ja, genau. Ja, nicht direkt gemacht, dann haben die Roten das Feuer öffnet. Ja, der Wolf sagt, hier hat sich irgendwie einen Schuss gelöst bei den Angreifern und dann ging das los. Ich glaube, keine Kommunikation laut ihm. Gut. Ist also Bullshit. Mal gucken, was er hier sagt. Machen die beiden jetzt schon oder soll ich den aufnehmen? Ne, mach du mal. Jetzt haben wir ja keine Kunden. So, du Herr, soweit ne, dem geht es nicht gut genug. Der braucht gerade noch einen Arzt. Der braucht noch einen Arzt? Der Chen heißt er, ne? Der ist gerade auf der Suche nach einem Arzt, der hier. Der kommt gleich. Alles klar, gut. Boah, Simpli, wie der Albrecht dich heute angeschrien hat, Bruder. Hat es mir richtig leid. Die beiden, die noch stehen können, hast du auch nicht sucht, ne? Ähm, ich habe jetzt bis jetzt nur die Dame. Okay, dann gucken wir mal, was mit ihm ist. Ich nehme den hinten da jetzt. Was ist das? Ja. So, der Herr, dann jetzt einmal bitte mit rüberkommen. Jo. Sie sind der Herr Banks? Ich bin der Herr Banks, genau. Jetzt, äh, PD0. Hänge uns weiter, aber. Alles klar, äh, PD6. Äh, eben einmal durchsuchen, äh, Ja, wurde ich schon, können Sie gerne nochmal. Ich habe, ähm, eine Handfeuerwaffe und, äh, Schrift hinten bei mir, ähm, Brechtstange und Baseballschläger, glaube ich, und Taschnobbe. Ähm, Lizenzen finden Sie auch in meiner Brieftasche. Alles klar. Gut, sagten Sie in der Brieftasche drinnen? Genau, einfach mal reingucken, da ist nicht so viel drin. Ja, genau, sehe ich da schon. Da sind sie beide. Gut, äh, Herr Engels, dann können Sie soweit auch erstmal wieder die Arme runter machen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal du, äh, hau mal eben raus, was, was war hier Sache genau. Genau, also, ähm, wir standen hier schon ein ernstes Weilchen, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir hatten ja hier auch schon mal, wurden ja schon mal kontrolliert in der, in der vergangenen Zeit, dass wir da öfter mal da drüben an der Leitfasche, Placke stehen, bei den Packwitzen, ja, und da einfach ein bisschen gucken, äh, der Jimmy, der arbeitet hier, auch ein paar andere von uns Jungs, ja, die haben hier ein paar Kontakte und verstehen sich gut mit den Eisenleuten, manchmal stehen wir hier auch, ja, und bringen einfach mal ein Bierchen oder Würstchen mit, oder so, halt Zeug, ne? Ja. Und, ähm, hier wurde auch, ihr sagt von den Eisenleuten, also wie gesagt, ich selber habe das halt auch nur über, über die Jungs gehört, weil die halt arbeiten, dass es hier wohl auch mal Überfälle gab, und so weiter, und die Leute, wir verstehen uns halt gut mit denen, deswegen stehen wir hier halt öfter mal, haben wir heute halt auch gemacht, sechs Personen, und, ähm, naja, diese, diese Leute da, die, ich überhaupt, ich, also ich kenne die nicht, ich weiß nicht, die haben ja halt nur in den letzten Tagen auch schon rumgestanden, äh, irgendwie immer komisch da vorne im Kreis und so, keine Ahnung, und, ähm, naja, es gab aber eigentlich so direkt jetzt erstmal keinen Stress, und dann gab es aber vorhin, also kurz vor 0 Uhr ein Gespräch zwischen dem Jimmy und einem von denen, ähm, und der Jimmy hatte dann nur, als er die Gespräche vorbei war, er hat gesagt, dass er sich extrem respektlos verhalten hat, ähm, irgendwie ihn auf Chef oder was auch immer gemacht hat, ja, sich total daneben benommen hat, bei einem ganz normalen Gespräch, und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich wollten wir, ähm, vielleicht nochmal, äh, zum Tiki Lala, dann haben wir gesagt, na gut, 0 Uhr, danach kommen wir halt, holen wir unsere Bikes, kommen wir halt nochmal her, wer weiß, was hier los ist, so, dann sind wir, ähm, durch die Wüste zu Fuß gelaufen, notgedrungen, ähm, zum Yellow Jackin, da, wo die Garage ist, ne, ja, haben da unsere Bikes geholt, sind wieder hierher gefahren, ähm, und sind quasi, hier einfach raufgefahren, ähm, also quasi, wenn sie jetzt, wenn sie sich umdrehen, ne, von da hinten kommen sie, fahren sie quasi hier, wie die Pfeile auf dem Boden sind, von hier einmal durch, so, und auf, auf Höhe des Autos, da, wo die halt alle da standen, ähm, haben die uns plötzlich richtig dumm angemacht, von wegen, ja, wir sollen uns verpissen, und ich hab nicht alles gehört, weil ich nicht der war, der ganz vorne war, ähm, aber da wurde, ja, gebrüllt, wirklich, und dann, ähm, das nächste, was ich halt, bewusst gesehen habe, weil das dann, sehr schnell eskaliert, es ist wie einer, ähm, von denen, ähm, ich kann ihn nur beschreiben, ich glaube, ähm, also so ein schwarz-rot kariertes Hemd, und ich würde sagen, ein dunkles Basecap, und wenn ich, wenn ich jetzt, aber das ist nicht nur 100%, ich sehe mir alles ausführlich, ein Basecap, so wie sie das tragen, also vielleicht nicht genau die gleiche Marke, aber ich würde sagen, ein Basecap, und vielleicht, auch so nach hinten, und ich sehe den, wie der, irgendwas sagt, und eine Schrotflinte zieht, und, hat sich der Schuss gelöst, ja, ne, der hat sich nicht gelöst, der hat abgedrückt, und hat den Motorradfahrer, der hinter mir war, voll in die Seite geschossen, dann habe ich Gas gegeben, wollte hier quasi durchstarten, weil wir ja genau auf der Höhe von denen waren, dann habe ich schon den ersten Schuss selber abgekriegt, der mich gestreift hat, und dann wurde hier halt nur geschossen, die beiden, die da sitzen, hier, die Motorräder lagen direkt hier vorne, die waren halt die ersten, die wurden hier direkt umgeschrotet, dann bin ich hier lang, also habe hier eine Rechtskurve gemacht, dann ist einer von denen, nach der drüben da, wo dieses U-Tool-Schild ist, in die Richtung gelaufen, und hat da auch, auf einen Kollegen von mir geschossen, dann habe ich halt in dem Moment, auch meine Waffe gezogen, und habe halt auf den geschossen, der auf meinen Kollegen geschossen hat, und dann, ja, ist das hier halt, da war halt dann, als die angefangen haben zu schießen, war halt hier völlige Eskalation, und dann, ja, war halt nur noch reagieren, ehrlich gesagt, ich habe einfach nur auf die geschossen, die auf uns geschossen haben, und dann, fanden wir uns halt wieder, Jimmy und Icke, die beiden einzigen von uns, die hier noch gestanden haben, und dann, kam dann noch diese, diese Frau, plötzlich um die Ecke gerannt, wir dachten, jetzt kommen noch welche, um uns richtig fertig zu machen, die hat dann aber, also die hatte keine Waffe, sichtbar, hat auch, keine Anstalten gemacht, aggressiv zu werden, und deswegen, sind wir, haben die wir da auch, nichts mehr gemacht, weil, das war ja nicht unsere Intention hier, denn, äh, noch mal ein Mediziner, der sich meinen Arm anguckt, weil ich wurde halt, voll in der Mittenseite getroffen, als wir ihn halt gefangen sind, alle mitnehmen, und, in die Otfa abbringen, weg, gut, habe ich soweit, Sonst, wie gesagt, was da genau, das Gespräch davor, da müssen sie mit Jimmy reden, aber der hat ja schon eine Aussage gemacht, ja, und ansonsten, hier da vorne, auf jeden Fall, sind da ein paar Wüstebeleidigungen geflogen, und dass wir uns verpissen sollen, war die Ansage, die Aufforderung quasi, so, aber so schnell konnten wir dem ja nicht nachkommen, oder was da, hatten die schon einen Schrotflinken, die sonst hat er in der Hand, also ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass ich, also ja, ich habe auf Leute geschossen, ich habe da hinten, auf eine, da hinten an dem Schild, auf eine Person geschossen, und ich habe die auch zu Boden geschossen, und ich habe hier, an dem Truck, auf eine Person geschossen, und habe die auch zu Boden geschossen, aber, die Person da hinten, hat direkt mit einer Schrotflinte, auf meinem Kollegen, der gerade mit seinem Motorrad, Richtung Ausgang fahren wollte, oder da halt auch so die Kurve gefahren ist, wie ich, da auf die geschossen, deswegen habe ich auf die geschossen, und auf den hier vorne, habe ich bewusst geschossen, weil der mit der Pistole, auf mich gefeiert hat, wir packen hier zwei in den RTW ein, und dann passt das, ansonsten habe ich hier auf niemanden geschossen, der nicht irgendwie, von dem Kinderaggression ausgang, wie die Frau, da haben wir ja eine Stimme, ist halt eine schwierige Situation, ich kann Ihnen jetzt auf jeden Fall, erst mal sagen, dass Sie wohl erst mal, mit hoch in die JVA kommen müssen, ja, ist okay, Sie müssen das ja erklären, ja, aber also, das ist, das ist so wie, wenn Sie noch irgendwas, ganz detailreich wissen wollen, und fragen Sie einfach, ich versuche mich so gut es jetzt, daran zu erinnern, also Sie konnten ja schon, ziemlich umfangreich, also ich weiß zumindest, was ich gemacht habe, und wo ich war, ungefähr, gut, dann nehmen Sie mir, es bitte nicht übel, aber dann muss ich Ihnen einmal, in die Achter legen, ja, Handschellen, kein Problem, gut, ähm, nehmen wir den Streifenwagen hier hinten, jo, ich hatte schon mal Handschellen an, und wurde dann wieder, kann ich mein Bike noch abschließen, lassen, weil sich das geklärt hat, also ich mache mir da jetzt, nicht so viele Gedanken, äh, das, ja, wir hoffen halt, dass sich da gleich schnell, alles aufklärt, und, ähm, dann gucken wir mal, was dabei rumkommt, ja, jo, machen Sie mir die Tür, äh, ich mache ihn auf, zu beiden Sinnenbein, haben Sie, vielleicht, also kann ich vielleicht, noch mal, kurz was essen und treten, oder? in den RTW am besten, oder? Da ist voll. Okay. Vorne ist auch noch ein Streifenwagen. Bei mir ist noch, der Exemplar geht auch noch. Waffen und so, gibst mir erstmal rüber, packe ich hinten ins Auto, pack das einfach, dann die Sporte gleich ab. Abgesägt durch Wutflinte, Eisen, Wiesbischiger, alles gut. Fischenlampe auch? Ja, hier in dem einfachen. Ja, guck mal her. Ja, okay. So weit essen, trinken durch? Jo. Danke. Alles klar. Macht ihr den Platz dann noch sauber, alle Autos weg? Denkst, bei dir noch Platz im Wagen? Äh, hinten kann noch einer sein, check. Ah, Stefan. Wege ringen, wir bringen dir noch einen. Da ist noch ein Rocker mit hinten drin. Also zwei hinten drin, ne? Zwei hinten, zwei Rocker hinten, ja. fahr schon mal mit dem Fahrer, mit unserem Wagen ein bisschen vor. Jo. 98 für 1,20, komm. Jetzt haben wir den Falschen. Oh, seid ihr voll? Wir sind voll, ja. Ja, ein Platz ist hier noch hinten, oder nicht? Ja, da muss der Kollege. Da sitzt ein Gefangener. Da sitzt einer. Ganz hinten bitte. Der Herr Bengts hat eigentlich gesagt, dass das vielleicht gar nicht so lange dauert, damit schnell gehen kann. Oder eventuell. Die müssen mir nur die scheiße, das ist ja nur eine oberflächliche Verletzung, aber der blutet halt wie scheiße. Die müssen mir die Schrotkugeln herausziehen. Fangen wir gleich in der JVA. Okay. Ja, ich habe jetzt auch erstmal nur so ein Druckverband auf den Arm, da muss ich... Wer ist du damit? Wo ist mein Kollege gerade hin? Keine Ahnung, fahr du damit, ich komme. Leute, tut mir leid, aber ich lasse auch, ich habe keine Video. So, hier ist doch bestimmt jemand so sozial und fährt mich eben zur öffentlichen Garage beim Yellowjack, oder? Oh, hallo Herr Bengts. Ja, Nehmen wir hier. Da bin ich. Ähm, da bin ich. Ich glaube, ich habe nur zwei Sitzer. Ja, ich bin ja auch alleine so. Ja, aber der Kollege hier. Du kannst ja gleich wieder zurückfahren. Ich kündige einfach in der Zeit. Du mal schnell kündigen, ich bring ihn kurz weg. Jo. Bis gleich. Ja, aber vergiss mich nicht. Nein. Und so weiter, alles gut, ja? Ja, alles super. Kam gerade vom Bahama Mamas. Ja, war gut was los? Ja, war ordentlich was los. Ich war zwar privat unterwegs noch ein bisschen, die letzte Stunde. Ich muss zum Yellowjack einfach hier vorne. Also hier rechts, ne? Ja, ich habe es heute leider nicht geschafft, da vorbeizuschauen, aber nächstes Mal dann halt wieder. Ja, nächste Woche. Ja, genau, habe ich schon mitbekommen. Ähm, Yellowjack noch weiter geradeaus, ne? Genau. Soll ich sie genau hier reinfahren, links? Ne, können sie mich hier so ein Licht rausschmeißen. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Morgen. Vielen Dank und schönen Abend noch, ne? Bitte schön, gleichfalls. 1026 in der United Hood, ähm, äh, ist im Ziel, steht hier gerade vor Uniteds Türen. 342 fährt, äh, kommt mal in die Nähe. Jo. Freedom im Anflug. Lost M.C. Streife, die hier bitte mal zur United Hood kommen könnte. United. Streife 2 ist auf Anfahrt. Und Friedhelm kommt auch vorbei. Was war das? Mhm. Wohl die Frau mehr, Tübe. Dächer sind frei. Streife 3 braucht die Unterstützung. Also aktiv. Ähm, aktuell ist alles ruhig. Harper und Kohl, kommt mal hin. Ich bin wieder als letzter in der JVA, weil ich so sozial war und dem McCain den Platz gegeben hab, ey. Junge, Junge. Wurde sich schon, wurde sich schon mit dem Jimmy unterhalten. Negativ. Ähm, 98 hat sich kurz mit dem unterhalten. Vor Ort. Den nochmal vielleicht genauer befragen, das scheint der Wortführer der Rocker gewesen zu sein. Check. Kurze Frage, weiß man, ob der Bachmann irgendwo hinrennt oder ob der gehen kann oder wie oder was? Weil der läuft hier gerade den Gang runter. Don't shit in the yard. Don't shit in the yard. 10 für die 61, komm. Nach Hause gehen ist nicht. So, sie setzen sich jetzt da hinten an mitkommen. Bachmann, mitkommen und Klappe halten. Hört sie. Warum muss ich mich von einem beliebigen Zivilisten beleidigen lassen und darf da keine Maßnahme durchziehen? Was beleidigen? Was sagt er zu ihnen? Er hat mich Doodlecock genannt, hat uns Sucker genannt und ähnliches. Funk, luft euch an, bitte. Doodlecock? Was zum Teufel. Verlack, da hast du auf, ne? Hier ist alles in Ordnung. Ich habe keine Verlackte auf. Gut. Ich dachte, ich muss da jetzt eben noch eben was eintragen. Also, ich habe halt nur die Aussagen, die du auch hast. Gut, ja. Ich kann das dann gleich noch gerne nachsagen, aber vier Rote standen da. Wir kommen dazu. Wortgefecht. Mit diesem Jimmy muss noch geredet werden. Den haben wir jetzt eben nur hier hingefahren. Ja. Ja, ich hatte Engels und Rabe, ne? Also nicht, dass die hier nochmal befracht werden, durchsucht werden und so. Das habe ich alles. Ja, dann gucken wir mal gerade. Kurze Info zu dem Pfeil und dann die Reiseltut. Der Nathan hat auch gerade hier im Notruf angerufen und hat verlangt, mit dem Herr Albrecht zu sprechen. Ja, dann soll er sich hinten anstellen. Was ist denn hier los? Da verlangen die Leute auf der Straße, irgendwen aus dem BD zu sprechen. Ja, das ist halt... Verlangen, dass sie ins Knie gefickt werden. Das ist halt unser heimlicher Kollege oder er fühlt sich so. Cannabis-Sache da heute am Feld war ihm auch Bullshit, Alter. Ja, der fühlt sich Bullshit. Ich musste bei Doodlecock schmunzeln, sag das nicht. Äh, muss sie jeder. Schon. Ergern mich eher, dass ich selbst noch nicht drauf gekommen bin. Ich danke Ihnen. So, können wir... Wir müssen dieses... Wie viele Rocker sind denn das und wie viele Rote sind das? Ficken Sie sich, Stifter! Was? Äh, es sind sechs... Sechs Rocker, meine ich. Vier Rote. Stifter, waren Sie böse? Oh, dieser Wichser! Alles gut, alles gut. Ihr geht's super. Provoziert mich! 98 für Leitstelle. Ja, du mich auch mit den Ohren, Alter. Leitstelle, jemand? Wir haben hier einen... Oh, wundertrichtig. Hallo. Ich hoffe, sie stecken mir nicht ihre Zeigefinger an irgendwelche Schusswunden. Jo, halte ich jetzt noch nicht vor. Gucken wir mal, was der Arm loszubringt. Bitte nicht. Ich habe Ihnen nichts gesagt. Äh, Freedom... Freedom... 30 Sekunden. Mhm. Und wie ist die Lage? Was denn? Und wie ist die Lage? Oh ja, die Tüter sind eigentlich alle ganz... ...liebgedacht, muss ich sagen. Das weiß ich nicht, wie ich sage. Ich habe im Auto geschlafen, als ich wach wurde, Mann. Habe ich meine Brüder bewusstlos vorgefunden. Ich weiß, ich weiß, das haben Sie mir schon erzählt. Ich wollte nur wissen, warum Sie gleich die erste Acht gekriegt haben. Kommen Sie mal wieder. Ja, lass sie hier mal die Acht wieder lösen, ja. Haben wir noch Stichkontakt? Negativ. Ja, obwohl, ob wir die Acht überhaupt brauchen... Ich frage mich, okay. Also... Jungs, was meint ihr? Äh, so... Wo wir zu dritt stehen, was ist denn hier... Was meint ihr? Ich sage, alle wegen Schutzwaffen in der Öffentlichkeit. Diesen ganzen Bums, alle auf jeden Fall. Ja, also ich finde der Meinung... Wir können nicht beweisen, wer anfängt. Also entweder lassen wir sie jetzt alle gehen, aber aufgrund der Schussverletzung, die wir hier vorliegen haben, haben beide Parteien das Feuer eröffnet. Eben. Entsprechend, wenn sie beide, wenn wir nicht ausschließen können, dass eine von ihnen angefangen hat, dann haben beide angefangen. Einmal bitte, wenn es soweit es gleich geht, den Miro Park anfahren, da direkt am Wasser ein liegen gebliebenes Motorrad. Wenn es ist und es kann nicht so reichen, wird er auf den Berg. Ich bin zugelassen auf einen Herrn, der Mark. Check. Ich habe zwei gemacht. Brenner hat welche... Wir haben alle von den Rockern Brenner durch, ne? Wie heißt es nochmal? Freedom gott fort, nichts sehen. Wabe. Kann nichts hören, man. Dieser scheiß Funk, ich gehe da jetzt raus. Ich bräuchte mal hier vorne bei den Rockern, bitte ein Mediziner, den... Der Herr, mal die mit schwarzen... Ähm, Rocker müssen auch noch alle eingetragen werden. Äh, hat das jemand... Die Namen sonst mal echt neue? Äh, Oliver Wolf, äh, dafür, den ich es gefunden habe, verfolgen wir uns gleich und schreiben dies vorsichtig. Müsst'n halt alle, ne? Dann check ich lieber alle nochmal. Oder hast du alle Namen? Ja, check lieber alle nochmal. Also ich habe drei, zwei... Wie viele Dock haben wir? Sechs? Da sitzen... Ich habe zwei noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Ich glaube, einen haben wir noch im RTW. Ich guck mal eben. Äh... Ready? Ja, der behandelt gerade dann noch. Streife 7, der einmal 10, 0, 2 für Leitsteinwechsel. Positiv. Im RTW sitzt auch noch ein. Äh, check. Ja, wir sind schon... Wir waren ja auf dem Weg, dann kam die Verfolgung. Von euren Kollegen... Check, zu verstanden. Komm mal rüber, Phil. Ja. Äh, zum Verständnis. Ähm, außer Offroad haben wir dem nichts vorzuwerfen, diesen... Machen wir Rocker und Rot getrennt, machen wir jetzt Rocker-Verlag da auch. In erhöhte Geschwindigkeit und fahren in der Gegenfahrtrichtung. Ja, ich frage mir keinen nochmal, was er sagt. Ja, gut, dann ignoriere mich. Ja, der ist da hinten in der Aussage, glaube ich. Ich würde sagen, wir machen das getrennt. Ja, machen wir auch. Besser. Gut. Machst du eben eine auf? Und dann packt die beiden die ganzen Namen, die ihr habt da rein. Iju. Und alle wegen Öffentlichkeit, Schusswaffe, bla. Und... Guckt euch nochmal vorher an, was die bisher... 3 mit 3 für Leitstelle kommen. Ich lasse mir nochmal gerade den Ausweis von der Dame zeigen, ich bin mir den Namen überhaupt nicht sicher. Einmal bitte beim Stadtpark vorbeifahren, dann sollen aktuell blau und gelb sich gegenüberstehen und den Bürgerkrieg hier etwas eingeengt. Ich habe immer schon noch gesagt, dass das die Frau Rabe ist. Verstanden. Also das mit dem Koordinieren hier müssen wir irgendwie nochmal besser hinkriegen in Zukunft. Lucy Rabe ist das. Ja, Friedem, guckst du nochmal. Und den Engels hat. Checkt so, verstanden. Steffen, sag, äh... Hau ich da jetzt die Durchsuchung rein. So. Lucy Engels, ja? Leitstelle für 98, komm. Leitstelle, hört. Lucy Rabe heißt jeder. Ja, mein ich ja. Lowrider, Stadtauswärtshöhe, Casino, Richtung JVA. So, ich gehe zu McKayen, sag ihm, wir machen das jetzt wegen dem Schusskram und dann machen wir den Bums hier fertig. So verstanden. Freedom, bitte einmal, anstelle Stadtpark, bitte einmal da, die anfliegen. Gut, dann trage ich meine Leute hier noch ein. Checkt so, verstanden. Streifendienst fortsetzen. Ähm, aus welchem Grund die blauen Fahrzeuge? Arteilen informativ. Äh, ich frage nur, weil wir sie anfliegen sollten, deshalb. Das müssen sie mit der Leitstelle klären. So, Lucy Rabe, Steffen Engels, Nick von Hallerstein, Jimmy Jones, Oliver Wolff. Die müssen doch gleich unter euch sein irgendwo. Der letzte ist in der Behandlung. Gut, ich mache die Aussagen da gleich rein von meinen und dann, ähm, die Punkte und dann haben wir das gleich da schon. Lucy Rabe hattest du ja auch, ne? So, das ist drin. Zufügen, Frau Rabe. Ach, scheiße. Gute, tue doch was. Äh, Informationen an alle, vermehrte, vermehrtes Aufkommen von Zivilisten, ähm, Höhe der Bar im Mirror Park. Also gut und gerne 20 Personen. 18 übernimmt, Leitstelle. Das habe ich drin. Kannst du stopt hurting each other? Money spent on medicine comes off us for online. Ah. Sehr schön. Ach, das ist Herr Wolff. Alles klar. Gut. Ja. Wunderbar. Dann, äh, lassen Sie sich gleich zu Ende bei mir. Alles klar. Wunderbar. Okay, das machen wir jetzt fertig. Irgendwie fehlt uns einer. Was? Wer denn? Im, im anderen. Irgendwann, irgendein, ja, aber ein Rocker? Ich weiß nicht, aber ich denke schon. Also, hier sind fünf. Fünf. Von einem weiß ich aber den Namen nicht. Ja, dann müssen wir uns die Auswahl nochmal zeigen. Lucy Rabe, Steffen Engels, Nick von Hallenstein, Jimmy Jones, Oliver Wolf. Ja. Das sind fünf. Ist hier nicht noch irgendwie einer, was mit, ähm... Herr Bengts? Ja. Der Verlagte von den Rockern steht jetzt noch nicht der Justus Bachmann drin. Ja, genau, das wollte ich sagen. Perfekt. Sehr gut. Habe ich nur gerade gesehen, der sitzt auch da vorne. Ja, den suchen wir gerade. Wir suchten gerade den letzten Namen, wenn der sein soll. Ja, Justus Bachmann. Ich sehe, einer triecht da schon fleißig die... Genau. Links sein. Richtig. Ähm, ja. Magst du das übernehmen? Ja, das wird gleich wieder mit dem Graslauf ein bisschen. Ich kann sie nicht einknacken lassen. Sollte er nicht mehr werden, das ist gleich der Nächste, ja? Ja, Bengts, äh, Dings kann das auch, äh... McCain sonst, ja. Also, wenn du noch Wichtiges hast, dann sonst... Ich muss, ich muss das klären mit dem Hernandez und dem Dudelhoff. Keine Ahnung, ich muss ins BD zurück. Ja, dann mach das. Ja, okay. Läuft doch alles hier. So, ist alles drin, glaube ich, soweit. Lass mich nochmal kurz gucken. Äh, ich hab mal eine Frage. Jo. So, weil ich's gerade sehe, in der Fallakte jetzt, von den Rockern. Ja. Ähm, ist das, äh, gang und gäbe, dass dann eben von dem Waffenarsenal, dass das, äh, festgehalten, also dokumentiert wird, so wie's da gemacht wurde? Äh, ja, ich wundere mich auch gerade. Ich wollte Red Bengts fragen, ob wir das jetzt normalerweise, also bei den normalen Waffen auch schon machen. Keine Ahnung, ich hab's jetzt in dem Fall einfach gemacht. Muss nicht sein. Müssen wir nicht, müssen wir nicht, ist aber besser. Ja. Also, die haben alle Waffen dabei. Die, also, das, was er dabei hat, das haben fast alle dabei, also. Ja, ja, ja. Ähm. Laut den Roten haben die auch alle eine Doppelläufige gezogen, was das auf perfektionären Waffenarsen hat. Die Waffen und die Waffenscheine nehmen wir denen auf jeden Fall auch an. Alles klar. Also, das können wir vertreten, weil die da mit rumgeballert waren. Ja, aber wenn die gleich einwandern, denkt, dann wird das eh abgenommen, ne? Ne, die Scheine nicht. Die müssen wir per Hand nochmal abnehmen. Ja, ja. Ja. Das machen wir aber dann am Tor, wenn die einwandern. Ja, du exekutierst das zusammen mit McCain, oder? Ja, können wir machen. Gut, ich schau. Ja, McCain muss sowieso dabei sein. Die Vorwürfe habt ihr auch schon drin? Genau, sehr gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Ja, da? Bei den Vorwürfen zählt ich erst fünf. Ja, da fehlt noch der Bachmann. Ah, der Bachmann noch, ja. Machst du eben? Ich mach eben. Äh, 29. Ja, bitte. Sechs. Vorsicht. Raus. Perfekt. Ähm, ganz normal, dass wir die Wunden jetzt erstmal drei, vier Stunden nicht spüren. Schmerzmittel sollte danach auch noch wirken. Äh, örtliche Betäubung hält jetzt noch drei, vier Stunden. Und alles drin. Der Rest machen die da. Dann sage ich McCain auch, dass wir hier so anfangen. Dann haben wir die gleich durch. Ja. Äh, ähm, McCain? Ja. Willst du die echt verknacken? Ich weiß es eben noch nicht, ne? Und, äh... Also für mich, äh, klingt das schon einleuchtend, dass die Rocker da vorgefahren sind. Ja, und alle haben die in der Öffentlichkeit geballert und, äh, haben es alle zugegeben. Von daher ist halt nur einer, der sich hier um uns kümmern soll, das ist halt... Warte mal, Bengst, komm mal zur Seite. Ganz ruhig. Jetzt, jetzt sag dir mal, du arbeitest da, ne? Du hast eigentlich gar nicht mit diesem ganzen Mist was am Hut. Mit dem ganzen Händler-Scheiß. Weil die sind blutjung. Und der da rafft nicht, Alter, dass die von dem Händler eigentlich gar nicht wollen. Und das ist schon das zweite Mal. Gestern war genau die gleiche Scheiße, ne? Aber da haben die da dann den losgerufen und dann haben die sich da geprügelt. Ja, die erzählen halt, die standen da, äh, ungefähr bis zwölf Uhr, haben da gechillt und, äh, haben Wind bekommen, dass da in letzter Zeit öfters Überfälle sind. Und deswegen schauen die da so ein bisschen nach dem Rechten und hin und wieder machen die auch eine Grillfete da. Ähm, gegen null Uhr sind die dann zum Tequila-La gegangen, ähm, haben davor die Roten aber schon getroffen. Dieser Jimmy und einer von den Roten haben sich unterhalten. Da sind ein paar Beleidigungen gefallen, hin und her, dies, das. Dann sind ihre Bikes holen gegangen beim Tequila-La, sind wiedergekommen. Dann kam die Ansage anscheinend von Rot, dass sie sich verpissen sollen. Und dann wurde auf ein Motorrad geschossen und dann ging's los. Das ist die Aussage, so gesehen, von allen von denen. Nee, doch, das ist falsch. Also, der Bachmann hat was anderes ausgesagt, ne? Der widerspricht dem Ganzen. Die haben da wüsst. Ja, sorry. Sprich. Hast du gesehen, wie die Motorräder da standen? Die Roten haben gesagt, die haben die im Kreis, Alter, die konnten noch nicht mehr die Waffe rausnehmen. Ja, das ist halt die Aussage, die ich hier von, also der Herr, ähm, Dings konnte halt irgendwie am meisten von denen sagen. Äh, Herr Engels, das meine ich so. Aber die anderen, die ich hatte, zum Beispiel Rabe und Brenner hatte da den Hallerstein, äh, das deckt sich halt so, wie die das sagen. Ja, der Hallerstein hat halt gar nichts gesehen, ne? Also, der Bachmann hat ausgesagt, ne? Von wegen, die waren da, wollten Würstchen essen, die Roten haben auch Würstchen gegessen, dann sind sie rübergegangen, wollten denen Würstchen anbieten und dann hat einer von den Roten eine Waffe gezogen und dann ging's rund. Ja, also, wie willst du denn... Ey, guck doch mal, wie viele Leute da waren, Alter. Ich weiß nicht mehr, Alter. Ja, wir haben die, äh, also die Rock haben wir jetzt so weit, dass wir einfach sagen, ähm, Waffe in der Öffentlichkeit und, ähm, Schießen, das haben wir da jetzt eingetragen. Ähm, mehr kannst du nicht machen. Das ist die Frage, ob die Roten jetzt rauskommen, ey, oder ob ich die für das Gleiche verknacke, ne? Also, nein, würde ich nicht. Also, ich finde ganz klar, an den öffentlichen Platz, da oben beim Händler, ist nix mit Notwehr oder so. Ich denke auch. Also, ich, meine persönliche Meinung ist, beide gehören dafür bestraft, dass sie da diese Scheiße gerade gemacht haben. Da waren Zivilisten vor Ort, die da arbeiten wollten oder gerade danach dann irgendwie weggefahren sind. Das heißt, da hätte auch irgendwie einer von denen eine Kugel abkriegen können, ähm, Fall für zwei, äh, 26 Stunden. In dem Fall würde ich einfach sagen, äh, in der Öffentlichkeit Waffe und, ähm, ja. Also, dementsprechend ballern halt auch. Ich würde die nicht gehen lassen, aber ich würde die Roten halt auch nicht, äh, kompletter jetzt, äh, sag ich mal hier 30.000 oder so. Gib denen ganz easy was und, äh, abwarten, wie die sich entwickeln. Die Blutjungen, die da nichts mit zu tun haben. Du kannst dich auf jeden Fall jetzt nicht rausmarschieren lassen. Wenn er gestern auch schon mal wieder so scheiße war, da haben die sich, glaube ich, geprügelt oder so einen Scheiß, ne? Das Problem ist, Alter, dass hier irgendein... Also, so langsam müssen wir mal einen Weg finden, was die, äh, Händler dort angeht, weil... Vor kurzem sollen, wo die Lost, äh, wegen Notwehr, äh, freigelassen worden sein. Bei genau der gleichen Scheiß, ne? Und jetzt nur, Alter, weil, äh... Aber, da darfst du nicht vergessen, dass auf den Lost irgendwie mit 15 Leuten United auf dem Dach mit automatischen Waffen geballert wurde oder so, ne? Bei der Variante, okay, okay? Ja. Was sind so die, die sind so selbst eingegangen? Ich finde das, äh, in meinen... Ich hätte an... Ich hab das entschieden, dass die freikommen, aber hab mich dabei nicht wohlgefühlt, okay? Also, im Fall der Rocker würde ich sagen, ähm... Ja, das, was Brenner und ich schon sagten, Waffe in der Öffentlichkeit und auch Abfeuern und Rote... Ja, Masken haben sie auch noch getragen, ne? Wird es schon die Rocker oder die Roten? Die Rocker. Na, siehste, warum sollten die denn... Äh, egal, aufgeschissen, ich verknackte es für Schießen in der Öffentlichkeit, die Roten wird wahrt. Mehr macht dann hierhin, okay? Ne, aber auch nicht hoch, sodass die das sogar vielleicht nur bezahlen. Ja, Gott sei Dank. Wie schaut's hier aus, Hell? Ähm, ich warte jetzt noch auf den Häuptlingen von den Indianern hier. Dem will ich nochmal anhören und danach kriegen die alle die Strafe gedrückt und, äh... Ich schätz mal, 120 ist Maximum. Ich würd mal sagen, wir packen bei allen... ...was wir niedrig ansetzen als Ersttäter, 15.000. Mach 20. Wir waren gestern auch schon irgendwie mit Rot da, 20 ist in Ordnung. Also würde ich sagen, musst du nicht, aber... Ja, passt schon. 20 von maximal ist 120? Ja. Maximale 120. Boah. Ich find das so schwierig, ne? Ja, aber du musst ja gucken, wenn er sagt, die haben alle noch nicht dementsprechend was drinstehen, dann... Ne, also ich... also... Ich würd den halt weniger geben, mich persönlich, aber... Boah, ich kann das drin auch nicht. Was hast du denn? Ich würd 15 machen. Ja, dann machen wir 15. Wenn ihr beide sagt 15, machen wir das. Jetzt beim nächsten Mal wieder um 2 höher. Ja. Oder 2,50 höher. Wie gesagt, wie war's? Jo, JVA, und sie selber? Äh, ja, ne, ich wollt eigentlich nur mal durchfunken, dass alles super gelaufen ist. Ja. Ja, auch die Streife, alles wieder super gelaufen. Ja, da muss ich von unserer Seite ein bisschen entschuldigen, das war heute ein bisschen kompliziert. Ja, ne, ich hab schon gehört, am Eisenhändler war was. Ja, ne, aber eigentlich wollten wir los, aber dann war ein bisschen Fehlkommunikation. Ja, ist ja, das ist kein Problem. Nächstes Mal wird besser. Aber ich sag dir jetzt schon, das hab ich dem Cole auch gesagt. Wir werden nächsten Samstag auch das Hammer Mamas aufmachen. Ja. Wir haben da einen DJ einfliegen lassen. Ja. Der reißt die Hütte am Samstag komplett ab. Ja, dann werden wir das dann auch so machen, dass, ähm, also ich auf jeden Fall dann auch schon früher vor Ort bin, bevor er der Laden aufmacht. Für Latschle.com? Ist kein Problem. Alles klar. Latschle.com? Ja. Wenn er da ein paar Leute mitbringen wollt, macht das gerne. Mit dem Ticket verkauft wird nicht auch anders laufen. Der DJ, der da kommt, er hat hier auch ein paar Leute, die er noch kennt. Ja. Die will er halt als erstes da einladen. Und, ja. Aber euch lassen wir eh immer rein. Von daher. Alles klar. Dann können wir uns nochmal gut knallen. Ähm, sag ich dann gleich auch so an McCain weiter, weil mit dem bin ich hier, dann brauchst du den nicht irgendwie noch anrufen oder so. Ja, ja, mit McCain war ich ja heute auch kurz auf dem Militärplatz da. Ja. Aber mit dem konnte ich nicht reden. Also trag alles ruhig weiter. Alles klar. Äh, ja, ich reserviere euch einfach mal vier Plätze. Jo. Äh, wenn er mehr braucht, ruft er durch. Alles klar, klingen wir hin. Alles klar, weiß ich Bescheid. Jo, schönen Abend. Jo, ciao, ciao. Herr Doktor, Herr Doktor, haben Sie nochmal ein paar Bandagen, Druckverbände, dass wir da mal ein bisschen die Blutung stillen können? Was? Wo? Ja, die Leute, die da sitzen. Ist der Chen da jetzt noch? Ihn, Entschuldigung. Ja. Von euch noch jemand? Alles gut, ich. Nein, ich könnte ja noch einen gebrauchen. Das ist der direkt vor mir? Ja. Ja, okay, ich gebe Ihnen nochmal eben hier so ein, äh, Ich mach das mal neu. Wir haben es zum Druckverband. Arme und Schulter, hast du gesagt. Bitte sehr. Ich hab auch noch. So, dich einmal festmachen? Ja. Ratatatata. So, da könnte auch noch. Wo ist das bei dir? Wo ist denn jetzt dieser Jimmy? Alter. Ja. Hä? Ja, da sagt nochmal jemand, wir arbeiten langsam Diese Mediziner, was geht mit denen? Ja, wir machen das gleich auch so Die haben ja wirklich, alle kriegen genau dasselbe, ne? Mhm Sprichst das Urteil gleich direkt für alle ab Ja Nicht jeden Einzelnen hier, bla bla bla, sondern Nee, 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 nee Ich glaube, ich stelle mich da auch mal eben ein Als Verurteiler und was weiß ich Jo 19 für die 21 kommen Herr Banks Ja bitte Zwei Fragen, die erste Frage ist Darf ich mal kurz auf Toilette gehen Die zweite ist, wo kann ich das machen? Hier vorne einmal, da um Eck Nicht, alles klar Da können sie eben ausdrehen Nicht, okay, danke Oh, das sieht doch gut aus So, so weit durch Ja, was geht Geht Wenn er zu eng ist, hätte ich ihn ein bisschen lockerer gemacht, aber geht so, ja? Alles, nee, ist in Ordnung, danke Doc Ist in Ordnung, super So, wir brauchen... Oh, dann setze ich mich wieder, ne? Ja, können sich da hinsetzen Danke Das ist in dem anderen RTW, da ist nur ein Rotor drin, oder wie? Ich check die Maus Kann man schwerlich sehen, ne? Den Locker am Auto, nee, ne? Nein Alles klar, check LPD 12 Hallo Von der Herr Jimmy Jones, richtig? Das ist richtig Gut, ähm Warten wir hin so mit Geschichte, ich kann Ihnen erzählen, was passiert ist Wollen Sie mir, gut, erzählen Sie mir, was passiert ist Also Es ist ja bekannt Dass wir öfter Beim Eisen stehen Bei dieser Wie heißt das? Palästrale Wo der Highway von getrennt ist Mhm Da sind wir öfter Da stehen wir rum Quatschen mit den Eisenarbeitern Dieser sind wir auch bekannt Mhm Und Ein paar Eisenarbeiter haben uns halt erzählt Dass sie da Mitten in der Nacht überfallen wurden Mit Schrotflinten vor der Nase Und von den Polizisten war niemand mehr erreichbar Mhm Wir sind da Haben da dann die letzten Tage gestanden Nicht um Stress zu provozieren oder sonst Weil die selbst gefreut sind Unser Drocker hier in der Stadt Ja, einfach Diesen Typen zu zeigen, ey Hier sind auch noch andere Leute, die das sehen, was ihr da macht Na Mhm Seit gestern Tauchen die Rotköpfchen da hinten Immer wieder auf Mhm Und seit gestern Zählt mir dieser Weiße da Also der mit den weißen Haaren Keine Ahnung Mhm Äh Das Ich hab keine Ahnung Irgendeinen Scheiß erzählt, ja Und heute Es hat Ein bisschen eskaliert, sag ich mal Ja Der kam Der kam zu mir Und meinte auf einmal Wir sollen uns hier verpissen Wir haben hier nichts mehr zu suchen Mhm So Also du sagst Ihr stand da zuerst Und die sind dann angekommen Ja, ja Wir standen da zuerst Wir sind Danach Also das war Wir sind dann Nach Kennt ihr diese Yellowjacket? Yellowjacket, ja Ja Die ein bisschen weiter hinten lagen Weil die zuerst auf dem Hof sind Mhm Als ich Vorbeigefahren bin Hat er mir einen Schuss an der Seite gerammt Genau Das ist halt Eins zu eins Die Aussage von dem Engels Wiederholen Hat er direkt rumgebrüllt Wir sollen uns hier Nee, war für Hill gerichtet Du bist zu hart leise Warum? Ähm Ich war das noch bis der letzte Genau so Fahrrad Und dann Also völlig geisteskrank Der Typ Der hat Check Also gestern war das noch ganz nett Er hat sich vorgestellt Dass er hier einfach nett ist Und rumstehen will Und heute hat sich das irgendwie gewendet Aber habt ihr nicht Nee, gestern waren Wart ihr das nicht Das waren eure Kumpels Vom Lost Die da Baseball gespielt haben Richtig Damit haben wir nichts zu tun Officer Keine Ahnung Was die da mit denen haben Naja, wir standen da ja rum Ja, wir stehen da Immer Wir stehen an der Leitlage Aber ich dachte Das sind eure Freunde Oder sehe ich das falsch? Was heißt unsere Freunde? Ich trinke da ab und zu ein Bier Und die schrauben an meinem Bike rum Ich kenne ein paar von denen Aber Freunde Also Jungs da hinten Das sind Freunde Okay, verstehe Die anderen mit den Ich meine Ich weiß nicht Jeder der mit dem Sie ein Bier trinken Ist halt gleich ein Freund von ihnen Nee, nee, deswegen frage ich ja Ja, ja Das ist halt Die Lost-Werkstatt Gut Ja Gut Ich würde sagen Ich nenne dich jetzt mal Vornamen Jimmy Setz dich zu deinen Leuten Darf ich dich dann auch Vornamen nennen? Ja, wenn du ihn kennst Nee, deswegen frage ich ja Ja, können wir auch machen Ernest Ernest? Mhm Ernest Ernest Okay Alles klar Ich bleibe bei dem Nachnamen Okay, Herr Hill Das ist einfach für mich Ja, richtig Gut, dann setz dich zu deinen Leuten Und wir kommen dann gleich Und dann wird hier Ja, dann sagen wir euch, was los ist Na klar Ich sag Dankeschön Danke, Herr Hill Und darf ich Ihnen vielleicht Sie sind doch ein bisschen höher, oder? Jetzt von der Rangordnung Wenn Sie mit mir sprechen Was wollen Sie mir denn sagen? Ich will Nur Nicht, dass jetzt hier irgendjemand Auf den Sack kriegt Oder sonstiges Aber Ich hab jedem Officer Im Eisen gesagt Ich stand zuletzt Mit meinem Kollegen Steffen Wir waren die einzigen Die noch auf der Beine waren Und die 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 Arme in Rot da hinten Die ist da auch noch um ihr Rand Ja Wir waren die letzten Die standen Und Ähm Ich weiß nicht Ich hab jedem Officer gesagt Dass ich unbedingt ärztliche Hilfe brauche Und wie ein Schwein blute Ähm Jetzt gerade wurde ich erst verarztet Also ich hab hier wirklich eine Stunde vor mich hingeblutet Das war echt kritisch Sache, ja Ich seh das genau so Kein Vorwurf, aber nur Dass wir es mal gehört haben Ja Weil wenn man nichts sagt Dann kann doch nichts besser werden Ich nehm das erstmal an Und wer das so weitertragen Nur Zu deiner Information An so einem Punkt Wo viel geschossen wurde Müssten wir natürlich erstmal Eigensicherung betreiben Ja klar Und natürlich auch sichern Dass da keiner mehr rumbannert Aber wenigstens Ein kurzer Druckverband Oder sowas Ja Also wie gesagt Ich hab mir da Entschuldigung Die gesamte Zeit hier Äh Ja Hast ja gesehen Ein RTW war für euch abgestellt Einer für die anderen Und die Mediziner sind nicht unbedingt die Schnellsten Sagen wir es so Naja Die machen ihren Job gut Die machen ihren Job Aber wie gesagt Das mit dem Druckverband Das geht eher in deren Richtung Aber das werde ich jetzt so weitertragen Also Ich hab wirklich jedem Polizist gesagt Ja Ja Okay Dann danke Ich setz mich wieder an Muss von den Herrschaften noch irgendjemand behandelt werden? Ne Soweit sind glaube ich alle durch Ähm Sonst Haben wir gerade eine Kritik bekommen Fürs nächste Mal Wir haben hier noch jemanden Eine Sekunde bitte Äh Fürs nächste Mal bitte Dass die irgendwie alle erstmal Einen kleinen Druckverband kriegen oder so Und dann könnt ihr richtig Umschnipseln Weißt du? Äh Die sollten alle einen Druckverband gekriegt haben Und der eine Kam eben zu mir und meinte Er hatte bis gerade eben geblutet Okay Also Also Ja Das ist jetzt Allerdings Ein bisschen verwunderlich Also normalerweise Hatten alle einen Druckverband Kann natürlich sein Holt den ITW ein Stückchen zurück Und dann Werde ich mich dann um den Um den einen Herrn kümmern Der da wohl noch eine Versorgung braucht Ja? Alles klar Vielen lieben Dank Vielen Dank Alles klar So die Dame holt eben ihren Wagen da ein bisschen zurück Und dann kriegt der letzte hier noch Der noch braucht Super Dank Ich glaub Es sind noch zwei Ja Der Ja Engel Noch Aber bei mir dürfte es nicht Also Jimmy Sie sagte Eigentlich habt ihr alle einen Druckverband gekriegt Noch vor Ort Keine Ahnung Ja sie muss es halt noch vernähen Bei mir Muss irgendwie untergegangen sein Wie gesagt Ich mach keinen Vorwurf So Ich wurde wirklich erst Nach einer Stunde hier Verarztet Ich hab auch die komplette Kopfkarte Voll geblutet hinten Das tut mir mega leid Aber Nö Alles gut Da haben wir Leute Die das putzen Das ist doch super So ist es Ich muss das nicht machen So ist das nicht Den darf ich jetzt mal mitnehmen Wem ist jetzt noch Dem Herrn Engels noch Und den Herrn Hallerstein Das ist okay Bitte mitkommen Das ist ein Boah Ja Äh Achso Eine Frage hab ich noch Die Dame von den Roten Hat die auch geballert Die haben alle geballert Alter Keine Ahnung Also Ich hab die alle nicht gesehen Ja Ich hatte andere Probleme In dem Moment Ja ich kann es auch nicht Ich kann es auch nicht sagen Ich kann ihm nur definitiv sagen Dass der mit den weißen Haaren Ja Direkt mit einer Schrotflinte Auf uns zugerannt ist Verpisst euch Und dann losgeballert hat Aber sie hab ich noch gesehen Aber ja Die Frau hat niemand explizit Von der Füße gesehen Nein Nein Kann ich nicht so bestätigen Sorry Gut Ja ich bin gleich wieder da Merzmittelballern alter Ja Ja so soll es sein Ne Das war ja nicht Ich hab einfach zu viel Blut verloren Mir ist total schwarz vor Augen geworden Ähm Justus war auch schon ganz blass Der hätte ja auch gleich einen Abflug gemacht Ja ich hab gerade noch die Druckverbände gewechselt Ich hab auch noch die Druckverbände gewechselt Ich hab den Druckverbände gewechselt Da können wir halt grad nix beschleunigen, so zwei Mediziner, dann dauert das halt mit der Behandlung ein bisschen. Chat, da kann man nix tun. Dann noch eure zwei Leute und dann sag ich euch, was los ist. Ja, die bezahlen da drüben gerade. Die bezahlen alle? Aber die Jacken von den Herrschaften sind wirklich ein bisschen unvorteilhaft. Das haben wir aber auch schon gesagt. Das hören wir nicht zum ersten Mal. Tut mir leid. Ich wollte grad sagen, hast du das laut gesagt? Ja, das sieht halt auch wie so eine typische blaue Strickjacke, mit der mein Großvater immer rumgerannt ist, wenn er gerade aus dem Wald kam. Aber das ist doch gegen Großväter, ist doch erstmal nix zu sagen. Nee, der war nett, mochte meinen Opa. Eben. Aber das macht euch halt nochmal gefühlt 50 Jahre älter. Nee. Entschuldigung. Ei, ei, ei. Nee, ist schon in Ordnung. Bin ich gleich dran wegen Beamtenbeleidigung. Dass diese FIB-Klamotten nicht so geil sind, das wissen wir selber. Aber euer Portemonnaie ist toll, was ihr da umhängen habt. Das hatte ich früher auch, wenn ich als Kind ins Freibad gegangen bin. Als kleines Kind, ne? So, da hast du 5 Mark und jetzt geht's Schwimmen, Kind. Leider, hier ist kein Geld drin. Pass auf, dass du dein Brustbeutel hier nichts verlierst. Das hab ich früher auf den Schulhof, den dicken und den ganz schmalen mal runtergerissen. Was als Kind schon scheiße, Jimmy. Ja, ja, klar. Mann, wir hatten doch nix. Ich musste da auch gucken, wo ich bleibe. Musstest du Brustbeutel klauen. Ja, Mann. Das war echt eine traurige Zeit, Alter. Dann auch mit der Bauchtasche rumgelaufen, Jimmy. Immerhin hat er ihnen nicht die Brotdose und das Frühstück geklaut. Sonst war er nämlich jetzt fett. Richtig. Du musst doch aufpassen. Wenn die ja nicht rankommen, dann ist Feierabend. Ja, ja, ich weiß. Wenn die sich auf dich draufsetzen, dann ist Feierabend. Wenn es dann nach dem Schulhof reingeht und die fangen dich da irgendwo ab, dann... Ja, die Zeiten sind vorbei. Ich hatte früher immer Glück. Du warst doch nicht lange in der Schule, ne? Von deinem Bastard. Die Fresse. Schön beim Kreideholen gewesen. Bisschen zu viel Kreide. Hast du nicht gesagt, verdreifach. War ein Mathe ganz gut, weil die Mathelehrerin war heiß. Das kaufe ich dir sogar an. Braucht jetzt noch jemand eine Behandlung, oder? Ja, ich freue mich zur Behandlung. Sag mal, soll ich das der Frau Rabe jetzt schon ausrichten? Ich würde die Show gerne sehen. Kannst du direkt machen. Okay, irgendwas mit Kussi, Kussi. Wie war das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was für eine Show gibt es zu sehen? Hören Sie mal ganz kurz weg. Die Office sagt, okay, ich schwör euch, ich hau dem Typen in die Fresse, wenn ich ihn kriege. Ja, das hab ich mir gedacht, nach der Ansage. Dieser Penner. Das ist sein Scheißgerd. Irgendwann, der Wischler Stift da. Macht die ganze Zeit. Ich möchte jetzt, werden hier gleich die Roten vorbeilaufen, höchstwahrscheinlich. Wenn das passiert, möchte ich euch bitten, die Kontenants zu wahren. Keine Pöbeleien. Aber der Typ hat doch auf uns geschossen. Wird der nicht eingetast? Das werde ich euch gleich mitteilen, wenn ihr alle zusammen seid, okay? Also, ich würde jetzt keinen Hacknack machen. Ne, die sind alle durch hier. Einer sitzt noch bei deinem Kollegen im Wagen, glaube ich. Alles klar. Gut. Boah, das jetzt nicht aufkommt, ihr werdet ungerecht behandelt oder was auch immer. Die wurden verurteilt und haben ihre Strafen bezahlt. Okay, verstehe. Lass mich schnell. Ja. So ist das halt im Rechtssystem. Na klar. Ich meine, der hat auf uns geschossen. Dann muss er zahlen. Hoffentlich zahlen die auch gleich alle. Weil sowas bräuchte man ein paar mehr Mediziner. Na, macht Ihnen keiner einen Vorwurf. Na, wir arbeiten so schnell wie können, aber, ja. Geht halt nicht schneller. Auch Chefetage noch vor Ort da, oder? Kannst du ein Herr und Frau, also Herr Dr. Stifter und Frau Dr. McKinley sein? Jo. Ach, die sind verheiratet? Oh, okay. Wusst ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob die verheiratet sind. Wenn sie Frau Stifter McKinley heißt, dann werden die... Nein, ich hab mich einfach versprochen. Ach so. Der Herr, Dr. Stifter und die Frau, Dr. McKinley, Joost, du, setz dich jetzt. Setz dich. Ohne Witz. Tret dir gegen das Knie. Olli. Er hört schon wieder nichts. Olli. Du, setz dich jetzt hin. Setz dich doch einfach hin, wie alle hier. Der hat deinen Kopf gekriegt. Hatte dir nicht rote Haare erst? Noch nicht. Ah, kleine Hosentaschenrebelle. Sieht wenigstens nicht ganz so scheiße aus, wie du hier wackelst. Das ist halt schon... Ach, bitter. Hast du hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schussverletzungen und ein Mediziner, muss die alle nachher... ...kann nicht mehr da sind. Was sagst du bei uns? Na ja. Alles klar. Alles gut, lass die mal hier jetzt durchziehen. Okay, lass uns mal gucken, wie weit die hier sind, ne? Wie weit sind die? So. Mediziner warten. Der, wir sind eigentlich durch, wir warten nur noch auf den letzten, dann verkündigen wir denen allen das Urteil, wir haben 15.000 genommen, wegen Paragraf, irgendwas 20, Absatz 6. 29. Schusswaffen, genau, und dann können die sich entscheiden, ob sie bezahlen oder nicht. Ich wollte halt noch warten, bis der letzte hier ist, ob sie noch irgendwas zu sagen haben als Allgemeinheit. Das nächste Mal machst du das als Hauptdelikt, sodass man sehen kann, wie viel Tagessatz er wird. Ich weiß nicht, hast du... Warte? Nee, das geht auch so. Passt schon. Nee, nee, passt schon. Ich schreib dann noch als Notiz, was sie kriegen, außer wenn sie jetzt noch irgendwas aussagen, ne? Dann bleibt's halt bei den 15 und dann schreib ich das da rein und ob sie es absitzen wollen oder... Vorab muss ich euch sagen, dass ich das gut finde, dass ihr das übernommen habt, weil eigentlich hatte ich gedacht, dass der Herr Albrecht das macht, weil er die Befragung vorher gemacht hat. Nee, der hat sich um den Dudelhoff, wollte er sich kümmern, weil er da ja irgendwie sauer geworden ist. Ja, ich hab halt gesagt, machen wir halt eben, ne? Wir kennen hier halt. Haben wir eigentlich ganz gut durchgezogen. Und dann habt ihr jetzt noch 15 abgedrückt? Ja, was habt ihr gemacht? Die Roten haben 10 gekriegt, bis auf die Dame, die war frei gesprechend. Die Roten, die haben 10 gekriegt, weil wir von ausgehen, dass die halt aus Notwehr gehandelt haben. Genau, und die anderen die Aggressionen waren. Aber da fehlen nicht 15.000 wenig, oder? Sehe ich das falsch? Ich meine, die Roten hätten bereits so viel lassen können, aber denen haben wir eigentlich immer noch ausgewischt, wegen einer anderen Sache nochmal. Die hatten noch nie was, größtenteils noch nie was gemacht. Manche haben schon was gemacht, aber nicht den Gesetzesbruch. Und wir können uns auch nicht hundertprozentig sicher sein, dass die die Aggressoren sind. Ja, das war mir. Frage am Rande, habt ihr die Aussage von Bachmann? Was habt ihr dazu sagen? Ja, Moment. Da bin ich ja gespannt. Da sind wir ein bisschen neugierig gerade, weil wir haben den vor Ort vernommen. Und ich habe selten so gute Märchen gemacht. Hier steht keine Aussage von Bachmann drin. Habt ihr den selber noch befragt oder so, oder wer war das? Ich habe die allgemein befragt. Okay. Aber der hat da nichts erzählt. Nichts. Habt ihr denn gesagt? Wenn ihr dir eine Aussage macht, dann sagt die da ein. Ja, pass auf. Also das war so, ne? Der ist da angekommen mit... Also die sind mit ihren Bikes da rüber gefahren. Zu den Roten. Die Roten... Du hast noch nicht richtig erzählt. So die standen da und haben Würstchen gegrillt. Ja, dann erzähl halt alles. Die standen da, die Rocker und haben ihre Würstchen gegrillt. Wie sie das so gerne machen, ja? Und dann kamen die Roten an und haben sich dann direkt da an den Laden dran gestellt, an die Eingangstür, ne? An die Große. Und haben dann da ihr Barbecue veranstaltet, die Roten. Sondern sind die Rocker auf ihre Bikes gestiegen, sind rüber gefahren. Zu den Roten. Um die zu fragen, wie deren Würstchen denn so sind. Und ob sie, ne? Vielleicht nicht mal irgendwie die Würstchen tauschen können oder so. Mal zum Probieren und sowas. Das fanden die wohl alle nicht so lustig. Und dann haben die Roten wohl eine Waffe hier, einer hat so eine Spruchflinte gezogen. Hat angefangen auf die zu schießen, so. Und dann ist der Bachmann, der ist dann weggefahren fluchtartig, weil der Moped stand halt ganz hinten am Parkplatz irgendwo. Dann ist er von da abgestiegen und hat gesagt, dass er dann nochmal die Waffe genommen hat und sich gewehrt hat. Und er ist dann bis hin zur Tür, wo die Roten standen, hingegangen und da wurde er niedergeschossen. Ja, solche Aussagen wären gut gewesen, wenn wir das gewusst hätten. Ja, da kamen wir halt leider nicht zu, weil wir abgezogen wurden. Wir waren ja noch nicht fertig abgenommen worden. Wir wollten ja noch weiter mit dem Bachmann reden. Weil eigentlich hatten wir den schon fast so weit, dass das eine absolute Moped-Geschichte war und wir den noch vor der Rappen gehen konnten. Ne, bei uns hat er nichts mehr erzählt. So weit ist er ärgerlich, weißt du? Der war schon leicht genervt, ne? Weil wir so nachgehakt haben. Der ging ziemlich dreckig und wir haben den einfach fertig gemacht. Weil das, was der erzählt hat, war halt komplett an den Haaren herbeigezogen. Vor allem den, der wollte erst, wollte er gar nicht reden, da war er so schwer verletzt. Da ist halt schön von auszugehen, da das kompletter Bullshit ist, den die da erzählt haben. Ich kann mir nicht mal mehr das Gelaber von Loki und Craig anhören, Alter. So, jetzt lasst er die Kollegen hier noch hin. So, jetzt sind wir alle hier versammelt, jetzt kann ich euch die Messe lesen. Geht darum, wir können nicht rausfinden, wer von euch angefangen hat, also ob dies waren, ob ihr es wart. Das heißt, wir können beide plädieren auf Notwehr von euch, beide Parteien. Deswegen verurteilen wir jeden einzelnen von euch zu Paragraph 29 Schusswaffen Absatz 5 und Paragraph 29 Schusswaffen Absatz 6. Also wer eine Schusswaffe sichtbar mit sich führt und wer eine Schusswaffe abfeuert, ohne sich in einer Schichtstätte zu befinden. Ihr habt ausgesagt, ihr habt auch geschossen. Die haben gesagt, sie haben auch geschossen. Das heißt, das ist das, was wir euch vorwerfen. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen? Nein, ich nicht. Also, naja, jetzt rennen zum Verständnis. Also, sie sagen gerade, sie können niemandem eine individuelle Schuld nachweisen und deswegen verknacken sie alle. Außer die Aussagen, die wir auch von ihnen bekommen haben, dass sie auch geschossen haben. Das können wir, wir können euch nachweisen, dass ihr geschossen habt, weil ihr das selber gesagt habt. Ja. Ja, aus Notwehr. Und sie können nicht nachweisen, also sie können nicht unsere Schuld beweisen und deswegen... Naja, also ich sag mal so, wir können eigentlich sogar schon fast davon ausgehen, dass ihr der Hauptaggressor seid. Weil ihr weg wart, ihr seid hingefahren und dann hat die Schießerei angefahren. Ja, weil die es da nicht haben wollten, ja. Richtig, und ihr wollt die da auch nicht haben. So, das tun wir aber nicht. Wir werfen euch nicht vor, dass ihr der Hauptaggressor seid. Wir werfen euch nur diese zwei kleinen Paragraphen vor. Äh, wie viel ist es denn? Das wären pro Nase 15.000 oder umgerechnet 300 Tagessets. Könnt ihr euch entscheiden, auf was ihr Bock habt. Ja, aber ich meine Sachen behalten, wenn ich bezahle. Bitte? Ach so, und im Allgemeinen die, ja. Ja, ihr werdet dann, also ihr wollt alle eingeknastet werden? Ja. Ja. Gut. Ja, gut. Alle mal rein. Und anscheinend gehen alle mal rein. Genau, 300 Tagessätze, immer einer nach dem anderen. Äh. Geht zuerst, Junge. Jo, Harper, machst du das? Ich glaube, ich kann das gar nicht. Kann ich das? Nee. Ach doch, tatsächlich. Haben sie noch was zu essen und zu trinken? Wobei ich reingehe. Äh, na klar. Gebe ich ihnen. So viel habe ich allerdings nicht mehr dabei. Es reicht ein Würstchen und ein, ja, perfekt. Sag mal, kann ich ihnen mein Ange-Equipment in der Hand drücken? Nee, da kommen wir nicht mehr zu. Nee, da kommen wir nicht mehr zu. So, kleiner Umblick. Ich muss noch mal kurz nach den Tagessätzen fragen, dann geht's gleich los. Na klar. 300 Tagessätze, oder was? 300, korrekt. So, dann noch einmal kurz die Hände hochnehmen, bitte. Na klar. Ja, kannst du wieder drunter nehmen? Dann, den, äh, schönen Aufenthalt, ja? Ja, bis dann. An die Tür, oder? Essen, trinken, passt noch. Hab ich schon gemacht, eben. Einmal der Hände hoch, bitte, nur. Okay, hat der Kollege schon gemacht, perfekt. Jo, ist alles fertig. Einen schönen Aufenthalt. Jo, dann gehen wir. Okay. Musst du dann noch abnehmen, ne? Okay, check. Äh, einmal Hände hoch, noch dann, bitte. Einmal kurz. Na klar. Ups. Zeig, okay. Alles gut. Gut, essen, trinken, haben sie? Äh, ich muss mal kurz, wenn sie mich kurz in mein Brötchen beißen lassen. Na klar. Können sie Hände hoch und wieder drunter nehmen und dann. Schnee mal an Zigarren wollen sie nicht. Die fern mir sonst abgenommen. Zigaretten? Nee, dürfen sie, können sie gleich alles da abgeben. Fuck, man. Wollen sie die haben? Nee, nee, lassen sie mal. Ich hab nix mehr zu essen. Ich hab nur noch was zum Rauchen und zum Trinken. Okay, ich geb ihn mir. Kein Problem. Das war super. Ja, super, danke. Ja, super. Alles klar. Alles klar, Herr Wolf. Essen und so. Haben sie nochmal gemacht? Na klar. Alles klar. Schön auf den Teil. Jo, holen. Da brauchst du die Lizenz noch. Dann bitte einmal kurz umdrehen und die Hände nochmal hoch. Ja, trinken sie durch. Das Ende hier. Können sie einmal Hände kurz noch hoch nehmen? Hallo, können sie mich hören? Ansprechbar, Kollege? Hallo? Ich glaub, der Kollege kann mich nicht sehen oder so. Ist doch alles in Ordnung. Ich geh mal hin. Hafa. Ja? Knast du den weg, der sieht den. Knast du den mal weg, der sieht mich nicht oder so. Okay. Musst du noch abnehmen, der hat nicht auf mich gehört. Was dann abnehmen? Ja, die hier Waffenschein und so. Okay. Können sie den Kollegen nicht sehen? Warum nicht haben sie es verstanden, Kollegen? In der blauen Jacke? Den da hinten. Mit der Mütze? Nein. Na okay, alles klar. Dann nehmen sie einmal die Arme bitte hoch. Natürlich. Wunderbar. Wenn wir bei Ihnen auch gleich einmal machen. Man sei einmal der Hände hoch noch. Hatte ich schon. Okay. Nur einmal Kontrollen. So, haben wir den Einwaffenschein. Ja, ich habe mich notwendigerweise gegen eine unmittelbar drohende Gefahr meines Lebens verteidigt. Das ist doch Notwehr. Laut den Paragraphen. Gucken wir sie ins Gesetzbuch. So schwer ist das nicht. Ja, mag sein. Allerdings habe ich da keinen Einblick in ihren Aussagen oder sonstiges. Ich habe sie weder verurteilt noch verhört. Von daher kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Gut, Arme können sie erstmal runternehmen. Essen und trinken können sie noch, wenn sie noch nichts gemacht haben. Wunderbar. Augenblick noch. Wie ist das? Müssen wir die noch aufklären, was das Handy betrifft? Weiß ich schon. Big worsted nicht. Also, was gibt es da? Dann treten sie noch ein Stück vor. Und so darf ich nicht. Herr Winks? Ja, bitte. Was ist mit Handy? Ich weiß das nicht. Was haben die Strafzeit bekommen? 300? 300, ja. Ja, zum Handy. Sie dürfen Pipa benutzen, aber nichts posten oder liken oder teilen. Halt einfach nur lesen, ja. Okay. Das selber nochmal. Das weiß, du wärst glaube ich auch schon. Warten Sie mal kurz. Nur die Pipa-Sache. Nichts liken, teilen, bla, alles, ne? Haben wir da sonst noch welche? Nee, liken und teilen darfst du nicht. Nicht aktiv sein auf Pipa. Du darfst nicht schreiben, nicht liken, nicht teilen. Also, einfach nur lesen, ne? Nichts liken, teilen und wissen Sie ja. Okay, E-Mail, Telefon, ja? Oder? Telefon, telefonieren können Sie, klar. Ähm, ja, E-Mail schreiben können Sie auch. Erboros. Gut, alles klar, danke. Kann ich vorher nochmal was essen und trinken? Jo. Geht alles klar, danke. Engels, dann, äh, schönen Aufenthalt, ja? Ja. Alter. Fällt dir der Name nicht, den wir den geben? Äh. Echt ein Namensgenerator, das ist... Abfass! Wollen wir denn jetzt hier oben? Wo ist denn der McCain? Der ist schon weg, als die roten durch waren. Das weiß man halt einfach nicht. Nee, der war... Der stand eben noch da vorne und nachher. Nehmen wir den Wagen, der dasteht? Jo. Wir fahren da mal mit, wa? Wissen wir, ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Dame schwarz... Nee, ist mir nicht aufgefallen. Hatte die, oder was? Da rätst du auch die... Unglaublich. Wo, denn der Motorrad am Anfang? Wir holen uns einen neuen Wagen da draußen, oder? Ja, ja. Aber der hier ist nicht so frisch. Was? Du, ihr könnt ihn gerne behalten und damit weiterfahren, ne? Ganz gut. Wir haben den Morgen neu. Jetzt fahr den McCain nicht um. Ey, ich hupe und er rennt auch noch rüber, oder was? Ja, der ist halt wieder am Telefon und kriegt halt gar nichts mit. Hier stehen auch noch Autowagen. Ja, ich steig ja schon aus. Einmal raus hier. Ja, holt schon mal neue Wagen. 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 Autos. Wagen war schon richtig. Der Wagen, die Wagen. Autos. Autos. Oh, die Tür nervt schon ein bisschen, ne? Äh, ja. Keine Ahnung, schwierig. In dem Sinne. Ähm. Hat sie dann einfach Glück gehabt, ne? Dass wir die da weggenommen, aber da hast du jetzt genau auf den Deckel bekommen. Ja, ich dachte auch, ihr holt zwei. Ja, der Banks war der Meinung, er müsste sich ins Auto hinten reinsetzen und, äh, braucht den Chauffeur. Ja, da stand doch noch ein FIB-Karte und alles. Ja, der Boss hat gesagt, ich soll ihn wegschleppen lassen. Oh, Mann. Ja, hätte so... Das war ein zusammengeflickelter, äh. Ähm, ja, nichts auf Pipa posten und so ist ja keine Fotos machen. Wir fahren erstmal ins PD, ne? Super, aber aufgeregt und nervös bestimmt. Ja, total. Ne, keine Ahnung. Einfach nicht aufgefallen, dass sie das, äh, drin hatte. Ja. Was ist jetzt auch hier? Na, wir machen jetzt mal zum PD. Ach so, ihr seid durch. Wir haben uns nur gewundert, was mit dir ist, weißt du. Wir haben uns Sorgen gemacht, weil du eigentlich zu unserer Streife gehört hast. Ja, ist gut. Alle Kollegen in der Hoffnung sind 10.06 Uhr und machen 10.02 Uhr. Was ist denn nur, können wir jetzt mal langsam oder was? Ist da was mit dem Auto geiles? Ist da was mit dem Auto geil ist? Oh, no, no. Das oder was? Das Gelände war. Hände sich da im Funk an, ey, geht kaputt, Mann. Weißt du, was da jetzt letztendlich war? Ja, jetzt habe ich zwei Rekruten, die sich auf den Schlips getreten fühlen, weil dieser Nathan Hernandez, sagt euch das was? Der hat sich eine Kontrolle widersetzt und ruft den Albrecht an und der Albrecht sagt, ja, fahr mal weiter. Und hat die ganze Zeit, der Herr Hernandez hat die ganze Zeit die Rekruten beleidigt auch, mit Coxsackern, seine Scheiße, weißt du? Gleich einpacken, Beleidigung. Ja, aber der durfte dann weiterfahren und die standen da, Alter, und wussten nicht mehr, was zu tun sollen. Ja, das ist mal nicht so geil. Da hätte ich mich auch aufgeregt. Und ab da haben sie sich dann aufgeregt. Ja, hätte ich auch. Ähm, nach dem ganzen Aufregen hat der Albrecht gesagt, der Hernandez soll ins PD kommen, hat er gemacht. Und in der ganzen Verhandlung hat er die beiden Rekruten noch weiter beleidigt. Mhm. Okay. Ja, jetzt stehen sie beide da. Der Albrecht war dabei die ganze Zeit. Ja, ja. Natürlich ist den beiden Rekruten ja auch ein blöder Satz rausgerutscht, ne? Ja. Welche Rekruten waren das? Ähm, der Walker und der Dune. Der Albrecht hat auch nichts gesagt gegen die ganzen Beleidigungen. Ja, redest du noch mit dem, oder? Hm? Hast du schon mit denen geredet, mit denen allen, oder musst du das jetzt noch bügeln? Nee, machen wir morgen Abend. Ich hab da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ja, also sind die, die beiden sind jetzt nicht mehr im Dienst. Die können jetzt noch ein bisschen mit dem Bike rummachen. Ja, aber das geht halt so auch nicht, ne? Ja, machen wir morgen. Oder ihr macht das morgen, ne? Wenn ich zu spät da bin, macht ihr das. Ja, boah, ich gebe einfach Gas. Ihr könnt so eine interne Scheiße, könnt ihr auch regeln, ne? Äh, wer war das? Dudelhoff, Albrecht und Walker. Walker, gut. Genau, ne? Da einfach beide Seiten nochmal, die sollen einfach schlichten, okay? Der Albrecht soll ein bisschen mehr auf die Recruiten eingehen, soll die nicht links liegen lassen und wenn Informationen sind, die auch weitergeben. Hm. Der Kacke, ey. Hier pinkeln, Mann. Da ist auch Eisdee hier aus dem Automaten. Wir waren Streife 8 oder so. Ja. Ja, wir waren Streife 8. Würde ich behaupten. Jo. Letzter Bisschen stand zumindest. Wunderbar, danke schön. Dann lösen wir die erstmal ganz auf. Äh, wen habe ich denn jetzt noch draußen? Brenner und Chen und Bitterman und Cholester. Wie so dann mit euch beiden aus? Macht ihr noch weiter, oder war? Boah, ich denke schon. Ein bisschen rumfahren werde ich definitiv noch. Äh. Und du, Banksy? Äh, ja, gleich nochmal. Aber kurz erstmal Pause nach der JVA-Sache da wieder. Haha, ja. Äh, Banks, fährst du weiter mit dem Hill? Hm, wenn der Hill noch weitermacht. Ja gut, dann warten wir mal noch. Bisschen bezahlt. Ist der Kacke jetzt reingegangen, oder was? Ja, ich glaube, der ist ganz nach hinten durch. In die Umkleider. Hupfer, du hattest sowieso noch keine Eintitlung, ne? Äh, doch. Ich war ja mit McCain und mit, ähm, Cole unterwegs. Äh, du warst, du warst in keiner Streife drin. ich hätte theoretisch in streife 8 sein müssen mccall und mccain ja dann hat der berson eben vielleicht ein bisschen geschlafen als er eingeteilt hat irgendjemand wollte mich anrufen ja bengst schon guten namen brenner hier ja hast du den piep von von united gesehen nee wir fahren mal zum flughafen vielleicht gucken vielleicht zwischen die auch ab ist soweit ja ich weiß nicht guck mal drauf gleich ja mal guck mal drauf und sagt bescheid also alles so leichter 53 das gerade